Nicht böse gemeint. Nene, alles gut. Ich hab nur so'n komischer Ausdruck. Was? Es ist ein Fehler aufgetreten? Es ist ein Fehler aufgetreten. Du kommst mit. Das heißt, ich kann mir jetzt keine Masteries machen? Doch, eigentlich schon. Hm. 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 Holy shit, Alter. Ohne Witz, Mann. Ich würde diese scheiß Katze ausrotten, ey. Vielleicht Protweiler hochfetzen, ey. Das ist ein bisschen. Am besten Nasus. Wenn das nicht Protweiler ist. Ja. Ähm, da hab ich gleich den Kollegen, mit dem ich eigentlich gerade im TS bin, auch aufs TS hole. Mhm, klar. Ja. Spielt der mit? Ja. Dann ja. Oh. Scheiße, ähm. Hab ich einen Kollegen gefragt, weil er eigentlich nächste, nächstes Wochenende nach Hamburg weiter. Ob ich da mitfahren kann. Hm. Ja, dann ist dem wohl sein... Oh, du Schrotte. Anders wird wohl für sechs Wochen dauern. Oh, das ist natürlich... Ja, dann werde ich wohl anders reisen. Also, er macht gerade ein... Oh, okay. Er hat einen Quad-Doll-Kill gemacht. Twitch-Top-Land, 15-1-4. Hm. Rasiert. Gut, wir haben gewonnen. Sehr schön. Hm. So, Moment, ich bin noch mal kurz auf dem anderen TS bescheid sagen. Ja. Also, ähm, wie, ist hier nochmal die IP? Ich hab das vergessen, Moment, das rufe ich aber bei dir nochmal auf. Ausrufezeichen TS. So, streamer.pagian.de. Gut. Sofort. Wieder da. Nicht weglaufen. Kappa. Ja, ich geh kurz Lulu machen. Interessant. Also, ähm, ja. Ähm, kommst du mit aufs andere TS? Bitte? Kommst du mit aufs andere TS? Habt ihr gerade die Daten gegeben? Ja. Dort zocken wir mit der Lissi, mit Glöckchen. Sag dann einfach Bescheid. Sie ist nur auf Toilette, deswegen, sie zieht sich dann aber sofort. Bis gleich. Ja, dann geh ich rüber, ne? Jo. Gleich. So, stimmt, hab auch noch einen anmerkend Account. Cray Gessam. Okay, Malfi. So. Was geht ab, Chat? Warum seid ihr so leise? Erzählt wat. Wat is los, ihr Glöckchens? So. Herzlich willkommen. Danke. Würdest du hi, ein Elmo-Kucku ziehen? Ob ich ein was? Ob du den hi, ein Elmo-Kucku, äh, oder, ne, okay, da ist nur Nico. Okay, der hat sich nur unter Nico eingespeichert. Gut. Dann zieh dir Nico. Hi. Hallo. Grüße. Würden sie, äh, der, der Amumu vom letzten Game und, äh, die Lux. Achso, ähm, Sofa hat, ah, nicht den Amumu, ey, der war scheiße. Ja, Sofa hat scheiße gespielt. Nee, Sofa nicht, nee. Nein, gibt ja bloß keine Power auch, Mann. Ich will keinen Fimfer, das ist so... Pfff. Wir können auch drei machen. Hm, würde ich besser finden. Fläden Spanier da, äh. Ja, warte mal, sind so entscheidend. Hm, hier sind so wenig Champions drauf. Ja, ja, nur Support. Hm, mal bis auf Ari. Ari ist schon mal ganz gut, die würde ich dann gerne, ich würde gerne in der Mitte gehen. Oder, oh, machen wir nochmal Neues? Hm, ja. Ja, wir spielen nur Dreier dann. Dreier sind immer besser, ne, Toni? Oh, ja. Ne, Dreier sind aber wirklich besser. Oh, ja. Du sagst es. Äh, wunder dich nicht, ich spiele Trollpicks. Oder so ähnlich. Ach, das ist kein Trollpick, ey. Du gehst mega schnell mit Twitch auf der Top. Ja. Äh, wie gesagt, das neue Baldrock kriegte ich, Mann. Naja, ist, äh, nicht mein Account. Ich möchte ja nicht Gold werden. Hallo? Der hat eben gerade einen 15.1 Twitcher für Toplane mit Quadrakel hingelegt. Aber wie? Ich hab da gar nicht mitgekriegt, dass ich den vierten auch noch gekillt hab. Bist du Main Silber oder was bist du? Ne, 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 Platin. Hm. Na dann. Ist es, ist es. Wow, wie, wie attraktiv du auf einmal wurdest, so. So, bist du Main Silber? Nein, ich bin Platin, aha. Aber wenn man nicht gilt, muss ich sagen, wenn man mich, äh, kemmt. Fünf ist er. Also ich spiel halt weiter. Sag dann eine Zeit lang nichts. Oder ich reg mich richtig auf. Er war Platz drei, glaub ich, sogar eine Zeit lang. Wenn ich zum Beispiel einen Jungler habe, der, äh, nicht einsieht, mal um Toplane zu kommen. Und zum Beispiel solche Calls, äh, nicht beachtet, wie, no Flash, no TP. Hm. So, warum hab ich eigentlich keine Musik? Ich möchte Sex haben. Dann musst du kräftig spielen. Äh, ich glaub du hast Swain auf dem Marko und das ist momentan Free Elo. Äh, nicht mein Swain. Er ist wirklich Free Elo, auch ein Platin momentan. Also David, also mein Bruder, zerbumst einfach alles damit. Ja, aber du musst ihn noch spielen können. Er ist einfach im Late Game einfach komplett in alle drinne und dann kraust du dir die Eier, ey. Oh, er ist im Late Game in alle drinne. Hm, hm. Ja, aber der macht halt noch Schaden dazu, ne? Oh. Anus Damage. Ja, mal gucken, wie lange ich hier brauche. Ich möchte, möchte eigentlich auf dem Account auch Twitch Level 5 haben. Hm, 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 hm. Ich möchte Spammen. Ich möchte, ich möchte Jinx-Fans wieder auf Siebe haben. Hm. Wie zählt das schon, wenn man Stufe 4 hat? Ne, ne? Du musst erst Level 5 haben und dann, wenn man S kriegt. Erst Level 5 und dann auf 5 die zwei Tokens und dann auf Level 6 die zwei Tokens, dann müsste sieben, ja. Ne, bei 7 brauchst du drei. Achso. Also ich hab auf dem Flickfehler, also auf dem anderen Platin-Smurf, hab ich jetzt vorhin zwei S- gemacht. Aber mir fehlen halt noch die, äh, blauen Essenzen, glaub ich, sind das, ne? Ja. Ja, und die kriegst du so schwer. Ach, ich hab da genug Sachen drauf. Also ich hab ja nie was gebraucht. Auf dem Account hier, eigentlich richtig geil, hab ich zum Beispiel einen Skin bekommen, eindeutig nicht Odia, find ich richtig geil. Um Poolparty Lulu, ich spiel halt eigentlich eigentlich keinen Support und als Toplaner und Midlaner find ich den nicht stark. Hm. Oh, endlich mach ich jemand, der das besiegt. Musketier Twisted Fate find ich auch ganz cool. Und, äh, Nemesis Jax. Na gut, Jax, da braucht man nicht viel können für. Und ich hab gestern, ne, vorgestern festgestellt, dass ich, äh, Twisted Fate spielen kann. Mal, first pick, einfach in Silber reingepickt. Oh, Game. Na endlich. Yay. Warum steht denn hier mein Name drin, äh? Kann ich anonym? Vielleicht mal ändern. Nein, ich wollte so gern bitte. Okay. So, das ist der beste Name. Äh, ja. Ey, ist einfach so sad in Platin 5, du kriegst einfach nur scheiß 15 Punkte, man. Dann ist seine MMR aber ziemlich im Arsch, oder? Ja, elf der Leute sind einfach die Prage. Ja, ich bin von Platin 3 auf Platin 5 wieder. Wir Oi, ich bin von Platin 5, du kriegst einfach nur scheiß, oder? Ja, ich bin von Platin 3 auf. Also, da war's in Platin 5, du kriegst einfach nur noch den Kopf. Ja, ich bin von Platin 5, du kriegst einfach nur die Frage. Ich bin von Platin 5, du kriegst einfach nur noch mal die Frage. Ja, ich bin von Platin 5, du kriegst einfach nur noch mal Deutsch. Also das bald... Ey, sag mal, Yasin war doch nie im Leben Master-Solo-Q, oder? Hm, doch. Welcher Account? Das war... Äh... Hi-I'm-Unique-Star, oder so. Also ich kenne... Mario ist nicht mit Yasin, oder? Hi-I'm-Mario, doch. Das ist doch sein Main, oder nicht? Nee, das ist sein Smurf gewesen, den er auf dir gezogen hat. Achso. Ein... Ein Master. Oh, er muss gleich wieder übertreiben. Oh, aber er geht jungle. Der Master-Boy. Der Master-Boy. Wow, das ist gut. Oh Gott die Ruhen sind so schlimm Juhu, du hast meine Schwester draufgesprägt Juhu Sag einfach ja Zugesehen das ist ja was Ich warst mir fertig Oh die Muschi Juhu Oh yes Nein Alter Alter Leute Der Account hat nur Ari Oh Leute Welchen TF sind wir wieder? Hat sie, oh shit Hat sie irgendwie Kate? Oh nein Ok wir sind am Marsch Ja sorry aber Oh Gott Hätte ich jetzt wenigstens 6 gehabt ne Dann wäre es ok gewesen Mh 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 Das ist natürlich echt scheiße Mal gucken ob die Boys im Twitch-Account zu gründen Also ich geb mein bestes aber Ich komm vor Ort 69 Gibst du wirklich? Mh Ach Toni, ich vermisse dich schon ein bisschen Mh Warum? Ja wir haben es so lange nicht gesehen Oh Hey hey Ja Ja bei uns ist immer so das Problem weißt Die letzten 3 Male wo er vorbeikommen wollte Ist irgendwas immer an seinem Autoschrott gewesen So weißt du Naja Dieses Wochenende wird eigentlich auch vorbeigucken Aber andere geh halt ne Das war trotzdem süß Ja ne Ganz süßes Boss Oh Ich durfte immer meinen Kopf streicheln Während wir gestreamt Auf gestöhnen bin ich nicht vorbereitet Da muss ich mehr trinken Mh 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 Ich kann mal gleich gucken Ich glaub ich kann mir sonst so Sie hat noch ein paar Real Points drauf gehabt Vielleicht kann ich mir ein EP-Bus holen Hey Wake up Na Sengoku Ja Ach das bist du Oh wow Ne das bin ich nicht Mokoku SR Sengoku ist äh Dings hier Hossi Ja Sengoku ist nämlich grad im Stream und deswegen Ja bei dir ne Mh Mh Und F Mach grad die letzte Runde der Welt Wie tief geworden sein du Ja Schau wieder Nerven Mh Ja genau auf dem TS sind wir Passlich Mh Sengoku was willst du bei uns? Wir wollen dich nicht Ja wir hatten schon auf dem anderen TS hingestopst Wo seid ihr? Äh wo bist du? Oh nein das ist hier auf Dings Ah Podcast Oh oh alter Alter Wieso ist das denn hier so komisch? Oh Richtiger Nuttenaccount mittlerweile mein Bruder hat auch schon drauf gespielt Scheiße ey Auf Normalkast ne? Ja auf Normalkast Und? Ah Auf Normals Ah gut Jetzt kann ich den Pimmel wieder rumschwingen Darf ich das auch? Nein Oh wow Aber die Lautstärke ist so extrem laut obwohl es total auf leise ist Ok Hex Report Hast du was dagegen das ich äh auf Normalkast spiele? Warum? Du bist halt voll langsam ne? Nein Doch Weil du Ich kann wenig zielen Weil du wenn du halt die Fähigkeit klickst musst du ja immer noch mit der Maus klicken Und wenn du halt nur die Taste drückst halt schneller Ja aber so kann ich nicht zielen Weil so kann ich nicht Kann ich denn die Kato einstellen? Ja Ja Nö Kann man auch nicht erklären Beim nächsten Suchfeld kann ich das ändern Aber der Shop ist so klein Leute Mama is that you? Alter ich kann nicht ordentlich shoppen gehen so Ich glaub ich ihn gegen mich Darius ne? Ich glaub der Startet Top Ah du bist gar nicht Jungle ne? Nein 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 Ich hab Top gestartet Sein Ernst? Ist sein Ernst ja Was ist denn mit dem verkehrt? Was ist denn mit dem verkehrt? Ehhh Ehhhh Das ist interessant die Enden So? Oh Die scheiße spielen Ehh Wie gesagt der ist halt auch noch nicht geplaced ne? Das ist ja Ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Wie gesagt der ist Wie gesagt der ist Wann die zwei trinken? Schon unterwegs Da haben wir eine Runde gemacht, ne? Da hab ich auf Twitch Toplane gespielt, da haben wir für First Blood 3 kills Und sonst jeden Kill verteilen halt, plus Wenn ihr viel ist, selber trinken, ne? Ey, ich hab 44-8 gespielt Oh shit Das war richtig übel, die war ganz schön voll, man Das war ein breites Fakt Vor allem, wenn der Lulu sofort gespielt hat, hätten die keine Kisten gekriegt Och man, was soll man denn mit ner dämlichen Karma gegen ne Ari machen? Was? Das kippt mich schon ein bisschen hart Hmhmhmhmhm Wääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääään Mie 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 Ich könnte ARRI eigentlich baiten, dann kann ich nicht äh, wow Das ist dein scheiß Ernst, Mann! MEINE Fresse ey! Junge 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 holy shit da kommt er mit nicht mal ein tüttel live an hier das ist die Mitte wieder Tower dive Was hat der mit der Kaba gegen der Ari Hey Toni, du könntest doch als weiblich gehen, nur ohne Scheiß, Mann. Ja, oh ja. Deswegen fühl ich mich auch so hingezogen zu dir, ich glaube. Oh, Baby. Ach, Son Goku, wir lieben dich. Nur wir dürfen das ja nicht so offiziell zugeben. Äh, Fähigkeitsstärke. Oh, Alter, dieser Shop, kann man den irgendwie größer machen? Bitte! Ich bin nicht. Du bist so blind? Ja, sie ist bestimmt schon mit der Lupe dran. Äh, finde ich nicht. Kann man den nicht irgendwie größer ziehen? Ja, aber wie denn? Kräftig in die Hose packen. Äh, ich komme. Ah, gut, der war gut gespielt gestern. Wer? Ein Kumpel von mir. Der hat ja von dir gedroppt gestern. Shopgröße kannst du ändern wie ein normales Windows-Fenster. Einfach unten rechts an die Ecke, wenn du den Shop öffnest. Also, P und dann kannst du unten rechts an der Ecke kannst du den größer oder kleiner ziehen. Und dann kannst du, wie ein normales Windows-Fenster einfach größer oder kleiner ziehen. Und dann kannst du wie ein normales Windows-Fenster einfach größer oder kleiner ziehen. Nee, ich war jetzt nicht in der Lage, das zu machen. Ich, sag mal, hast du hier nicht gesehen, dass wir Mitte irgendwie am fighten waren oder so? Denkst du, ich höre dir dann zu? Ich habe doch gerade, ich habe doch danach gesagt, so, okay, es geht gerade nicht, weil du im Fight bist. Ja, ich habe hier im Rumo jetzt schon eine Geschichte. Okay, passt auch mal. Ich gehe jetzt auf den Shop und dann P. Hä? Ja, jetzt kannst du es mir erklären. Jetzt bin ich bereit. Mit P öffnest du den Shop. Ja. Auch außerhalb. Ja, und? Genau. Blutrohr. Du kannst das Fenster größer oder kleiner ziehen wie ein normales Windows-Fenster oder Google Chrome. Genau. Ja. Oh nein, es hat es geschafft, Leute. Putscher-Heads-up. Wup, wup. Finally. Finally. Ey, Müdde ist SS. Ja, Müdde. Nee, egal. Die sind weg. Dippe-top. Da kommt C. Dippe und 0-3. Easy. Hat keine Ult mehr. Holy shit, das ist kein Jod. Hat die Ari geultet oder was? Ja, klar. Ja, klar. Okay. Warte mal. Oh noo, hier kommst du, Rango. Mietzi, Baby, Mietzi. Was siehst du? Der Shad ist ja auch voll klein. Wie soll ich das denn lesen? 2 Mardra. Ich glaube, die sind Spanier. Oh, Darius miss. Ich bin tot. SS. Ja, also, ähm... Du Dirty Harry, you. Nein, Mampfkuchen. Wow. Mampfkuchen, ich hab dich nicht überlesen. Ich war gerade ziemlich überfordert, okay? Ich geb's ja zu. Voll süß. Nein, ich bin gerade ein wenig demotiviert, ja? Ich bin gestorben. Neee, Silber. Ich bin gestorben. Leute, wo ist der Salzregen? Oh nein. Ausrufezeichen Salz, Babys. Oh, ja nein. Oh! Oh, Dickegelbruch. Oh, und die Minions töten dich? Oh nein. Oh, nein, tun sie nicht. Los, Leute, Craigazin. Soll ich jetzt schreiben, Ari tot? Ja. Oh, mein Farm sackt. Willen Champions als Farm? Ähm, ja. Ungefähr 30 Minions pro Kill. Ich stehe 5-0, ist okay, ja? Ja. Let me bitte, let me. Scheiße, useless Karma hier. Ach, damage. Damage. Ari, keine Ulti mehr. Wee. Das ist das einzige Geile an Karma. Ja, dann mach mal. Machst du mir mal gegen kommen? Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ich hab echt Lust, doch viel zu flächen, aber... Fuck, okay. Hm. Schlüpp die Muschinen auf. Och. Och, komm, ich helfe dir uns jetzt nur sterben. Eheh, hehehehehe. Oh, mach nur. Ahhhh. Ich hab jetzt mal einen mitkennen können, wenn ich, aber nein. Alter, hältst du mal die Fresse? Hahaha. Guck mal, die sind süß. Das ist Wurfs, ey. Alter, ey. Ich glaub, mir wäre eine richtig gute Freude. Eheh, hehehe. Brownie, könntest du deinem Team-Mate da mal sagen, er soll die Fresse halten? Hier, komm. Ich werde gerade ziemlich mad. Du musst scheiß Karma Mitte spielen. Und dann hält der nicht seine Fresse. Ist er nicht süß? Ich bin mir da drin. Nein, er ist Kacke. Hab ich gefunden. Wir haben uns gefunden. Weißt du, wie wir uns gefunden haben? Bestes doch, ich erzähle ihn immer gerne. Alter, ich geh jetzt AFK Mitte. Ey, geh doch verrecken, Roba Twitch. Na gut, ist okay. Ari ist fortlane, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ich bin schon weg! Gut. Nein! Hä, lol. Missfortuna hat Jumus, warum? Okay, Ari und Mieze Katze kommen mit dir. Ja, dann komm ich dich mal besuchen. Nö. Ähm, Bot Miss. Ich mag dich nicht mehr. Du hast mich voll gewohnt. Du hast mich gemacht. Da kommt ein Rengar. Wollen wir den markieren? Nein! Nein! Ohohohohohohohohoho! Surprise Motherfucker! Donít, donít, don't rip! Oh, ich hab kein E ab. Bzzzz! Was hast du da geöffnet? Also was für ein Getränk aus der Dose. Nix auf der Dose, Flasche, Habermus für unsere Cola halt. Bist du ein Cola-Junk? Ähm, ja eigentlich mag ich dich erinnert hier. Kaffee. Also ich hab mich ja hart auf Entzug gesetzt von Cola. Das ist super. Der Entzug war nicht leicht. Ohne Witz, ich find Cola mittlerweile ekelhaft und ich meinte das wirklich ernst, ich hab mich wirklich unter Entzug gesetzt. Das ist vollkommen in Ordnung. Hätte ich auch nicht weiter drauf. Finde ich super. Ich konnte nichts anderes außer Cola mehr trinken. Nichts anderes hat mein Durst gelöscht. Das war schon richtig. Ja. Deswegen, ich mein das echt ernst, dass ich mich unter Entzug gesetzt hab. Ja, dann muss ich mal in Ordnung. Jo, 13 Minuten 7-1. Souverän. So. Halte einen, ich komm mal botlenen. Hab ich gehört, da sucht drei Kinder. Ja. Das soll so ganz tacy sein. Ich komm auf. Wenn du nicht wieder feedest, ist das okay. Halt die Fretze. Ja. Gut. Dann mach ich das. Oh. Ah. Lass uns auf den Tower machen. Ich würde meinen gerne verteidigen. Okay. Los, Mannion! Schneller! Karma hebt immer so schwul ihr Bein. Ich weiß nicht, was sie für Probleme hat. Schwul? Ich bin schwarz zu meinem alle schwarz. Papa, Toni. Hey! Ich hebe nicht mein Beinchen! Ich bin nicht schwarz. Ich bin Schoko-Cino. Ich gebe noch keine Entschuldigung. Hä? Ich mache das jetzt einfach. Bum-Bum-Bum-Bum- graphete. Schwul. Bum-Chicken-Bum-Bar'... Moshi-Kumpmmt! Ey, sag mal, Toni. Warum bist du jetzt nur in meiner Mitte? Weil du in der Watt rein bist. Ja, aber... Ich wollte doch... EHHHHH! Ich wollte auch noch. Oh, oh! So, ich geh jetzt Basis chillen. Nein. Ich brauch dich. Also deine Mitte brauchst du nicht, du sagst ja. Oh, oh, Renga, APK. Ja. Ich bin da, ich bin da. TP. Renga geht euch. Äh, endes. Hinter euch. Oh, oh. Das ist die Richtung von hinter uns, ich verstehe. Alter, ist er nicht. Das ist doch so ein weitermerken, ey. Oh, deadflash. What the fuck was das? Oh, aufgenommen. Definitiv aufgenommen. Der braucht schon Flash, man. Jetzt kommt ein Update. Abgelehnt. Never pick Ari on my smurf. Hey. Und ab geht's. Hey. Woop, woop. Bounce, bounce. Oh, oh. Bounce, bounce. Oh, oh. Tobi, warum guckst du eigentlich auf beiden Streams? Weil er es kann? Ja, absolut. Keine Ahnung. Macht einfach voll Sinn. Oh, die Fieder legen wieder los. Ich fange, ich fange. Das ist gut. Dann gegen die Wings wieder Gold. Also ich finde das gut. Denken an mich. Und wegen Neos. Schatz, ich wollte eigentlich eher drücken. Aber irgendwie hab ich fliegt. Flash gedrückt. Hahahaha. Hm. Ja. Wo ist die Fingers? Hm? Oh, der Forschen, ey. Makes me kinda crazy. Gut. Dann mach ich halt Solo hier. Ja. War schon auf dem Weg. Naja. Am Arsch. Weißt du, was das Schlimme ist? Hab jetzt noch nicht mal meine Core-Items. Der wird noch besser. Meine Mische ist leer. Oh. Ja. Mhm. Okay. Ja. Da war ich zu neugierig. Wait mal. Ich hab ruhig. Aber. Alter, warum ist der da? Das ist so schnell, Alter. Ah, okay. Tempted. Vorsicht, da kommt noch ein Rengar von links. Temptedum. 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 Okay. zaczyna nervös. Temptedum. Aber wird ja langsam mal Zeit, ne? Habs ja versucht aber ich hab keine Chance gehabt gegen ihn, der war voll krass Oh diese Morgana, so gut ey Ich bin's, sagt er Da bin ich wieder Oh Toni, jetzt wird's ein Battlemann Gut gedotcht, hat er Ey, sah auf jeden Fall gut aus Toni Ja, eins und eins hätt ich so Ja, das ist richtig Nur die beiden Dings, voll OP Ne Halt euch SS Oh mein Gott, der hat dich im herzen Mittel gestartet, oder? Holy crap Hat er jetzt schon zu zweit noch versucht die zu danken? Alter, ich... Morgana, ich hab doch... Ich hab dich beschützt Na ja Was heißt das? Leidt ihr mich? Ja Da hat Nocturne wieder Ja Okay, aber ohne Pils haben wir alles Aber halt Sag ich mich, ich hab nach 5 Wie soll ich von meinem Farm verpissen, die doofe Coo, ey? Wer ist denn 1,5? Oh Leona Ich bin da, Baby. Oh geil. Ja, hau da ab. Ich hab einfach geflasht. Einfach random geflasht. Oh, ist schon witz? Na, immerhin, Morgana. Der hat kein Ulti mehr. Aber Leona hat Ulti. Ist mir egal. Das schaffst du nicht, du? Ich hab grad flashen, Alter. Praktisch erwähnt. Ich hab gleich ein Schild. Nein. Ach, hätt ich doch... Meanwhile, let's bot lane, Babys. Auf Kardock, chill. Ade Curry. Ja. Ich hätte doch, glaube ich, nicht spielen sollen. Aber da war... So komme ich fies. Wieder Kobi. Tch. Oh nein. Da haut er ab. Und wir einfach. Willst du? So ruhig gehen, oder? Ja. Nice. Jetzt hab ich den Chat groß gemacht. Jetzt kann ich ihn auch wieder lesen. Oh, das wird witzig jetzt. np. Jetzt wird spassig. Das wird spassig, dann geh mal rein in die Mutterin. Wenn rein in die Mutterin! What?! Diese Entfernung? Oh, hat er nicht gemacht. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, du wolltest ihn nicht kill lassen. Ist schon eine Krise. Doch, 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 du wolltest ihn nicht kill lassen. Nein, ich will immer wieder keinen kill lassen. Ah, ich liebe diesen Satz. Halt die Klappe. Soll ich dich jetzt Toni nennen? Soll ich dich Toni nennen? Nein! Du bist so komisch. Kannst du mich bloß unter Druck setzen? Steht sie doch nur drauf. Wo drauf? Zu dominieren. Unlocky game für mich. Ja. F***ing Ringer, ey. Besten als diesen Shitjump, ey. Jetzt wollen wir einen Hurricane bauen. Unlocky. Oh, ich möchte auch einen Hurricane haben. Ja! Oh, nice! Super Smite Noctin! Du F***ing Profi! Oh, ich weiß ja, ne? Bleib doch hier! Mann! Mir hat sich freut. Ich glaub der hat da nen Panzer. Wie sie sich einfach schildert, Mann! Oder dich? Loy, Mann! Okay! Oh, komm schon, ey! Oh, komm schon, ey! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, das war gemein! Du bist so gut im Treibst! Ja! Ja, Alter, wie war das? Das RAUFS! Alter, die wollen meinen Tower haben! Ja, das müssen wir auch weiter zulassen! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Team! Auf K! Team! Tauert noch ein bisschen! Unterwegs! Spiel den Tower! Ganz egal! Geht mal! Ich komme irgendwann! Die Minions sind definitiv hoch! Guck mal, wer da ist! Guck mal, wer da ist! Nein, 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 nein! Sieges Gebrüll! Komm her, Miss Fortune! Gib mir etwas von deinen Salz! Auch noch schnell! Was wird alles verkackt? Oh! Ich war unsichtbar! Haha! Okay! Schön für dich! Oh, Katelyn! Kannst du uns mal Freunde bringen, bitte! Oh! Oh, leil! Na gut! Na gut! Dann haben wir auch zu viel Spielen wieder! Serious! Fokus den Tank! Super! Machst du gut! Super! Ich würde ja... Wenn wir was anderes machen, aber... Schöne Holt! Schöne Holt! Machst du gut! Oh, warte! Ich brauche die Mitte voll durch! Ich brauche die Mitte, für dich! Alles Gfey! Hm! Es hätte knappt! Einen habe ich! Hast du Ulti? Oder nicht? Schade! Oh, oh, oh! Du bist tot! Du bist so am Arsch! Oh, oh! Oh shit! Kein Crid, WTF? Ohne Witz, ich hab 50% Crit Chance Und kein einziges Mal gecritet Das darf doch nicht wahr sein Nicht genug Alter Okay, jetzt versuchen wir es nochmal mit 70 Also muss ich jetzt wieder vernünftig spielen, ja? Ich dachte ich kann uns ein bisschen rumtrauen Ah, lucky Der Nukthorn tut mir irgendwie schon ein bisschen leid Der kriegt irgendwie kein Jungle ab von mir So, wir spielen jetzt Sirius Und machen Bot hier Gut, jetzt total Sirius Alles klar, ich push top NO! Okay, das ist okay Ist okay 1,68, der Textspeed ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig Oh 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 Ich dachte, wenn er stirbt Oh lol Ja, das war worst Oh Oh Darius kommt Ja Ja Ja, ich hab da Wie eigentlich, ne? Oh Kelten, hau auf den Tower Würde ich gerne Darius holt Kein Damage Kein Damage Definitiv nicht, ja, ja Hau auf den Liesten Mal Leute, die ist einfach gerade Ja, ich komm nicht mehr weg Oh doch, komm ich gleich Ich hab, ich hab geslowed Tumbo-Gerath macht das, ja, zu weg Aber hey, wir haben den Tower Ja Ja, ich komm mal euch entgegen Und ich nippe irgendwas weg gerade Ach, komm schon Los Tsk Kambake Scheiß Leona Wenn ich wehre Kannst mir mal nicht in die Nähe kommen Sonst schilde ich dich und nicht mich Hahahaha Schilde ich mich? Hä Oh, Ränger, Ränger Zusammen, zusammen, zusammen Der Flasht, Mann Oh, 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 oh! Oh! Was better? Ah, dieses Schild ist einfach nicht oft genug ab. E. R. Komm einfach so hart wieder ins Game, ne? Ja... Hätte ich mal Ari gehabt, dann... Och Karma ist doch scheiße, Leute. Ernsthaft. Liebe, 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 Liebe. Bing, Bing, Bing. Glockenlänge 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 So, Morgana, was hast du da oben vor? Meine Lane-Puschen. Ah, alles klar. Ist okay. Das wäre eh schon voll weit, oder? Jo. Was beschwerst du dich? Oh, nur ein Pod. Oh. Nur ein Gold. Äh, Dragon ist ab. Äh, hier ist ein Darius. Und hier ist auch der ganze Rest. Ich bin einfach mal ein Tag gestreddert, ey. Ich bin einfach mal ein Tag gestreddert. Ja, wir holen jetzt mit erstmal den Inhibitor wieder und dann... Hey, ist noch ein Renge irgendwo. Da ist kein Rückenstart. Da ist er. Hm. Da kommt gleich Golddiff garantiert. Ich kann doch nicht mehr bürsten, ich habe einen Sterakx. Da ist er. Ja. Ja. Ich hab das, dass er. Aber du kannst. Es geht mal. Und dann machen wir es. Ich hab das bereit. Wollte es nicht mehr, Leute. Ich hab das bei mir. Ohhhh... Skadet... Is it ignited? Mhm, klar! Nice! Wenn ich was kann, ist es ignited! Das ist schon mal gut! Catelyn, du was! Würde ich gerne! Oh, lass uns Stop-Land pushen! Gutes Auge, Mädchen! Vielen herzlichen Dank! Ein Problem, gerne wieder! War jemand schneller? Dann bleibt der Red für mich! Pasta! Wir können auch einen Baron machen jetzt eigentlich! Ohhhh... Au! Oh, nein! Auch gut! Goddammit! Hi Tobi! Skid up, Tobi! Hobi! Hobi! Dobi! Alter Renga, der kommt mich immer unsichtbar besuchen, ne? Der dumme Wichser! Jetzt komm ich... Jetzt komm ich... Jetzt zeig ich dir, wo die Ratte die... 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 die Löckchen hat! Ich spiel die Ratte mit der Katze! Oh, Leute! Rasul! Und tot! Oh, Leute, warum sehen die mich denn?! Wie?! Wir haben die mich gesehen! Das war, glaub ich, Glück einfach nur mit der E! Ja, aber trotzdem decken sie mich ja nicht auf! Doch, die Blutung! Ja, aber die E macht ja keine Blutung! Oh, der Autotox! Und du hattest einen Tropfen auf dir drauf! Ja! Du hast auf jeden Fall nur Blutet! Ich blute! Ich hab doch gar nicht meine Regeln! Sicher? Doch nicht! Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ja? So! Hier! Kehn! Kehn! Oh, ihr Blech! Ahaha! Ari! Ari! Oh, komm da nicht hin! Scheiß, Leona pack einfach jetzt mal mit der Ultina! Wirst du mal zu merken! Das ist Darius bei! Ich meine, ich wurde sie gar nicht ganz gut zu probieren! Super! Oh, ich war so lange gestunt! Wovon auch immer! Ach, Leona! Pfff! Sonjaas! Oh! Oh, verstehst du das? Ja! Ich hab mein Ding nicht aktiviert! Oh! 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 Pustet! Hab ich die alle gekillt! Und Darius später! Ach, Tobi, das ist ein Silber-Account! Und man hat mir die einzige Mitte, die ich auf diesem Account hab, geklaut! Und das ist Ari! Du hast doch Support in der Mitte gespielt! Nami! Janna! Oh! 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 Die, die fusten hier aber durch! Weihard? Jo, gehen wir gleich Barron, ne? Ja, hab ich mir auch gedacht! Wir können den eigentlich easy wegschnitzen, den Barron! Die sind sowieso jetzt weg, die haben eigentlich keine Chance, den zu nehmen! Warte mal! Ich bin mit dem Ball noch nicht hundertprozentig zufrieden! Weil, sobald ich jetzt... Ich baue ja sonst... Mein altes Ball, da hatte ich ja cooles S drin, aber da hab ich halt den Burst nicht drin gehabt! Ja! Ist die Frage! Weil ich brauche zum Beispiel unbedingt einen, äh... Hurricane und ich brauche Infinity Edge und Jumus eigentlich auch! Vor allem, wie ihr hier nicht seht, dass hier ein Pink dran stand, ne? Ja... Einer hat nix, wir müssen trotzdem uns reinhauen! Ich will ihn einfach nicht nehmen! Äh, Toni? Bottas Farm, wenn du willst! Ich war unterwegs! Ja, nur etwas! Was wird das sein? Ach, knapp, schon geht's schon! Ich komm noch mit rein! Wo mach ich? Geh ich irgendwas? Wir können einen Dragon nehmen! Was ist das für ein Dragon? Habe ich noch gar nicht geguckt! Ist doch egal! Oh! Elder Drake! Oh, das ist der Dings! Schönes Wort, schönes Wort! Finde ich gut! Jetzt kommt die Blöste rein! Bist du dich grad einschleimen bei mir, oder? Ja, wenigstens kann er smiten! Dann geht der YOLO rein! Und... Jo... Alles klar! RENGA! Ah! RENGA, die Pussy! Oh, Twitch! Wo bist du hin? Und? Wow, das ist... Natürlich... Nicht zu schön! Ja, ich wurde von der Leona komplett... Ich... Ich baue anders, ich baue Qsless. Und... Ich hab keine Lust, die Runde zu verlieren! Moveless! Das geht ab! Hallo Synax! Ich hab auch keinen Lifestyle drin, ne? Oh! Movi und Synax! Hallo! Danke! Ey, wir hatten halt wirklich beides, ne? Baron und Drake! Das kann nicht sein eigentlich, ne! Geht gar nicht! Hallo Qasatracks! Und hallo Pics! Das geht ab! My Boys! Ah, Nocturne ist gleich ab! Oh, Ari ist auch da! Das ist natürlich negativ! Nocturne ist da! Einfach killen, 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 killen! Oh, GG! Okay! Ja, aber was willst du mit ner Scheißkammer machen, ey? Ari ist halt tausendmal stärker! Was war... Was war lange nicht mehr bei der lieben Wandi? Ja, das stimmt Qasatr! Aber, ähm... Ja, sie hat auch ziemlich viel Counter-Strike gespielt und deswegen... Ähm... Ich weiß nicht, ich find Counter-Strike nicht so interessant. Deswegen war ich bei eh nicht mehr drauf. Ähm... Hab dich schon vermisst! Auch Qasatr! Ja! I'm new! Hehehe! 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 Weißt du warum ich so schlecht gespielt habe? Ich will keine Musik mehr anmachen! Serious Gaming! Ey! Das liegt! Ertrag das nicht! Wir haben verloren! Hehehe! Hehehe! Are you ready for? Ready for? Ready for? Ready for deine Rolle auswählen? Hast du gut! Jaaaa... Chill! Der Spike gefällt mir nicht hundertprozentig mag! Ich mach halt übelst Damage, aber... Ach Max, das ist böse sein! Keine Frage! Sie zählt vor! Mumpfkuchen, ich hab mit dir gesprochen! Du hast mich dann ignoriert! Bald Mumpfkuchen wieder ein Nabelser! Ja, Mumpf! Wir spielen gerade mit Smurf, also ich zumindest, und der Sofa! Hey, das fällt gar nicht auf, dass ich die Waffe habe! Wir wollten den Brownie eigentlich carry'n, aber dann kam Kammer mit! Vielen Dank fürs Glückwünschen und guckt doch mal nebenbei bei Glöckchen auf dem Stream! Ja, hier! Sie spielt auch gerade! Ich spame den Link! Guckt mal drauf! Hinterlasst ein Follower und type sie an dich! Dann fang ich auch an zu streamen! Kannst du ja bei mir einziehen! Dann kannst du es! Ja, ich sprech mit Synax, weil er keine geraten Striche meinen kann! Das ist so, wo ich bin! I will still be motrásso! I will still be motрасso! Gauuuuin! glüüüüüüüüüüüü �! Oh, Baby! Alter, ich hab ein Standbild bei dir und du bist grad so in so einer sexy Pose! Ey, wer ist denn der Coco? Seit wann ist der Mod? Hallo, wer ist das? Was? Ich hab... Du hast mich auf Standbild und ich habe so eine sexy Pose! Dann kann es ja nur troll sein! Ich mach gleich ein Screenshot und häng... Lass mich das dann ausdrucken! Nämlich. Ich will das an jeder Wand. Aber wenn dann... so. Aha. Aha. Wo bin ich eigentlich? Müde. Nice. Der Goku ist bei Toni auf dem Stream, oder was? Das ist der Nico. Das bin ich, ja. Nur ein Goku. Hey, ich bin der coole Synax. Ja, das stimmt. Das wirst du. Der mit den geraden Strichen. Ja. Nein. Nicht wirklich. Pssst. Vielen Dank fürs Followen. Ne, halt auch. So, sie alle gut rissen. Herzlich willkommen. Ich denke schon wieder mit. Himmel Mokoku. Ich würde dich ja jetzt herzlich begrüßen, aber du hast mir mein Thron gestürzt bei meinem Brownie. Quatsch. Mit meinem Herzen bleibt es nur du. Ist es ein Weibchen oder ein Männchen? Das Gurulein. Das ist unser Nico hier. Weiblich. Hahahaha. 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 Haste wieder nicht aufgepasst hier. Haste wieder begrüßen auf jeden Fall. Hiiii. Hiiii. Du musst aber den Handtouch dazu haben. Ja, hab ich. Hab ich voll. Hey, der Stream geht nicht. Hey, warum geht der Stream nicht? Natürlich geht der. Natürlich geht der. Ich hab doch gerade Hiiii geschrieben. Ne, aber der Cinex schreibt. Der Cinex schreibt mein Stream geht nicht. Was, was soll ich schon bannen hier? Wayne, bitte. Was? Wayne. Okay. Was? Ich wollte ihn doch auch nicht durchspielen. Nein, scheiße. Hahahaha. Der Stream von ihm geht nicht. Da hängt oder so. Was? Also beim... Achso, okay. Banier ist auf Standfeld. Ich sag zu dir, was willst du bannen? Und sag dir, bann mal Swayne. Du bannst Yasuo. Okay. Der ist Swayne oder nicht? Das ist nicht Swayne. Nein, nicht Wayne. Swayne. Und sag dir, bann mal Swayne. Swayne. Und selbst dann hast du immer noch nicht Bane gewonnen, sondern Yasuo. Hahaha. Holy shit. Und das ist definitiv kein... Keine Identität zwischen... Yasuo und Bane. Oh, so nice, man. Oh, das wird ne Kammermitte. Ich seh das. Die, die hat meine OP-Nis erkannt und will's jetzt ausspielen. Also ich hab auch was. O-P-Nis? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! GG! Hahaha! Jetzt kann ich nicht mal Kammermitte spielen. Hahaha! Komm mal mit. Ah, alles. Ähm. Wow! Officer Caitlyn, vielen Dank für das Gift, Diplo. Vielen Dank. Ähm, awesome. Wirklich awesome. Ähm, willst du deinen AD-Curry gehen? BB Black. Ich hab ja nicht mal einen AD-Curry hier. Sag schnell! Pick AD! Ich hab keinen hier. Ich hab höchstens Sibi und die spiel ich wie, äh, ja. Äh, wenn du willst, kannst du top gehen, wenn du irgendwas für den Top hast. Vielleicht auch mit dir spielen, fast schon. Okay. Lissi, ich glaub du kriegst den, auf dem nächsten, äh, am nächsten Game kriegst du mein Account, da hast du 6 drauf. Das, das, das kann ich, das, das, die Champions-Select krieg, da krieg ich immer einen Champion, äh, äh, krieg ich immer Herzinfarkt. Ich könnte auch mal LeBlanc ausprobieren. Spiel doch LeBlanc. Ja, Mothcook empfiehlt auch gerade. Kannst du Twitch spielen? Hab wir heute eine neue Maus gegründet? Nice Synax! Ich hab... Ich hab... LeBlanc ist kommin. Aber Synax ist mein Stream geht. Also jeder kann ihn gucken bis der... Oh, jetzt. Okay. Super. Freut mich. Hm. Okay, Ali. Why? 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 Okay. Also... Ich sag's euch nur, ich hab LeBlanc seit Jahren nicht mehr gespielt, ne? Also ich... Ich weiß nicht, wie schlecht ich mit ihr bin. Ich sag's euch nicht mehr schweißer. Oh, wie sich alle freuen über LeBlanc, ey. Okay, ich hol mir noch schnell was zu süffeln. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Ich klauere den Gedanken! Hier ist die Bank. Bezeich. B decreases. Du kannst zum Ra mesh! Auf geht es! 又 май Minute live! So, jetzt werdet ihr die schlechteste LeBlanc aller Zeiten sehen. Mampfkuchen, ich ignoriere dich nicht! Oh Mann! Klöckchen, halt! Ganz dalle Knüppel! Warum picken denn alle Ari? Ich weiß nicht. So, dann fangen wir mal mit dem Hüpfen hier an. Oh, ich bin gehüpft. Oh, ich hab den aufgesagt. Ich hab fast alles gekriegt. Ne, ich bin bei Glöckchen. Oh! Der Dieb sucht immer bei Glöckchen als bei mir und dabei hab ich den doch empfohlen. Glaub mal, er will nur sehen, wie ich voll abkacke mit LeBlanc. BB Leila! Die Range ist aber gar nicht mal so groß von der Will. BB Leila! Ari will mir wehtun! Bitte hilf mir! Ja, von mir aus kann ich den Account aufnehmen, dann gehst du, keine Ahnung. Dann nimmst du den Account von mir, da sind wenigstens alle Chimes auf. Ach Quatsch, alles gut. Es wird ja irgendwann mal möglich sein, dass ich Ari kriege. Das Problem ist halt nur, ich kann mit keinem von euch tauschen. Das ist das größte Problem, sonst würde ich ja sagen, pick mir einer, Ari, weißt du? Ja. Gut, dann geh ich eben auf Support. Supports hast du ja auf dem Account, dann pflicke ich dir Ari. Nö, das musst du nicht machen, spiel mal deine Mainlanes. Ich mach das schon irgendwie. Ja, Support bin ich auch gut. Das mit Karma lieb ja eben eigentlich auch nicht so schlecht. Okay, ähm, ja, D-Blue, da du bei ihr auf dem Stream bist, dann, ähm, nochmal vielen, vielen Dank für den Officer Catelyns. Wirklich, wirklich lieb von ihr. Von wem hast du Officer Catelyn bekommen? Von D-Blue. Ohhhh! Die Blue, du Lümmel. Das ist voll die. Also jetzt bin ich bei euch beiden. Cool! Freut mich. Ich kann fahren mit LeBlanc. Oh nein, Ari ist Level 2. Lauf! Sie ist Level 2. Sie will mir wehtun, ey, ohne Witz. Ich spüre das. Ja, die Kamera tut mir hinten auch mehr. Mäuschen, so läuft das ja nicht. Ah! Good job, mate! Oh, das hatten wir ja vorhin auch schon. Oh, Slip Long, easy, ne? Easy! Halbes Leben, ja! Ohhhh! Damage, Karma! Please! Oh, wow. Out attack, chance gegen Kur. Oh, wow. Den sie nur banieren. Oh, oh. Alter. Diese Geeps gehen crazy hier, holy shit. Okay, ich kann doch nicht mit Dings farmen, aber das ist kein Problem. Hm, jetzt hatte ich den Damage geflischt. Das freut mich. Unlucky, mein Mikro war nicht richtig drin, dass ich gegen ihn kann. Ja. Gott sei Dank. Ist doch so schön ruhig. Ich hab dich auch lieb. Alter, da komm ich doch gar nicht hinterher, Junge. Ich glaub alle Frauen lieben, wenn ich euch getrunken habe. Wow. Dich auch, Toni. What? Wow, hat er nicht gedacht. Oh, wow. Farming Skids, okay, klar Diplo. Geil, wa? Hier, guck mal, mit meiner Kette sogar. Oh, lol. I'm too strong for this bitch. Lol, der ist geflasht! Brownies, soll ich von Layla fragen, wie es dir geht? Mir geht's gut, und dir? Danke der Nachfrage. Hier versteckt die gute Buschi. Oh wow, Mampfkuchen sagt er immer noch, dass ich ihn ignoriere. So ein Kacklapfel. Ja, ja, jetzt ärgert er. Und BB Mais Lava. BB Mais! Let's do some Pop-Cop, baby! So, Leblanc, Main, zurück. Boah, nice, ich hab sogar mehr Farmen als die Arena. Boah, Alter, ich bin so göttlich. Boah, auch 21 Farmen. Guck mal da, Kette! Oh, will sie nicht haben. Ist natürlich unlucky. Ach, nicht doch. Holy shit. Get the fuck off, babies! Meine Fresse! Lady-Bot? Boah, Shivaner-Bot. Huuuuh! No Mana, sorry. Ja, dann mach dich in die Base. Alter, aber zackig. Ich kann so nicht arbeiten. Oh oh. Oh ja, ich seh's gerade. Wie kann ich mein Double? Ah, so. STG? Bei der 4? Ja, hab ich auch. Hab ich auch gerade... ...herausgefunden. Oh, Leblanc ist so squishy, ne? Heftige Pussy, Mann. Ach. Och Mann, wir hätten Ari töten können, aber ich hatte kein Mana. Oh, unlucky, unlucky. Okay. Okay, Shivaner-Camp-Bot. Das ist schon ziemlich funny. Mit wem's pre-mated? Ich hab mir gar keinen. Okay. Mach mal das anders. Ahahaha! Mein OP-Nes hat gesiegt. Ich will auch. Fuck. Hm. Ah, dieser Pog. Hast du sehr schön ausgetrinken. 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 Okay. Also Leblanc erfordert wirklich viel Skill. Ja, ja. Wenn du das sagst. Auf jeden Fall. Er kommt recht früh. Oh Mann, ihr Leute, ihr hasst mich ernsthaft. Nein. Kein Problem. Ich werde da drüber stehen und nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Nein. Ist okay, wir sind ja unter Mädels. Ich weiß. Leila sagt, sie weiß, dass du vieles Brownie, du sollst damit aufhören. Na, noch steht da 0, 0. Oh, das hat sie nicht gesagt. Oh doch, das hat sie gesagt. Aber ich schliefe jetzt, wenn sie das sagt. Nächste Runde noch Support für dich, Toni. Gut. Okay. Oh, ich werde gekinkt. Pass mal auf. Ahahaha. Oh Gott, bin ich so OP? Okay. Kann man Top-Lane was machen? Ja. Wie kannst du alles machen? Oh mein Gott. Das Problem ist hier so, dieses Ding, das spottet mich. Auf das ist sowieso nicht, oder? Das ist sowieso nicht, oder? Versteh ich nicht. Die Ravenshade 02 hat noch nicht gelieft. Es gibt manche Menschen, die geben nicht direkt auf, weißt du, so Never Surrender und so ein Scheiß labern die dann. Ich bin dann immer wieder hier. Freut mich. Willkommen bei mir in Synax. No Caps, please. Aber aggressiv. Ich weiß nicht warum, ich komme immer auf diese scheiß Caps-Taste und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Das ist fast wie eine Krankheit, gegen die man echt nichts machen kann. Ich komme botlane, ich komme botlane. Ich komme Mitte. Ich habe keine Chance. Die Sonne hat das Damage ohne Ende. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Chance. Was für ein Versuch oder? Oh, du kommst auf eine Quad. Ne, da war eine Shyvana, die hat mich gespottet. ... ... He's climbing Ja, wahrscheinlich Du kannst die Taste rausreißen, was? Was für ne Taste rausreißen? Ich weiß schon, dass ich mit der Kette Stun ja... Das ist mir wohlbewusst, Leute Aber die muss ja... Erstmal ein bisschen sitzen Die Kette muss ja erstmal... Sitzen? Die Kette muss sitzen Ja, du machst ja den Spell Und dann... Musst du, ich glaub nach zwei Sekunden Stun sie... Mh 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 An die Kette! Zurück in den Keller! Oh oh! Diesen Alkohol schmeckt! Nein, er hat mich gehealt, ja. Sag mal, ade Curry, kriegst du noch was mit? Ich war gerade damit beschäftigt, Fast Illusion zu killen. Okay. Aber er hat gehealt. Ich hab nicht genug Skill für sie. Wow! Ah, fucky my lifey. Oh, wäre ich mal Botland, das wäre 3 Killed, Mann. Mhm. Ja, keine Ahnung, also irgendwie krieg ich die wesentlich gefilte, sorry. Scheiß Lockers, sag wo für Speed ist. Verdammt. Ja, aber auch nur weil du gerade zuschaust, extra für dich. Also ich Fide nicht. Alter, würdest du dich mal da weg bewegen? Holy shit, bist du kacke. Alter, was auch immer du da machst, ey. Das ist echt ein Bild. Wow. Doppeltes Kälzer. Okay, Ari, keine Ulti mehr, nur mal so. Ich hab mal für dich zwei. Konzentration, 80 waren 15 Minuten, zu wenig. Danke für das scheiß Wort. Hey, besser ist gar keine so wie du. Ey. Diskutierst du hier gerade mit mir? Nein, ich hab's aufgegeben mit Frauen zu diskutieren. Weil entweder du hast Unrecht oder sie haben Recht. Nein! Nein! Vier. Drei. Zwei. Eins. Zwei. 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 Report Jinx, Afka Report Jinx, Afka What?! Bist du müde? Geschlafen? Nein, bin ich nicht Wow, warum bin ich zu müde? Stimmt gar nicht Wow Müde ist SS Nee, ist tot Oh baby Oh nice Vorsicht hier, wenn er kommt auf top Okay, vielleicht auch nicht Gerade beim Harald Schon wieder? Hm Ich weiß noch nicht Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr Oh, diese Shirwana Ach man, ich kann jedes Mal base gehen Ich auch Die Kamera macht mich irre Die Kamera macht mich irre Ich weiß nicht Um Smurf zu spielen Ari kommt, Spotland Ihr solltet da einfach weggehen Alter, du hast kein Mana und der Tower ist fast down Kannst dich endlich mal verpisst da, holy shit Musel Ist doch schrecklich Boa Bei dem Items Bild kann ich mir schon einiges vorstellen Ok Brain Ich hab das mal Ich hab das nicht Uhhh Katz dich nicht an, Uhhh 580 Damage Hälfte Damage L Ich schau dir in die Augen, Baby du bist Twitch, da ist noch ne Ari Ja, ich komme Das antwortet nie, deswegen bin ich bei dir Ob ich meine Ullskillen könnte, hab ich den Oh, die scheiße, die Topgen geht down, du Ich weiß es egal, die steht in 4 oder 5 oder 5 04 Ja, aber trotzdem pushen die besser als 4 Ja Ein Tower Behind Und mittlerweile auch ein Drake Und den Baron Buffett, den auch immer gekriegt hat Und was auch immer die Sonata schon wieder in der Mitte macht, Alter, holy shit Wir haben kein Ding gekriegt, den haben wir abgebrochen Wir haben Harald nicht gemacht? Nein, den haben wir abgebrochen Okay, dann beim Eintland Chill mal ab, du Opfer Wer ist diese Toplane, kann ich ein Kind von denen haben? Nein Ich auch bitte Oh, das ist ein Feuerdrache Der Middles, ich komme da nochmal dazu Die machen den, by the way Ich bin mit Feeden. Oder? Ne, scheinbar nicht. Ne, ne, wir haben sie eingeschittert. Die warten auf den N-Gage. Pass auf, Shibana kommt jetzt raus mit Ulti. Und, oh. Oh, lecker. Oh, nice. Nice! Oh! Hat mich ja schon fast gekitzelt. Ja, ich sag, die ist High-Skill. Aber im Moment haben wir den Drake bekommen, also... Ja. Ja. Guck, sie bemerkt das noch nicht mal. Na, das... Was denn? Das war nicht schlimm. Ich möchte nie wieder in meinem Leben LeBlanc spielen. Ich find's lustig. Ich bin einfach zu scheiße mit dir. Na, na, na. So, ich wenigstens meine Infinity-Age bei dir, ey. Die ist noch scheißerer. Scheißerer. Ach. Vida lalalik. Vida lalalik! F � fuuuck! Easy. Oh man, ey, ich find sich auslösserlich, shit. Aber ich bemerke dich, Liss, ich bemerke dich. Du bemerkst mich? Äh, Leila. Alles mit L, ey. Schrecklich. Ich bemerke dich sowieso. Danke. Nein, ich bin... dann. Dick ist kacke. Nein, ich brauche mich inventiert. Das ist gut. Oh, warte mal. War das gerade Bronze? Der war's. Und ich fixe mein Drinkit nicht. So viel zu tun, so viel zu tun. Aber das geht sich scheiße. Wie die Sona hier den Farm klauen will, ne? Jo. Ups. Die ist auch scheiße, guck dir ihr Itembild an. Äh, wow? Ja. Jetzt weißt du, warum ich unten verloren habe? Man down. Äh, warte. Ist doch alles das gleiche. Ist doch alles das gleiche. Brauchen sie denn alle toplay? Spass mich? Äh, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben gefeatet. Ich bin jetzt AFK, ne? Ich hab einmal gefeatet. Ich bin raus. Sia! War schön mit dir. Ja, lucky, dass ihr in der Zeit vier Kids geschafft habt. Ich hab noch ne Kette. Oh oh. Pass auf, die Rhythm ist gefeatet. Ich bin zur Bronze. Aber hey, wir haben Tauer gebast. Entschuldigung. Los auf euch. Nis ist der Nerv-Türt und aus anderer Perspektive. Was? Nis ist ja ne- Ooooah! WTF. Was denn? Oh wow, Leila. Fick dich. Jetzt gehts ab hier. Liebe! Ich glaube, ich habe nie gesagt, dass der Block einfach ist, oder? Da schubt der Block einfach. Oh Mann ey, der Checks nimmt mein Farm. Scheiß Ratte. Aber was habt ihr? Nee. Hi. Hi. Wer pinkt da hin? Los, friss meine Kette. Warte. 10 Sekunden. Die Schirvana ist nicht gestorben. Dabei war es so viel. Ich weiß nicht, dass er nicht gebildet hat. Aber ich würde mal top pushen, wa? 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 Ahaha. Kann man hier auch Reports sammeln? Nein, noch nicht. Aber ich glaube, das dürfte ich auch nicht machen, weil das Lizzy's Content ist. Reports. Was? Ich müsste mir was Neues einfallen lassen. Hier? Nee. Gut. Ich will das noch machen, geht doch. Ja, natürlich geht das. Aber warum? Das ist doch... Das wäre ja nichts Neues. Was? Äh, äh. Das denn? Ja, vielleicht wäre es dann mit dem Dreck lieber rein. Also meine Kette treffen kann ich schon mal. Hm. Dann lass uns Bronze Token sammeln. Okay. Ich wünsch dir eine gute Nacht. Bitte? Bei mir wird's in Zukunft Bronze Token zusammenrufen. Aufgrund Laylas Empfehlungen. Okay. Super Idee. Ich muss dann nur noch den Hangbond runterladen. Hatte leider keine Ulti, auch sonst hätte ich sie töten können. Ja, ich war auch gerade noch überlegen, aber ich sehe sie nicht mehr. Ah, okay. Ich kann mal das wieder helfen. Okay! Okay! Random Baby, random! Gotcha! Wie findest du die neuen Skins? Also... Kindred finde ich richtig cool und Fizz finde ich richtig cool. Ey, unbedingt. Der Fizz-Skin ist Holy Shit. Ja, der ist richtig geil. Alles klar. Du sollst Popcorn bei dir sammeln lassen. Und bei 1000 schickst du der Person dann eine Popcornpackung. Sagt der Mais-Lover. Hm. Klingt verführlich. Oh-oh. Das war Bronze. He's a trap. He's a trap. Wow. Ich bin schon ziemlich begeistert von mir selbst. Niiiicht! Niiicht! Oh Gott! Oh Gott! Und Tarvenna? Weiß ich gar nicht. Ich habe den ingame noch nicht wirklich gesehen, wenn ich ehrlich bin. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe den auf Youtube mir angeguckt, aber... Okay. Also ich finde ihn geil. Ich würde ihn auch... Ich würde ihn auch unbedingt haben wollen. Von Shyvana habe ich bisher nur den Black-Dragon-Skin. Also den schwarzen Skin. Und den Championship. Shyvana. Weil bei Championship Shyvana finde ich auch geil. Die Drachenform sieht einfach so epic aus, finde ich. Oh, I can't help myself. Diese Sona macht einfach gar nichts und ist auch einfach gar nichts. Sie pusht die Mitte einfach solo. Oh, was macht ihr da unten, Leute? Oh, ihr creedet schon wieder. Warum? Ich habe creedet. Ja. Aber warum sind die Dings nicht gestorben? Ich habe keine Fußes gehabt. Okay, ich kill jetzt die Dings. Gut, gut, gut. Das war gut, das war gut. Das war gut. Oh, haltet du noch ein bisschen? Oh, scheiße. Ja, Sona. Good job. Schön, dass du AP gehst. Du kannst das schaffen. Oh, warte. Oh, LOL! Ja, liegt du hier? Ich glaube, das ist ergeblich, ey. Eindeutig. Kann 0 dir getroffen. Ne, Shyvana. Kriegt ihr nicht das nicht. So. Oder Eis. Meloneneis sammeln. Okay. Ja, Sacklis, die wird dich nur noch hosten. Oh, Viola. Wenn man bei mir Meloneneis sammeln kann, wirst du mich dann dauerhaft hosten. Oh ja. Ich liebe Meloneneis. Viola Lilac. Viola Lilac. Ach, den bei dir. Oh, ich wollte gerade sagen, die passt so gut zu meinem Stream. Viola Lila. Oh. Okay, also die nächste Empfehlung, ne. Wegen Lila Name. Oh, falsch. Warum empfehle ich mich eigentlich gerade selber? Warum habe ich eigentlich gerade meinen eigenen Stream kopiert? What the fuck? Ich habe mir mal einen Account gemacht mit Violet Violin. So habe ich den Account genannt. Wie geht's dir, Viola? Erzähl mal ein Stück. Hallo Jengs, komm mal her. Oh. Nö. Ich wollte dich anketten. Wow, wow. 3. 2. Nein. Oh. Die sind zu viel. Nein. Ich würde ausgeben. BOOM! Ausrasten! Ari, 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 Ari! Short call, short call, short call, short call! Bane! Und weiter! Entschuldigung, Minion. Okay, hat mich gerade. Gut. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was ich gedacht habe, aber ich habe es jetzt bekommen. Toll, einmal geschildert. Äh, gekettet. Oder einmal reingesprungen? Weiß ich nicht. Irgendwas. Hui! Au. Ja, also LeBlanc ist so wirklich, äh, ich bin einfach zu scheiße für sie. Man muss es einfach mal so sagen. Ähm. Weg? Oder Over-Stand. Over-Stand klingt gut, ne? Oh oh. Ja, oh oh. Geh mal verrecken, Sona. Ich stelle mir das gerade so Conoröst vor, wenn sie das schreiben. Ich hab Sona sterben lassen. Das ist keine Warte. Ich geh botlane. Danke. Okay, vielleicht kommt sie. Bei der Kalle muss ich nicht. Ne, hab ich schon probiert. Kindlein, lass dich drücken. Oh ja. Ja. An die möchte ich aber gerne gedrückt werden. Keine drücken. Vorsicht, das sind drei Worte. Ähm, also. Ich denke mir gar nicht zu. Es scheint so... Sie erklärt mich, hab sie dir. Wow. Wer will ne Ari Fiend sehen? Hm, ich. Nimm euch klein, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein. Grüß Ari, dein Charm ist out, du bist bist tot. Wer hat wirklich mit dem Charm gemacht? Oder auch nicht. Keine Ultimear, egal. Was soll denn machen denn zu? Nein, du verpiss dich. Wir gehen jetzt... Oh, Jack ist tot. Jack ist tot, Alter. Was ist ein Zufall. Slim Hero, hello, baby. Macht ihr, macht ihr Baron, ich halt... Grrrr, grrrr, grrrr. Ich tu ein... Ich hab ihn sicher. Oh, leil. Den hat's wirklich! Den will ich. Oh, leil. Warum macht ihr keinen Baron? Ja, weil Jacks ich das? Wir brauchen zwei. Los, jetzt, 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 jetzt. Go, 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 go! Was ist da los? Oh, oh. Karma will mich. Karma will mich. Oh, oh, oh. Brick mich nicht. Karma, baby. Hallo, Bagba. Hallo, Bagba. Nein. Und Mitte push. Nee, bot. Oh, 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 oh. Oh, Christian. Sind das die Jukes? Ja, wir pushen vorne, mit dir gleich. Oh, mein. Oh, doch nicht. Ist das der Chase? Ist das der Chase? Mit weh? Nein, bloß nicht, darauf hat sie gewartet. Oh, 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 oh. Das Kamera verschwindet. Hm. Hm, das war nicht. Da müssen wir hier ein bisschen lösen, dass da ist. Na, top pushen gehen, wa? Egal, das war... Ich komm mit top lane. Okay. Glöckchen kannst du immer singen? Nee, lieber nicht. Das ertragt dir nicht. Oh doch. Oh, Slim Heroes, sorry, aber ich bin heute irgendwie ziemlich arschig, was den Chat angeht. Irgendwie bin ich heute behindert dafür. Es tut mir echt leid. Ja, weil ich mich immer wieder bei dir bin. Arin holt. Was? Na total. Ah. Na, oh Gott, ich bin so gut. Einfach Knöpfen drücken, lalalalalala. Spür, die macht der Kette. Spür, die macht der Kette. Ah. Ah. Oh mein Gott. Ich hab getötet, Leute. Hilfe. Hilfe. Yeah. Mate. GG. Die Blue. Aber ich muss sagen, das mit dem Outplay bei der Riven im Jungle eben. Es war so lucky, dass ich... Ich hab einfach nur Knöpfe gedrückt. Und dadurch bin ich auf meine W zurückgesprungen. Normalerweise hätte ich das nicht geschafft. Ja. Level 5, really? Mhm. Kiki! Auf ein neues. Oh, ist der in Weid. Oh, echt. Und ich bin jetzt LeBlanc, Main, ne? Okay. Bist schon 5, ja? Ja, naja. Koni, das ist ein Support für dich. Das spieggut. Warum müssen wir jetzt 4 sein? Müssen wir? Ja, ich hab ihn versprochen gehabt. Ich kann auch liefern. Und dann spieg ich ihm die blöder wie du. Ah. Das spieggut. Warum wirst du gleich so zickig? Weil ich ein Mädchen bin Weil ich ein Mädchen bin Laila, du warst verdammt böse, ich ignoriere dich, natürlich Soll ich die Daten checken oder möchtest du die nicht dabei haben? Ja, ich bin gerade Ich bin doch gerade dabei Abschauen Easy Easy Oha Spam Rayman Habe ich mir extra die Mühe gemacht, das rauszusuchen Okay, warte mal, warte mal, warte mal Laila sagt, sie war nicht böse Welcher Champ ist das? Kurukuru, das ist der Asi Laila, ich zeige dir nur, was du geschrieben hast und das war sehr böse Du gehst auch Was meinst du mit meiner... Mit deiner knuffigen Zeichnung Welche... hä? Das ist Kindred, das erkennt man doch Nacht Das erkennt man eindeutig, das ist... Toll, jetzt bin ich Jungle und First Pick, ne? Ich möchte einmal Aris spielen Ja, als First Pick bist du dann ja ganz gut dabei Ist das Abi? Oh, ähm, ja dann geh du, ähm, bitte Oh! Ich gehe Jungle dann Nico? Ja, das ist Abi Ah, okay User was moved to your channel Hallo! Hallo! Hiiii 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 Der ist ja gut Okay, jetzt bist du erleichtert mein Süße Aha! Aha! Sag mal Toni, kannst du überhaupt mit das Spiel? Ich hab doch gesagt, du kannst Ari gehen Ich bin im Jungle Ich bin gemeingefragt Ja... Kannst du auch Junglen? Ja... Du hast mich doch mit Voli, wäre auch schon im Jungle gesehen Du hast auch im Studien Ich weiß, bin ich zumindest der Meinung Haaaah Äääh... Ich weiß nicht, was ich mein soll Sway Lass mich mitmachen. Nein, bitte. Ja, dann hol den Silberkord. Wen spielst du? Weiß ich nicht. Wen willst du denn, dass ich im Jungle spiele? Okay, let's go, Kindred Kappa. What? Ben! Kindred ist gebannt, leider. Kindred würde ich auch gerne spielen, aber... Ja, auf meinem Bekanum könntest du alles spielen, was du willst. Aber Maislava, warum fragst du, was ich mit meiner knuffigen Zeichnung meine? Diplu, was soll ich denn deiner Meinung nach spielen, hm? Amomo. Amomo. Was soll ich denn spielen? Okay. Was soll ich denn sagen? Alles klar, Laila, gute Nacht. Warum fragst du... Oh, okay, jetzt höre ich. Lupe ist jetzt nicht mehr in der Mitte, wahrscheinlich, ja? Kartos... Oh, komm schon. Ich bin Lupe. Alles klar, Maisi, dann gehöre ich jetzt dir, wenn Laila nicht mehr da ist. Boop, boop. What? Full Machine Victor, wow! Vielen Dank, Diplu! Oh man, dann habe ich jetzt wieder eine Menge einzutragen hier. Oh man, das trage ich auch gleich mal in Panels ein für Skins. Dann habe ich das schon mal gleich... So, Panels bearbeiten... So, das ist Ginz. Laila... Das ist ziemlich verwirrt mit 2 Streams. Wow. So... Full Machine... ...Maschine... ...Mhm... 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 Oh, noch... ...Leute, ich komm... ...und Thunderlord Volleyball... Holy Shit, Volleybearskin, alles klar! Volleybearmade! Incoming! Gut! Easy! Let's go! Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er! Oh mein Gott! Und dann noch so'n geiles... Oh, 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 oh! Ist er geil! Vielen Dank! Frag ich auch gleich ein! Drive-By-Bear... Die Laila bleibt für immer meine Salz-Sammlere... Wie... Wie hieß das Gin? Warte? Thunderlord... Loy! Okay, wie die Maseri... Ja, Thunderlord Volleybears... Nein, nein, nein... Da ist Drive-By Volleybear... Aber nicht! Na, dann sag ich mal... ...Funderlord, ne? Volleybear... Und wieder... Zack! Deep... Blue... A day... Blue... Doppel-H... So, und der Officer Catelyn Skinner war auch noch von dir... Weißt du... Ich wollte letztes Mal was tun, aber... Was sag ich dir privat, Baby? Hm... Ich stehe da hoch, ey... Privat schreibst... Weißt du... Da spiele ich jetzt grad einmal Arya mit... Und träg gleich so einen hässigen Count an die Fresse... So eine dämliche Lux, ne? Bester Skin... Ja genau, Deep Blue... Das seh ich genauso... Pfff... Saugeil... Oh, warum hab ich den Runcam drin? Das ist nicht der Skin... Den... Hallo? Ich hatte den ausgewählt... Ja... 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 Echt? Lol... Ich muss einfach mal Level 7... Hm? Das ist 6 oder 7... Das ist 6, ne? Das ist 6... Oh man... Ich hab auch auf keinem Account irgendwie 6 oder 7... Okay, ich spiel zurück... Ich spiel zurück... Ich spiel zurück... Ich spiel zurück... Oh scheiße... Pfff... 7 ist klar... Jetzt hab ich vor lauter Skins vergessen... Machst du mich zeitbar... Ahhhh... Okay... Ja... Der Drive-by-Bear... Wow... Ich liebe diese Frau... Awww... Sag doch mal... Hm? Tony... Reiß dich zusammen... Dachtest du es wär was? Nein... Ich liebe diese Frau... Yeah... Könntest du den Namen dahinter setzen... Weil es könnte sein, dass du... Insgeheim doch eine andere Frau meinst... Papa... Ich hab meine Mastery nicht geändert... Die ist noch von gestern... Papa... Ich liebe meine Lisi... Ich liebe meinen Mana-Anschild... Geht doch... Hahaha... Fantalle... Hahaha... Wie sie schreit... Oh Mampfi... Du bist ja immer noch da... Nee... Ich wollte das andere los... Und Mampfkuchen... Du darfst für immer mein Mampfkuchen sein... Ja... Boah... Papa... Auf kam... Vielleicht geht's mir Freund besser... Ich gestirre meine Gefühle und sie geht mir frei... Auf kam... Nein... Hallo... Ein Mampfkuchen... Wir können Kuchen mampfen... Muss ich ja White Step holen... Alter... Wissen geben... Aber der ist salzig... Und nicht Zucker... Ich ess keinen Salzkuchen... Hallo... Ist das Kuchen? Ich ess auch keinen Salzkuchen... Nur Zuckerkuchen... Weiss ich meinen echt keine... Weißt du... Was sogar richtig witzig ist, ne? Ich glaube M12... Bester Witz war... Ich nenne dich ja Brownie... Und ich bin wirklich verdammt schlecht im Backen und Kochen... Aber Brownies kann ich machen... Und ich kann verdammt gut kochen... Und das nur mit... Heißem Wasser und Schüsseln... Und das nur mit... Kann verdammt gut schlafen... Geht selbst... Ey Niko... Kannst du dich noch an die... Ähm... Miese... Ähm... Eiwurstpfanne erinnern? Ohhhh... Rackkartoffeln... Holy Shit... Die war so wies... Alter wir haben... Wir haben es einfach nicht leer gekriegt... Hahaha... Es war einfach zu viel... Ich hab die ganze Eierkartoffel reingepackt... Wer sie für den Follow? Gucken... Nein... Kochen... Nicht gucken... Hab ich gucken gesagt? Wow... Oh ja ich hab echt miese Kochskills... Maisy... Ich hab leider morgen keine Zeit für dich... Es tut mir leid... Ich muss morgen Turnier gucken... Achso ich dachte du bist bei mir... Hahaha... Wow... Unlucky... So... Okay Lissi... Ich weiß bestimmt... Häh? 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 Wir sollen ein Keil zwischen uns treiben... Hm... Hab ich auch gehört... Spürst du das nicht? Jo... Oh... Erstmal gucken... Vielleicht kommen ja Prox Invades... Man weiß ja nicht... Ne ne... Ich hab gewordet... Ne du... Da hast du nicht gewordet? Ich... Ich... Oh... 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 Ich auch nicht... Nein Schatz... Also der erste Drag ist voll useless... Ist wieder dieser Winddrache... Oh das ist so ungewohnt ohne Skin rumzulaufen... Aber sie... Ari ist eigentlich immer hübsch... Egal welcher Skin ne... Man... Immer kann man ihre Möpse sehen... Mhm... Deswegen selbst... Boah... Ich mag Hunde... Ja... Das ist auch kacke... Och Gott... Ich kann jetzt nicht Lieder aussuchen... Ich muss in die Mitte... Ah... Vielen Dank für den Grab... Einfach immer mittendrin... Reicht? Kein Problem... Irgendwie die... Ich will sich nicht täten lassen... Ja... Ja... Oh leil... Hör doch zu jung... Ich kenn's nicht mit Out-Attacks... Macht man nicht... Soweit... Verboten... Das ist MA... Ball von 2 Graps... Mh... 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 Good Job... Bitch... Wow... Hat sie nicht gesagt... Hat sie nicht gesagt... Aber... Alter Bitch... Ist was Nettes... Nein... Doch... Oh... Sagt sie einfach... Alter... Wow... Okay... Ich bin 70... Ach... Fuck... Ich hab vergessen... Dass die doofe Kuh... Barriere hat... 6-2... Ich hab auch ne gute Barriere... Mh... Mh... Mann... Wenn die Puppe... Guck doch mal mit... Das ist so ein Lobos... Weil... Jungler... Wow... Das hat sie nicht gesagt... Oh... Doch... Das hat sie... Mh... Bäh... 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 Ich geh mal nach hier unten... Ach... Ne... Fuck... Das wird nichts... Ne... So nicht... Ich dachte auch, sie würde ein bisschen aggressiver spielen... Aber tut sie nicht... Sie hat gespielt... Das ist vielleicht... Oh... Wir müssen einen Mist hier... Wollen wir gleich wieder bot... Dann kommen die Israel... Hm... Ich... 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 Au Jetzt reicht, jetzt gibt's den Flash Q Hab ich auch gesagt, es gibt den Flash Q Du bist ein ganz schön greedy Bärchen Mein Name ist Bär, kann ich was machen, oh den Flash Kommt ab, oh scheiße, vielleicht auch nicht Ja, ich werde das auch tun, aber ich muss auch nochmal weg Hast du einen TB? Ne, ne? Das ist die Gleit Ich hab leider keine Passive mehr, sonst könnte ich den contesten Äh, ein Pott raus, dann noch zwei Darauf erstmal ein Zigarettchen Oh, sag das nochmal, Zigarette ist immer Eis Ich muss die ganze Zeit rauchen nach deiner Erotischen Stimmeeinlage zwischendurch Er ist ein Gummibärchen Zwischendurch braucht man Das hat's wieder so ziemlich auf den Boden getreten Erotiker Weißt du, aber was ist da gerade im Chat los? Was, streitet ihr euch oder streiten wir uns gerade und ich ignoriere dich einfach? Ich bin so froh, wenn ich endlich mal einen zweiten Bildschirm hab Ich poke ihn mal nicht weiter, weil er bleibt da Ich bin einfach zu blind für den Laptop Ach, der weiß, dass ich hier bin, der hat gewartet, oder? So sein, ja, oder die Shyvana hat ein Boot da gelassen Bestimmt Wo ist Käfer? Da ist er Ja, ist er Ja, ich komme gleich nochmal wieder Schon geht er wieder passiv, die hat die überall gewartet, alter Ja 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 Jetzt mal unten gucken, was da steht Ich bin zu spät Oh, scheiße Ich gebe dich nicht lang Hallo Hi Brrr! Na, Bärchen Na, hör auf, ich kann sonst nicht mehr Ich kalt mir den Rücken Oh, ja Wow O.O. Ha, 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 ha. Hab da hören. Oh oh. Oh oh. Kann ja mal wieder... Wir haben Blockaden raus, oder? Die sind schon dreimal gedötet. Pff, haben wir, haben wir! Alter! Laser! Lucky tape! Voll! Geil! Ivana kommt top-late! Exakt! Ja! Oh mein Gott, die's reiss! These are what! These are what! Oh! Ah! Ah! Goddammit, meine Gangster. So beautiful. Kein Problem, Lotion Baby. Black Unity. Nö. Ich will noch ein bisschen rumgeiern. Okay. Ja, wie gesagt. Ja, du bist auch... Der hätte dich da auch nicht viel helfen können. Okay, Layla, beruhigt euch mal beide wieder. Also, Layla, du sagst nicht solche Kraftausdrücke bitte und meist du provozierst Layla einfach nicht. Bleibt beide flauschig bitte. Oh, war irgendwie ganz horny. Flauscherei. Okay. TP, guck mal da! Challenger TP! Was ist da los? Ich hab grad geträumt, weil ich grad im Chat gelesen habe. Oh, der Exxponny, hi. Oh, oh, Lux kommt da wahrscheinlich auch hin. Ach so, ich dachte, du kommst zu unserem Blue. Oh, danke, das war der Lux Freakle. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. Oh, oh, Lux kommt da wahrscheinlich auch hin. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. So, ich bin dann mal weg. Safe? Ich bin safe, ja. Okay. Abfang, Toni. Hier. Ich versuch zu kommen. Ach Leute, warum schreitet ihr euch denn? Ist doch unnötig. Was macht ihr denn da? Ich weiß es auch nicht. Ja, Maislava haut jetzt ab. Und Layla will den Mod weg haben. Ach Leute, muss doch nicht sein. Bei mir, aber mir liegt's immer. Vertrag, der Stoff wird wieder. Ja. What is miss? Vorsicht, wenn er kämmt hier. Ich geh einfach mal weg. Das kommt mal drüber. Okay, erstmal. Tundi, Herold? Ja, nein. Das geht echt zu weit. Oh, lol. Hier, hier, hier. Oh, da ist keine Ena. Ich weiß vielleicht nicht, wie ich dir helfen kann. Gott. Ah, Maislava, ihr habt euch beide scheiße verhalten. Oh, gleich kommt der Cage. Noob! Geh weg! Noob! Ist was hier? Nee, der ist nicht hier. Vielleicht bin ich sicher. Okay. Ja, der Schiff noch. He 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 he. Alles gut? Topic kill für mich. Et. Äh, doch, Maislava, hab ich gemacht. Äh, kein Mod beleidigt meine Viva als ein Hurensohn oder sonst irgendwas. Ey, das geht auch gar nicht. Solche Kraft-Auszurücker sind einfach... Hätte sie gesagt, du du bist cool, keine Ahnung wär's mir scheißegal gewesen, aber... Äh, wenn sich Hurensohn und solche Wörter raushaut, dann... ...kann sie gleich wegbleiben. Nee, das ist auch... Das geht auch ein bisschen zu weit. Das muss nicht sein. Trollst du mich jetzt oder meinst du's gerade ernst? Nee, nee, ich mein das wirklich ernst. Okay. Oh! Auch wenn man mich nicht ernst nehmen kann, aber... Hier sind drei Mitte. Das ist wirklich unschön. Du hast ein Dresch in der Mitte. Ach, nee. Me, Asry ist aber noch miss. Oh, fuck, meine Damen und Herren. Ich kann Mitte nicht deffen gegen... Äh, ich kann da... ach so. Okay, ich versuch zu deffen. Wir machen ja keine Ulti. So kann Warden gehen, man. Fuck mal rein. Sie hat keine Ulti mehr, aber... Oh, da ist eine S3-Ulti geflogen. Kann mal dieses Ding von Lux weggehen. Sehr schön gemacht. Du auch. Äh, Toni? Ja? Können wir den nächsten Mal den Herold nehmen? Ich würde den gerne haben. Alles klar, Superman. Damit ich, äh, ratatatatata machen kann gleich wieder. Hm. Ratatatata. Ja, das macht dich schon ganz in Horny. Oh, ja. Oh, shit. Schon etwa. Äh, Trundry könnte in der Mitte kommen. Er ist gerade hier langer Rand. Er ist gerade hier langer Rand. Wo? Ah. Er kommt da, ja. Guck mal. Der Dusch wurde executed. Aber mit deiner... Okay. Er ist aufgehauen. Dein Blue ist gleich ab. Den kannst du dir dann abholen, wenn du wiederkommst. Jep. 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 Juhuu. Für ein Blue bin ich immer bereit. Das stimmt. Ach, ok. Da mache ich es mal. Hm? Ja, Vorsicht. Ok, da ist niemand. Blitzy, mach dich mal weg da aus der Mitte. Die kommen. Ja, alle sicher. Ja, noch. Ok, da ist sie. Blupa! Hey! Ups! Ich komme da nicht an. Das war die Lux. Dankeschön. Jetzt schon. Oh, ich glaube ich sterbe. Warum, what? Äh, Lux ist top. Ist schon wieder hier, Mann. Und die Lux kommt auch noch. Wollt ihr mich verarschen? Oh, ja. Wullybärchen, ich komme entgegen. Geh! Da wird der Taplane gecamt. Meine! Sorry, die ist gerade geflasht. Scheiß, Fida! Oha. Ja, die sind da zu zweit, aber... Ich wollte nur einen Warten stellen, dass sie keinen Harald machen. Ezra hat kein Ulti mehr. Ah, ich komme ab. Oh Gott. Naja, dann würde er Backgehen lieber. Oh, der hat einen Ritz. Ach, natürlich wissen die, dass ich komme, alter. Irgendwann... Könnt ihr Tracks miss? Ja... Aber... Keine Ahnung. Ich krieg keinen Backup irgendwie von Lucian. Doch, hier, komm. Äh, Meister, aber es ist egal, wie du es auf die Spitze getrieben hast. Ähm... Leila muss wissen, wie sie sich zu verhalten hat. Aber wir haben was Sinnvolles wenigstens gemacht in der Zeit. Ach, komm, ich... Hör ein Bester, Alter. Fakt ist China, Alter. Warte Late Game, Alter, ich prüfe wieder das Leben aus der Seele. Ich saß hier. Ähm, Charvenna ist hier. Ich glaube, die ist gerade wieder in ihrem Jungle verschwunden. Ja, ja, die hat nur Krabi gemacht. Okay, in 10 Sekunden ist Lux toot. Der ist auch wohl hier, der Boy. Okay, hast du ihn schon. Äh, ich glaub, der macht dich kaputt. Ja, tut er. Hat seine Holtiang geschmissen. Ich komme! Oh, ich komme nicht! Warum nicht? Wollst du, wenn er hier... Oh, wie das hier ist! Ist gut. Okay. Sertensche. Der Slow ist real. Geht zum Tower. Tunnel kann Flash. Oh, der läuft oben lang weg, Mann. Vorsicht. Ja. RIP. RIP. LOI! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Nach unten weg, nach unten weg! Oh, okay. Ja, meistens, aber es ist egal, ob du sowas ernst nimmst oder nicht. Aber wenn Layla das einmal macht... Das wird's nicht mal sein. Man! Fängt dich! Ich möchte auch nicht mehr darüber diskutieren. Ist halt schade. Oh, oh, oh. Lux, du bist scheiße! So. Flash ist Tom. Komm auch. Let's go, kutama! Bude! Top, 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 top. Nein. Gebe ich da. Ich geh mal mit dir jetzt. Fick ich die Luxe. Ich komm top. Ja. Okay, Eskler hat keine Ulti mehr. Nein. Okay. Ah, shit. Das ist aber nicht so wichtig. Ja. Ich hab mal ein bisschen was low gemacht. Ich weiß nicht, was top kommt. Ich komm mal hinterher. Da ist die Shyvana low. Da kommt Eskler. Eskler kommt. Wollen wir es fangen? Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Hopp. Ja. Von dem Tor. Ich nimm lieber den Trash. Ja. Exhaust drauf. Ja. Jetzt ist auch am Marsch. Ja. Oh, Leute. Jetzt sind wir da. Wir lappen dich. Mit low, die halt alle sind. Keine Ulti ab, leider. Oh. Schöner Damage. Kannst du immer noch, oder? Hast du noch mal W frei, oder nicht? Nein. Also, ja, da ist etwas passiert. Und, ähm. Es wurde ein Fehler gemacht. Ich möchte dieses erläutern. Es ist einfach passiert. Es ist einfach aus mir rausgekommen. Allein dieses, du hast doch noch deine W. Ich gucke, ja, du hast deine W. Los, jump rein, baby. Ach, die Blue, nichts. Ist alles in Ordnung. Okay. Carry mich, please. Mäuschen, holst du dich hin? Gleich, kleinen Moment bitte. Oh, Fairy, hi. Fairy. Meine liebe Fairy. Meine liebe Fairy. Meine liebe Fairy. Beim Mitt. Mampfkuchen, du bist ja immer noch da. Ich dachte, du wolltest uns verlassen. So, ich bin bereit für den Blubuff. Ja, ich muss halt nur auf den Mist aufpassen. Aua. Also, Mitte hat dich nicht zu interessieren, wenn der Blue-Buff ab ist. Ja, die machen gerade den... Oh, shit. Oh. Disconnect. Null. Scheint so. Null. Oh, die Lux hat einen Red-Buff. Den will ich. Und Trash ist auch da. Ja, ich wäre bereit zu campen. Das wollte ich hören. Ice Damage? Ja, ist irgendwie zu viel. Das hab ich nicht expected, ja. Ja, komm auch hin. Was ist das? Ach, Luftdrache. Den will doch keiner. Egal. Ich will den. Den Red-Buff oder den Drachen? Beides. Ah! Ah! Oh mein Gott! Tu das nicht mit mir! Talk Daddy to me! Oh, lol! Dieser scheiß Autofokus von der E, ne? Hm. Dankeschön! Wer auch immer! Du bist auch im Arsch der Red-Buff! Ah! Fucky! Report! Er ist relativ fit! Na, wer da, alter! Ach! Die Blue! Dankeschön! Huch! Maislaber, du hast... Gefollowed? Hä? Fragezeichen? Also ich bin so... Die Blue, ich bin hundertprozentig der Meinung, dass ich gestern die Cam anhatte, wo du auch sogar da warst. Ich hab sie auch gestehen. Ja? Ja? Ich fühl mich jetzt voll wichtig. Für ihm! Hundertprozentig eigentlich. Weil der S4 spielt gar nicht mal so schlecht. Hast du ihn lassen? Ja, ja, der hat eben echt gut gespielt auf jeden Fall. Oder ich hab einfach schlecht gespielt. Er braucht definitiv mal ein bisschen Hilfe anziehen. Ja, ein Schwandel ist auch da. Ich glaub kein E mehr. Hm, okay, sie haben Drake gemacht. Na, Trunel, willst du dich noch mit mir anlegen? Oh, Mann. Oh, Mann. Du bist doch. Ja, Mann. Ich... Ich sag die ganze Zeit, ich hab schon mit mir gebeten. Ja, ja. Ja, Trunel war Metal. Äh... Freihard! Mund weg! Ah, die ist zu schnell! Das geht, ist die Luxe. Hm. Nicht so... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der Trunel kommt noch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Schade, ich hatte eben gleich meine B abgehakt, dann wär's gut gelaufen. Ja, hattest du. Oh, dieser Lucian, ah, der ist so hundertprozentig... ...schlecht. Ja, siehst du die, Blue? Ähm... Dann, warum für eine Cam? Oder ist meine Cam so schlecht? Die Facecam ist ein Privileg. Ja, man gucken, ich hatte letztes Mal... ...Facecam an. Der Stream von, äh, Dings ist schneller, der spoilert mich. Äh, von Brownie. Ja? Ja. Okay, das liegt vielleicht daran... Keine Ahnung. Wie viel Bitwert streamst du denn? Ich hab's vielleicht einfach nur später gelesen. Weil, wie gesagt, ich kann... ...nicht so schnell auf'n Laptop gucken... Ach, schade, man. Oh, oh. Ha, 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 ha... Oh, Gott, was tut ihr da? Äh? Noll man! Wuppet! Oh, fünf bis zehn Sekunden. Okay. Ach naja. Steck dich nicht an ey. Ich bin immer noch über den Follow von Maislover irritiert. Der hat sich schon mal gefollowt. Dann hat er mal unfollowt. Ne, das wird ihm nicht nochmal angezeigt werden. Doch, doch. Ne, ein zweiter Follow nach dem Anfollow wird nicht angezeigt. Doch, 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 pass auf. Nach einer bestimmten Zeit. Wenn du jetzt, sag ich mal, eine Woche oder so wartest, wird er wieder angezeigt. Wie ist es so? Wie ist es so? Mhm. Was haben wir hier gemacht? Ja, ja. Wie ist es so? Na leila, ist auch alles cool. Was man wegkriegen hier? Ey, so geht das nicht, Frank. Nicht den Looper-Dick-Herry angreifen. Ja, voll reingrannt. Ist mir egal. Vollgas. Okay, vielleicht auch nicht. Dieser Snare. Tut mir leid. Ich hab nicht auf dich gedacht. Ja. Holy shit. Ach, kannst du mir nicht erzählen, dass er selber ist. Aber nur ein bisschen. Ja, kannst du mir auch nicht erzählen, dass er irgendwie selber oder sonst was ist. Es reicht einen Tag aus, beziehungsweise kommt drauf an, wie viel Zeit vergeht zwischen den Streams, okay? Das kann nicht Full-Armor gehen, ey. Geh mal lieber Full-Ham. Ja, würd ich ja gerne. Aber Luxax jedes Mal nein. Ja. Kauf dir doch QSS. Ich mein's ernst. Ich mein's Ernst. Ich mein's Tanki bist du. Ja, ich... Das ist vollkommen arg. Ja, ich mach das. Ich mein's Ernst. Ich mein's Tanki bist du. Mensch, in der Pink Ward. Oh... Oh, guck mal. Oh, Mann, die Lopes, die wird so gefeedert. Ich bin auch aufm Weg. Also... Jo, die Lopes ist doch super low, Mann. Darum wo? Jo... Ja, ich kann aber nicht hinterher. Die fehlt mich halt. Oh. Wir fallen echt an den schlimmsten Punkten an, ich weiß auch nicht. Oh fucky. Ja. Stop, 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 stop. Oh lol. LOL. Wow. Okay. Good job. Wow. Das war eigentlich echt nur Glück. Dass ich alles immer wieder ab hatte. Oh, wir kriegen nix mehr gepusht. Wir fighten einfach zu viel. Und auch so abholt. Keine Ahnung. Abfahrt. In der Mitte. Shyvana hat einfach einen harten Feet, die kriege ich nicht weg. Gar nichts. Das Problem ist eher die Lux, no? Ja. Wohl er hätte ich hier wenn, aber keine Ahnung. Ich komme... zur Stunde. Ich bin da. Wir könnten... Wir müssen doch den Azri rausnehmen. Tja, den kriegen wir nicht raus. Den kriegen wir nicht raus. Das fällt uns zu Tote mit seiner Frasskacke, ne? Oh, beautiful. Nevermind. Und er stilt denen nach da. Ich hab... Ich hab mir halt... Kommen wir denen auch noch? Ich hab mir halt extra das Slow-Item geholt, damit ich Esri rauskrieg. Shyvana kriegen wir nix. Das bringt er eigentlich drüber. Roll, die ist nicht drüber gejumpt. Okay. Zwei... Eins... Ich geh oben rum. Ich hab wohl her getroffen. Ich hab wohl her getroffen. Hehehe. Hä? Hier ist es? A Baron, Baron, Leute. Baron. Kattu! Team! 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 Ja, ich bin schon unterwegs. Oh, ich liebe diese... Effektion mit dem Slow-Item. Baron sieht so geil dann aus. Hehehe. Oh, ich liebe diese... Blitzy, geh mal ein bisschen zurück bitte. Dass du nicht so low bist. Sehr schön. Du noch und dann... Global? Back und dann Apart, ja. Danke. Ich brauche noch 300 Gold, Mann. Gar nicht. 50. Weil die Mitte... Aufwahl. Okay. Safe Call. Jetzt hab ich Damage. Jetzt lass uns einfach Mitte durchpushen. Ja, ja. Wir waren da so große Fresser. Wow, was geht denn hier ab? Layla, Ferry, Ferry, Layla, Layla... LIS! Unlock my list! Au. Oh nein! Oh, der Laser. Der sollte da jetzt eigentlich nicht halten, oder? Oh wow, doch, okay, alles klar Oh, schade Blitz, es war so close Dieser Lucianer träumt einfach, ey Wo war er? Oh, glaub doch Oh wow, er stirbt halt Oh wow, oh wow, alter Kann sich reinbanken dazu Der greedy malapaka Ja, sorry, aber da bin ich von der Lux gecatcht worden Keine Ahnung, ob wir da überhaupt noch was machen können Na klar Bist du hocken und zwei Pussymi- äh Pussy- ach Gott Optimistisch Pussymistisch, ey Optimistisch Er schaut halt zu, ja Also, keine Ahnung, ich krieg auch, ich fad die Krise Oder Bleibt erstmal auf keinen der Base-Room stehen, nachdem wir Baron haben Keine Ahnung Macht mich wieder böse Ja, ich werd mal ein bisschen farm kurz Ja, ich pushe ein bisschen die Mitte zurück Damit uns die Baron-Dinger hier nicht Super-Basal nicht so einfischen Von kompletten Baron planen, ey, das war ich nur weiss Ja, nachdem ich gestorben bin, hättet ihr einfach weggehen müssen Ja Da müssen wir unbedingt den S-Fail rausfallen, ey, das ist... keine Ahnung Das versucht, aber der ist halt sofort weggejumpt Ja, das ist was der Ja, das ist was der Wird nicht Nur unluckyweise zwei Hits raufgekriegt oder so Okay Ja, ich muss aufpassen, ja Wurde weggelasert Wurde weggelasert Ja, Lux muss nur eins stun und einer ist raus Also außer Volibert, der... Der ist so tankig Pussimistisch Hahahaha Das ist wie ein Lux Sure Ja Oh shit, vielleicht war er ein bisschen riskant Ja, aber... Ich weiß nicht, ob du sie bekommen hättest Das ist ein fresh Wie schon Ich komme Ich komme, Shailbanner da Und die rennt uns alle da Ja, los, lass den Lucien helfen Nee, nee... Der ist useless Der ist in total Doch, also wir... Guck mal, es war... Wir waren zu viert da Wir hätten die Shailbanner locker weggekriegt Überleg mal mit meinen Schram und allem Glaub ich nicht Ich muss kurz zwölf Volt warten, dann hab ich Rabadons Fuck my life man Ich geh kurz toplanen Ich muss nicht auf diese scheiß Beid gehen, dann muss ich das bauen Mach ich jetzt auch gleich, ich hab gar nicht schon keinen Bock mehr, man Zelda-Toy kommt in 15 Uhr Ja, aber guck mal, toplanen, wir können das hier nicht unbeachtet lassen, sonst pusht uns das hier ein Wir brauchen halt wirklich, dass wir safe dahin gehen können, ohne dass uns irgendwas einpusht Mitte muss halt auch extrem zurückgepusht werden Ja, wir sind auf jeden Fall dabei, jetzt noch Der ältere Draven-Wort Hm Ich bin unterwegs dahin Hast du kein Wort, Woody? Nee Nee Awww Ein und raus Okay, Wort ist da Noch auf dem Weg? Aber ich glaub, sie brechen ab Ja, sie brechen ab Machen sie echt? Machen sie Ja, ja, sie haben abgebaut Okay Ja, es pusht halt jede Lane, wir müssen halt echt auf die Lanes achten Hat jemand Teleport von uns? Nee Boah, er blockt mich wie Scheiße, man Wer war dann? Oh, Shyvana wieder dran, oder was? Und macht die Worts weg Oh, oh, die kommen bot Dann macht euch da weg In falsche Richtung Zum Wort kommen Ah, klar Wenn I see your mind Hast du noch ein Wort für Drake? Ja, ich hab's noch gesagt Ah, alles klar Ja, nächstes Item ist Sonya's, dann Ich weiß nicht Ich bin leicht verwirrt Oh, Twitchy Boy Ja, die kommen alle Ja Shyvana fängt den Drake an Shyvana Na, ich muss da mit helfen Kannst du ihn rüberhooken? Warte, was macht euch? Durch Twilight ein bisschen Okay Dings ist geflasht Ah Haltet durch Oh die Scheiße außen Lanes raus Wo ist der Esry? Ich Warnert hier Ja, ich komm da nicht an Durch pushen Durch pushen Esry kommt Esry ist hinter mir Alles gut Wir waren durch Wer kommt zu euch mit Lola? Ich bin in der Nähe Da kommt der Esry Ich komm ihm gleich entgegen Ich hab halt in 13 Sekunden ein Ulti Aber es muss erstmal dazu kommen Lol Das macht mich halt trotzdem Beautiful GG Nice! Ja Good job Schöner Slidpush Wir haben die Scheiße aus damit rausgekommen Alter Der Viecher Also ich möchte kurz sagen Wir drei haben gecarried Mhm Wully und ich haben den Fight da unten gewonnen Und Twitch hat schön gepusht Dann wohl eher das Blitz und du da unten schön geholfen habt Beim Dragball Ich war für Twitch am Peelen da oben Nice, war ein schönes Spiel jetzt am Ende noch Und ich hab ein S bekommen Und ein Schlüsselfragrant Schön Kann ich mir davon was holen jetzt schon hier? Hat sie schon drei Schlüsse Nice, ich kann die Kiste hier öffnen Das geht mir herstellen Ja, danke Geht das nicht ein bisschen schneller? Wow Und und? Oh wow Ernsthaft? Ah ok, es kommt noch mehr, alles klar So? Ok, weiter Was? Case opening Ich hab ein Schatteninselwappen freigeschaltet Ist das euer Ernst, Riot? Was hast du geschaltet? Ein Schatteninselwappen Hey Easy Wow Ihr könnt gleich dieses fesslige Bild sehen Ich hab's drin Ich hab's drin Loll Pony? Du nehmst dir das? Was? Doch, doch Weil Ich muss mir eine kurze Kameoke Mein Scherzen Das hier Das hier Das hier Wir haben jetzt erst ein Spiel gewonnen, ne? Ne, zwei Ne, das davor hab ich doch auch gecarried Stimmt, dann Zwei, zwei, zwei Also das kann ich ja wirklich behaupten, weil 24 Wir haben erst Und davor hab ich 15-1 gespielt Warte schon dabei Warum kann ich euch nicht zu Freundschaft hinzufügen? Doch jetzt Wir haben zwei gewonnen Okay, kannst du noch mal starten? Jao Bitte Drei gewonnen, eins verloren Das eine haben wir wirklich anlaglich verloren Das stand hier auch irgendwie, was sind 25 oder so Ah, okay Ja, ich wollte nur wissen, wie viel Punkte Toni hat 54 Sehr schön Ja Und Abi, du aus Bronze jetzt raus hast Was? Ich bin jetzt bei Bronze 1 Weil Troll ich wieder Gold war Bald Troll ich wieder Gold war Jetzt haben wir mal den besten Gruppen gespielt Und der ist eigentlich Ja, Ugi-Mann ist mir einfach fremdgegangen Ja, keine Ahnung Ich hab's einfach abgehauen Hördigo 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 Du bist kein Ugi Du bist Niko Hördigo Es kam einfach in mich rein In dich rein In dich rein Ich verstehe Nee, verstehst du nicht Und warum denkst du, dass ich das nicht verstehe Nein Und wieder oben Willst du nach oben gehen? Geh ich mal junglen Nee, ich hasse Top-Lane Da ist wirklich meine schlechteste Lane Und gerade ich war ohne Runen und so Kann ich auch nicht Kayle oder so spielen Da brauchst du halt ein bisschen den Tag-Speed-Ruhen Ja, zwischen Dupacoff als Dupacoff Masteries waren ja Cancer Okay, wenn du Jungle gehen würdest Dann würde der Random Top gehen Oder möchtest du gar nicht? Na doch, warte mal schon Äh, was ist das? Och nee, nicht für den Mania so Oh, ne Was ist los? Ich will nicht, dass der Random da wieder auf Ja, so Top geht, ey Die enden immer mit 2-7 oder 3-7 Ich hab aber gerade Ich hab aber gerade Unser Ich wollt grad sagen, unser Sofa hat Oh scheiße, er pickt auch Yasuo Ja, er schreibt ja, dass er I wanna go top, please Mania so Lass ihn doch Lass ihn doch Ich kann Ich will nicht Tryhaden Wann mal noch Was soll ich mal Fiss, LeBlanc Oh, Katze Nimm mal Fiss weg Fiss ist gut Ich spiel Shaco, ja Ich spiel Shaco, ja Wedel, Wedel, Wedel Hallo Ich würd ja sagen, fickt mir Ari, aber ich kann mit keinem tauschen Das stimmt Aber der hat keinen Lucien in der Account, ne? Ne Kein Shaco, keinen Lucien, gar nichts Ist egal Geh mal mit deinem Puschelschwanz hier weg Ey Puschelschwanz, du musst auswählen Waaat? Ich bin kein Puschelschwanz Lungschwanz Wähl aus Waaauuu Wuff, ja Darauf reagiert er leider nicht Wuff Wuff Muuu Muuu Muschi Waaah Alter Herrin Halt dein... Waaah Schwanz aus meinem Gesicht Döde Katze Sklave, was möchtest du? Waaah wuffer Wir strafen sie mich ruhig Irgendjemand hat eben Herrin gesagt, also das ist gleich dicke Nippel und so Hey, nimm das doch mal Danke Toni Ha? Ich hab deine perfekten Hausschuhe gefunden Holy shit Ich schick sie dir Okay Ich hab deine perfekten Hausschuhe Ich hab deine perfekten Hausschuhe Oh mein Gaaah Ne Loup Ha 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 Dankeschön Difflu Und ich weiß, dass ich ein Loup bin Vielen, 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 vielen Dank für den Hyatt-Garn-Loup-Skin Ha 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 De Loup Aber den kann ich glaube ich gar nicht auswählen, ne? Weil ich den jetzt in der Champions-Elect gekriegt habe Doch Doch, jetzt ist er free LoL Eigentlich müsstest du ihn auswählen können Ja, aber eben hat er noch ein Schloss davor gehabt Oh Gott, das ist mein Lieblings-Skin, ey Mit den Rasters, ey So fett, ey Yeah, jetzt fühle ich mich black, ey Jetzt bin... Okay, jetzt bin ich ready, ey Okay Ja, ist so, die... Haut die ganze... Das blöde Viech haut mir einfach jedes Mal seine blöde Rute ins Gesicht Rute Guck dir da hinten hier Guck dir da hinten hier Das ist schon wieder! Nö, der kommt von oben Das heißt, es gibt wenige Punkte und so Tja, dann hättet ihr eine Katzen-Attack gesehen Where? Oh, guck mal, er hat Meisterstufe 6 Ich erinnere mich noch an den... Äh, Lucien, den wir vorhin hatten Meisterstufe... Nee, gestern Der war gut Ich benutze einfach seine Rute zum Singen Gott, ey, der lässt echt alles mit sich machen, ey Das ist unglaublich Hauptsache, der wird gekrollt, ey Das ist echt... keine Ahnung Nicht reinbeißen Okay Aber ich dachte... Das machen Hunde so... Wo? Warum? Der... Der nervt mich, der... Keine Ahnung, dem ist das vollkommen egal Au... Außer wenn ich reinbeißen natürlich, aber... Habe endlich herausgefunden, warum ich immer so schlecht auf dem... Der hat dich... Das ist mein Gesicht Geil Ah ja Trash-Turke Level 6 Ne, äh, Slim Hero Ich hatte gestern... Ich glaube, gestern war das ein Lucien Level 7 Also Level Stufe 7, wie auch immer Und... Er meinte, er würde mich carryn Und... Er hat auf der Lane mit einer Leona Gegen eine Orianna verloren Zwei gegen einen Ja, das... das war ich Das war ich Safe call Tja, äh... Ehrlich... Ey, sorry, ich habe nie... Lange nicht mehr so was schlechtes gesehen Guckt euch hier den dreisten Bengel an, hier, Alter Wie neugierig der ist Du bist kacke Pftf Hei Was komische Geräusche Ja, so knabbern Ok, ganz sanft Wie Ohrknäppchen labbern. Finde den Fehler. Ohrknäppchen labbern. Oh mein Gott, ich brauch diese Schuhe. Unterschätze niemals Ori. Also tut mir leid, ne Ori, egal welches Level sie hat. Ne Leona Ulti mit ner Lucien Ulti in ner Combo. Da kann eine Ori machen was sie will. Warum schöne Erektionen liebevolle Hände abzugeben? Wow. Ich hab auch noch was Gutes. Das gefällt dir bestimmt auch. Ey, die Sprachnachricht, ich hab die 4 oder 5 Mal, aber da hab ich immer noch weggehauen, man. Ausgewählt. Und dann weiterleiten an Nico. Also ich lese das für euch auch nochmal vor. Und zwar... Ups. Erstmal was kaufen und dann loslatschen. Und Kata, kannst du mal aufhören auf meinem Schoß rumzukrallen? Alter, du sabberst mir jetzt nicht im Ernst auf den Tisch? Was ist bloß falsch mit dir? Auflecken. Nicht zu helfen. So, also. An alle Männer. Neue Sexstellung. Der verrückte Stier. Wie sie funktioniert? Ganz einfach. Nimm deine Freundin von hinten. Langsam beugst du dich nach vorne und klammerst dich um ihren Körper. Jetzt flüsterst du in die Ohr. Deine beste Freundin liebt diese Stellung auch. Versuche nun so lange wie möglich auf dem verrückten Stier zu bleiben. Mein Highscore 4 Sekunden und 58. Ein blaues Auge und 5 Monate kein Sex. Viel Glück. Oh, die Blue ey. Was für ne Zeit streamst du denn heut? Ähm. Ist egal, ich hab morgen frei. Also. Bis JuPorn sagt, heute geht nicht mehr. Dann... Bis übermorgen. Okay. Toni. Ha? Ich bin sauer. Hä? Musst du mir grad die Blue anhören, dass zwischen dir und deiner Katze was läuft? Ähm. Ja. Ich hab ihr sanft in die Route gelabbert. Gelabbert. Also soll ich mir jetzt ein Muschi-Kostüm besorgen, damit du mich liebst oder was? Machst du das? Nein, Scherze. Ähm. Nein, natürlich nicht. War Muschi abgeschaltet. Entschuldigung. Und. Nein. Nein. Mamm. Mamm. Erbronzi-Fäßer über Mod Loll. Na 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 Blablabla Spotify-Werbung Ja, deswegen höre ich über Internetbrows aus Spotify Mit Adblocker Keine Werbung Eben Was? Hm Darf ich sie beglücken von hinten? Und das ohne Premium Oh ja Komm her Baby Ich hab neun Schwänzen für dich Wo muss ich hinfahren? Nach Hamburg Kein Problem Nimmst du nicht mit? Kurzabstarten Ja, aber das soll da in der Nähe Na ja, Hauptbahnhof fährt 35 Minuten hin Also es dauert schon ein bisschen Hm Ach, dieser Räger Ja, und für den nächsten Wochenende Musst du mir dann durchgeben, ne? Was denn? Die Daten Ich dachte, ich mach einen auf Sargast Oh, fuck Ich muss nicht gleich fuck schreien Oh, fuck man Nein Ich bin Ohm Wollte ich ihn gerade töten Und ich bin Adolf Beis Okay Ganz ruhig Ari, du schaffst das Oh Leute Das denk ich mir auch gerade Nur mit Der 10 war Ist das ranket? Oh ja, das ist ein richtig hartes ranket Gut, der geht schon Ja Ich für mich auch Bis aufs übelste Kreis Und ausgeschöpft und so Ich möchte Räger tüten Waren, komm Was? Meerumschlumm? Schleswig-Holstein ist Meerumschlumm? Ist das so? Oh Hallo Jaco Einer Vorsicht, Lee Ich bin halt rum Ja, das ist so schade Wir hätten ihn so töten können Das ärgert mich so Ach, ich geh gleich base Ich konnte das Wort nicht plieren Dann töte ich ihn Ein Mann, sie ist tot Sehr cool Abi, alles gut bei dir? Ja, ja Ist ja noch First Blood Ja Ja, ist doch Ist doch ein guter Yasuo Immerhin hat er schon mal einen Kill Noch steht doch nichts bei sie Oh, Kata So langsam bist du schwer Mein Bein schlägt da hin Ich geh Du gehst auf geht, ey Geht ja gar nicht Ach ja Ach, das ist der Anfang von der Schüssel Schleswig-Holstein-Hymne Schleswig-Holstein hat eine Hymne Ja, gg, ey Schleswig-Holstein, meint Definitiv Waaat? Äh, waaat? 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 Jetzt kannst du klappen. Nein! Okay, Welge hat mich geultet. Dann nehmen wir doch meinen Pott. Friesen wir mal einfach mal. Ist trotzdem schon gepusht. Wie viel zuerst hat's denn? Nein, vierzehlt leider. Okay, ist ja gar nichts. Aber der hat einen Kill. Ah Gott, dieser Welge! Ich muss kurz drauf. Shaco, tu doch mal was! Ich hab'n Blut verteilt, das reicht. Okay. Okay. Guck dir mal diesen kleinen Fisser da in der Mitte an. Der denkt auch, er ist der Geilste. Er ist so wie ich. Reingelaufen, hab ich gesehen. Mann, ich will ihn töten und ich werde greedy gleich. Und dann, ich seh' mich jetzt schon sterben. Schade. Oh, der kleine Fisser kriegt'n Gang. Ich spüre das. Was haben die eigentlich im Jungle? Oh, Blitzinn. Das könnte böse werden. Ich bin aber auch quasi da. Oh, von hinten. Oh, von hinten. Hm, da ist ein Liegen. Wollen wir sein Top? Ne, Liegspot. Und verfehlt seine Q. Das Mitte. So. Na, Blitzkunk ist 3.1. Lass bei ihm. Seid ihr nur zu zweit oder mehr? Wir sind vier. Haha. GP-Ulti. Oh. So, Mann. Puppe! Die regelt das! Den Flash hat keiner gesehen. Haha. Da war's schon wieder. Ich wollte wieder Ulti drücken. Kannst du mal mit deiner doofen Puppe weggehen? Oh, dead hook, boy. Dead hook, boy. Bin ich scheiße, ey. Hätt' sich töten müssen. Penis, Kopf, Affengesicht, ey. Den hab' ich echt gut begriffen. Komm, Abi. Kannst du mal'n Hook frei? Abi? Ja. Zu spät. Ferry, ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, liebe Ferry. Aufzuschlagen. Nein, ist der Kind, liebe Ferry. Ich darf schlagen. Schreibe ich lieber nochmal. Oh, ich hab' eine Rette-Buff. Warum hab' ich den Blubub? Müde ist es es? Ja, kann ich ihn mehr. Das ist in der Mitte, leider. Nein. Abends würde ich sagen, ich hab' so'n... ...bringst du'n... ...bringst du'n... ...bringst du'n... ...bringst du'n... ...bringst du'n... ...bringst du'n... ...machst du'n schon wieder Solo da unten? Böse Pech-Bütze. Yep! Yep! Ehh! 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 Die haben den Drack hingemacht! Das war der Wasserdrache, der ist voll toll! Du, Diggy, gebt man die Bass! So viel zu der Bass! Wie ist denn das Spotland? Mach mal mit! Oh Mann, hochkommt Leute! Ich kill den Vega halt immer, aber... Ja, die ist auch da! Ich spiel aggressiv, die ist allein unten! Ja, bitte! Der Vega hat so einen Freakill und downed! Kannst du gehen haben, wenn du willst! Ja, hoch! Ja! Ja! Vielleicht Blue, oder wolltest du das rauspushen? Äh, lass mich mal kurz rauspushen! Was ist das? Mach mal die Würfe! Bestrum! Good job! Ja! 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 Halt mal hoch! Halt mal hoch! Hau mal mit! Zweiger von Clubseite! Du bist gar nicht da! Hast du hier gesehen? Ja ja! Ich dachte du wärst in der Nähe, aber bist du nicht! Dann geh ich so rum! Ne, ich bin zu weit weg! Ich pusht mal kurz rein bei dir! Vorsicht! Quinn kommt Mitte! Pass auf, die wollen nicht killen! Ich hab ge- ich hab ge- ich hab ge- ich hab ge- Du du duu! Karma war auch schon wieder Mitte! Hallo! Ja ja! Da! Da! Kalt mal zu der! Auch da! Wie ist viel zu schnell! Ich bin noch nie auf der Kieler Woche gewesen, weil Kiel ein bisschen weit weg für mich ist. Pass auf, pass auf weg da, Jungs. Ich bin auf dem Weg zur Bot-Lane. Die Bot-Lane schon, ja. Das Nightbot müsste trotzdem drauf sein. Lass es sofort abspielen. Ich mach den Bot-Lane, ja. Ja, das machen. Aua. Aua, danke. Kiel. Kiel. Aua, das ist mega. Ja, geht weg, bitte. Hey. Ja. Ja. Oh. Oh. Ach, dieser Tuck-Minion, ey. Warum ist er nicht mal gestorben? So, hau ich den Bot an. Hat unser... Ach, der hat keinen TP ab. Aber der Steal, den ganzen Junker, ist auch nicht so schlecht. Na, das ist gut. Besser als gar nichts zu machen, ne? Ja, ja. Schön. Hm, geh noch nicht weg, komm zum Blut. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Fucky, man. So. Hey, Speed Call. Oh, Blitzy. Hm. Äh, wo komm ich her? Aus Norderstedt. Dankeschnell. Okay, sag einfach. Ähm, ja. Zangefest ist dann. Könnt dann einfach. Toequesten. Und ich komm rüber zu dir. Cool. Okay. Ich weiß nicht, wo... Wollt ihn dir lassen. Hast du fein gemacht. Oh, wow. Diese Spotify-Werbung wieder so laut, ey. Wollt ihn heute wieder reinpestet. Kommt sofort. Fluch. Ich verstehe gar nicht. Auf K. Von Bluu. Hattest du schon wieder Diamant 2 gedroppt? So nervig? Oh, shit. Tut mir leid für dich, Neo. Mein Mitgefühl. Ja, aber die Bluu ist es immer noch Schleswig-Holstein. So. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Viel Dank für's Request, hm. Ach man. Ja, wir müssen unbedingt die Drakes bekommen, Leute. grade. Gegen die Wand gedashed. Ich mach relativ guten Schaden, also... Ich brauch nur irgendwie einen Huch oder irgendwas. Oh, Aua. Da hab ich schon kommen sehen. Aaaaah. Der Gang-Gang. Hm? Was? Ah gut, ich krieg die ganzen Shutdowns. Das soll mir auch recht sein. Hehehe. Fuck this. Ja, der Lee steht nicht schlecht, das muss man ihm lassen. Ich brauch da nicht. Hehehe. Das mit mir war ein D12. Hundertmal. Äh, hundertmal wieder. Warum? Warum ist euch das so scheiße? Hehehe. So. Ich hoffe, das hat dich schon ein bisschen aufgeheitert. Oh, ich könnte Karma eigentlich töten. Karma Savage. Ja. 3, 2, 1, Feet. Oh, oh. Oh, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Ah! Ah, fuck man. Oh man, dieser Lee-Damage. Ah, aber ich hab Karma noch getötet. Egal. Alles Wurfett. Danke. Ah, ich geh mal wieder direkt auf das Slow-Item als nächstes. Ich glaub, das ist ganz strong. Und ich kann den Weiger, glaub ich, killen. Ich weiß nicht, was, wo das steht. Hm, ja, ich hab gerade gedacht. Warte. 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 Der Moves noch. Wow. Der Moves. Hab ich recordet? Wuh! Okay, wann ist denn die Kieler Woche? Ich krieg das halt nicht mit, weil ich nicht in der Nähe von der Kieler Woche bin. Karma? Ja. Ich hab's ja schon gemacht. Also, ich kann den auch nehmen, wenn du den nicht willst. Gut. Das sieht nach einem kleinen, klaren Fall für mich aus. Nope. Verdammt! Was? Ach, der Weiger macht nichts. Au! Was?! Ohne Heal, also mit Heal hab ich gerade noch so viel AP, ne? Also... Er hat mir schon Zeit lauer gemacht. Oh, leck mich! Du... Du Drecksvogel. Du Copper Guy. Du Elendis. Oh, oh! Man, ich hab nichts gesehen. Immer. Jetzt hau ich meinen Gold Account auf Platin. Super. Aber will nicht alleine. Ja. Glaub ich dir. Oh, oh! Ist das das Shack-Klon? Afga. Oh, oh! Das ist doch aber das. Ich üb ja noch. Also, Tode und Afga musst du direkt glauben. Oh, oh! Siehste? Das kam auch in dem Lied vor. Oh, oh. Okay, war ein großer Fehler. Mach ich nie wieder. Was macht ihr denn da? War mal ganz doll liebhaben. Oh Mann. Alter, die Quinn ist so gefeedet, Leute. Was habt ihr da gemacht? Ihr? Na ja, so ein Flitzy. Nein. Ja. Und ich fasse also nahe und killen. Bis dann wobei rumgeroamed wurde. Und Drachen und so weiter. Und Blue schnell, dann hat Dragon. Ja, toll. Useless Winddrache. Egal. Hauptsache Drache. Willst du oder willst du nicht, Blue? Ja, natürlich. Dann mach ich den Wurm. Ey. Oh, leu. Ich bin selber. Oh, oh. Ja, so nett. Ab dabei. An Besuch. Oh, leu, Mann. Oh! Wahnsinn! Ähh. Okay. War meins. Oh, oh. Das. Wahnsinn, das hab geklaut. Mmmmm. Hm, wir können keinen Baron machen. Drei tot? Duuuuude, wo läufst du lang? Ja. Halleluja. Der hat uns auch eben gerade den Drake geklaut. Das war ein Buss. Au. Ich seh nichts mehr. Ja. Jetzt können wir Baron machen. Lass mich durch! Diese Sprüche immer. Okay. Das war's mit Baron. Danke. Die Kamera ist da. Hallo? A.D. Curry? Irgendwer? Ich liebe Curry. Hallo. Oh, nice. Nee, der Charme hat nicht getroffen. Also gehen wir weg. Oh, Slim Hero. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich dir auch. Vom 18. Bis zum 26. Juni. Oh. Äh. Die Blue, das muss ich mir dann nochmal sagen, wenn's nochmal soweit ist. Das vergesse ich bis dahin. Ich hab... Ich glaube, Alzheimer. Nein, ich habe Alzheimer. Ich glaube, es ist nichts Weißes. Ich glaube, es ist nichts Weißes. Ich glaube, es ist nichts Weißes. Warum hab ich versucht, ihm E zu flächen, Alter? Rauf, rauf. Blitz! Komm zu dir, Schätz-Aline. Was ist denn? Oh, das Schätz-Aline. Der ist voll sweet, ne? Aha. Oh, Karma. Ja, ich hab sie auch grad... Oh, Vega. Ach, diese Schweinebacke, ne? Oh. 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 Keine Klär drauf, die kriegt Weeby. Weeby? Erklärt einiges? Aha. Die Blue, was soll das bedeuten, bitte? Ja. Jep. Gehen die Barret? Kannst du mal Warden, bitte? Da ist ein Ward. Da ist gewarded, sorry. Ja. Dann ist Gott. Die Frage ist, warum hast du gegen Körnerlein nicht da? Beber, 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 beber. Den ist Mitte. Ja, die Raumdaube, krotz und barren, ich bin unterwegs. Ich bin jetzt ein Zehn ab, also... Ich bin müsste da fighten. Wir... Lenk... Lenk sie mal hier für dich schon ein bisschen ab, dass sie kein Damage mehr machen. Komm mal auf. Komm mal auf. Geht mal rein. Weiter, 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 weiter. Ja. Muss sie da weiter weitermachen. Gott. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ah. Das sie auch noch ihre Ulti abhaben muss, diese scheiß Karma. Pass auf. Ufff. Hi, werdet! Das Problem ist, wir hatten noch nicht ein einziges Mann unter dem Teamfight. Ja wie denn auch, der Yasuo heult die ganze Zeit rum und hängt entweder auf der Top oder Bot zum rumfahren und zum Zobo sterben. Keine Ahnung, der steht sich einfach nicht an. Ach, diese fuck Gangplank Ulti, ne? Ja. Ich meine ich bin boosted. Okay, lass mal zuerst versuchen. Das Game ist echt dann. Holy shit Mann. Okay. 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 Ich bin nicht müde. Zock dirty to me. Und ich mag sein Design. Und ich mag sein Design. Alles klar Meister, aber gute Nacht. Fuckin. Fuckin. Holy shit. Schritt weiter Es ist stark. Teut. Danke nochmal. Ich kann gerade nicht sehen wer es war. Feuerschwanz schon live gesehen? Na, Full Damage ja so, ja aber gut spielt er halt nicht mittlerweile. Also auf der Top-Lane hat er echt gute Arbeit geleistet, aber irgendwie jetzt... Das war es auch noch. Ja. Aber es ist noch nicht verloren, wir müssen halt... Ihr solltet da jetzt halt nicht pushen. Ihr seid schon wieder alleine. Ich bin eigentlich recht gut gefeedet und wir müssen halt nur sehen, dass wir jetzt... Genau deswegen. Ach man. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja. So mein... Dingskrat gefehlt. Oh wow, ist nur noch unser Nexus offen. Oh fuck ey. Ach ja. Okay. Ah. Hä? That Flame? Nein. Das ärgert mich halt. Ich steh halt recht gut da und wir haben halt nicht wirklich mit dem Team gespielt. Was heißt nicht im Team, der ja so hat nicht im Team gespielt? Mhm. Ja, aber jetzt so eben zum Beispiel... Ich weiß nicht, äh... Brownie, warum bist du da mit ihm so weit nach vorne gegangen? Ich hab keine Ahnung, ich bin Töger. Ja, aber... Ah... Waren Pools frei gegen Kumpf. Keine Ahnung. Spiel mit uns im Team. Hör auf, um random hinterher zu rennen. Bitte. Okay? Ja. Oh, Glöckchen fanguy. Move, äh... Ich weiß nicht, den Account hatte ich jetzt nur kurz. Oh, kommt. So wie all die anderen und genau das macht mir scheiße. Wir können uns voll gut riechen, du bist für mich das Paradies. Weil du genau so riechst wie das Westfalen-Stadion nach dem Spiel. Ach man, hätte ich ja irgendwie MF oder irgendwie sowas. Finde ich auch total gerne Pottner hingehen. Kostet alle, glaub ich, zu viel oder warte? Was kostet MF? Warte mal, dann geh ich mit dich auf die MacBook gerade. Wer? Ich? Und bin ich mal allein, denk ich an letzte Nacht. Oh, wer so ist. Ach, sorry ey, diese Spotify-Verwerbung. Gibt mir so auf den Sack. Doch, Spotify-Web-Player. Heute ist die so oft. Ich hab nie bei Spotify-Verwerbung. Hast du Premium? Nö. Loll? Gib einfach mal ein Spotify-Web-Player. Wo? Bei Google. Und dann? Dann krieg ich keine Werbung. Okay. Okay. So. Wenn ich mal allein, denk ich an letzte Nacht. Als du noch bei mir warst. Doch wenn der Wind nicht geht, dann ahne ich tief ein. Und weiß, wir sind uns nah. Hey Baby, du riechst manchmal. Hey Baby, du riechst nach Partynacht und Schweiß. Hey Baby, du riechst nicht so wie all die anderen. Genau das macht mich heiß. Hey Baby, du riechst manchmal. Hey Baby, du riechst nach Partynacht und Schweiß. Hey Baby, du riechst nicht so wie all die anderen. Und genau das macht mich heiß. Okay, Deep Blue, das verstehe ich jetzt nicht. Genau, Layla. So soll es los. Du alleine bist der Grund, warum ich echt verzweifle hier. Also mit dem Legen im Titel. Spiel noch ne letzte Runde kurz vorm Bett. Drei Locken direkt ein, das klappt doch nie. Ich hab nen Jungler und ein Tank wär nett. Warum nimmst du Nidali? Genau. Warum seh ich alle in der Mitte stehen? Kommt doch mal bitte mit zur Bottom Lane. Warum sind eure Hirne nur so leer? Es reicht, mein Elo singt nur weiter, boah, ich will nicht mehr. Warum zum Teufel rennst du ganz allein in drei? Warum benutzt du Tibbers, hast nicht mal nen Stun dabei? Ich hasse dieses Spiel, oh ja, ich hasse es. Nur noch eines kann mich retten, ich zuck's nie wieder, ich. D-Installin! Na, ich suche auch noch den D-Install-Button! Was? Ich suche auch noch den D-Install-Button vielleicht. Viel Glück! Oh, boah. Ich bin mir im Pinkeln. Viel Glück! Ich hoffe! Ähm, Neo ohne das Binde-Strich vor dem Watch. Einfach nur Watch. Sie haben eine Mieze-Katze. Keine Ahnung, was ich... Oh nein! Hi. Hihausen Hihausen Wusión Wus Petern Wild estás Wild estás Wild està Wenn er das gleiche Prop hat, wie ich so viele Freunde, schau mal auf deinen Freunden, ja Ich glaube, wir haben ja noch einen in den Augen, ja Die Blue, ja, das ist es Humor Cowboy Ich muss euch sagen, ich weiß nicht Eskimo Cowboy ist einer der geilsten Livebands, die ich je gesehen habe Ich habe noch nie ein Konzert so gefeiert wie von denen Die Blue herzt mich Dabei habe ich gerade gedacht, dass die Blue mich beleidigt hat Oh, warum ist er von Malfight auf Yorick gegangen? Oh, Malfight wäre so gut gewesen Ja, wäre auch mal ein Wunder, wenn Malfight Misskolli zu picken würde Hm... Ich habe da noch was Also ich sage euch jetzt schon, ihr werdet im Botlane keinen Spaß haben Ich habe da noch nicht geklappt, oder? Ich habe da noch mal einen Gehörn-Yorick-Wern zu picken, oder? Das ist sonst einfach schön Äh, die Blue, ich kann es dir echt nur empfehlen Also wirklich, es Humor Cowboy Ich kann auch demnächst mal ein paar Videos hochladen Ich habe ein paar Videos gemacht, als ich bei denen auf dem Konzert war Ich denke nichts Böses und gehe auf die Lane Farbe Minion für Minion und denk ich bin safe Fang an zu traden Nimm mir was vor Das hier ist GG Ich kill ihn, schau doch auf den Score Doch dann kommt nur noch deren Juggler Und sie Tower bleiben mich Ich brauch hier unbedingt mal Hilfe Alleine schaffe ich das nicht Oh, du hörst sie immer auf dem Rad zur Arbeit, nice Ich mach ein, G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Doch ich hab vergessen auf die Minimax zu schau fisch Und sie kriegen mich trotzdem Ich werd wohl gecampt Wie viele Punkte verlierst du und gewinnst du eigentlich, Brownie? Ich glaub, plus 18 und minus 19 Oh, scheiße Ich hab schon gedacht, wie viel Gold 3 war denn da? Man weiß ja, wie meine MMR ist Und die war schlimmer Haha Ich wollte euch überhaupt nicht auf den letzten Finger Bane und Lane Ah Aber Trash wird halt einfach keinen Spaß gegen Dings haben, ne? Gegen Kallista Gegen Kallista Aber sie hat dämlich viel rumhopst Wass mal rüber schauen Ich habe mich wohl überstellt Zu Boden gebracht Ganz egal, wie viel Tote ich hab Ich brauch den Geld Sonst werde ich untertau ein Solo Gehen wir mal anwenden Ich hatte voll Bock drauf Also nicht, dass ich Hilfe brauche Eis und diese Witze Hilf mir aus Ich weiß ganz genau, dass du wie ich jeden einzelnen LP brauchst Wir sind ja leider nicht beim RAR Was ist RAR 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 RRR Ari kennt den Weg Ich hör mir das schon tilten Brand Das wird sie gerne wahrscheinlich schauen Abbruch Ey wir haben Ward geforst Der GG Mann Wieso hörst du mich tilten? Ach komm Also Es hat mich wirklich getiltet Einfach nur die Mitte war eigentlich gewonnen Und dann macht der RAR ganz einen Power-Dive Ja ne, aber das gibt's auf der Schule Das hat Rock am Ring Sorry Diplo Mit Abkürzung Äh Bin ich nicht so flauschig Äh Kennst du nicht ROR? Man Nein Was war das älteste? Außerdem hat er RAR geschrieben Papa Ja Rock am Ring Jetzt bin ich ja auch ein bisschen schlauer Ja? Chill mal Jeden Tag ne gute Tat Hallo Hallo Brand Guck mal das ist meine Kuh Und wenn ich die werfe sollst du da bitte rein rennen Okay? Dankeschön Oh fucky Oh fucky Oh fucky Oh Ah Ari macht damage Don't you down in your knees Let's back him for more Brandy wendy Brandy wendy Back 2 Rein Ha Rein Nice Von wegen du hopst weg Ja entschuldigung Ich hab's doch nur gesagt Also mich als Trash würde ne Kalista einfach anfissen Fest Kalista und Braumann Das ist egal Ah Tariq Wo schreien dann gehen wir okay Auf 2 meiner Wilds ich geh auf jeden Fall in grün vor und dachte Ach Brandy jetzt komm nochmal von deinem Tower da weg und dann töten wir dich okay? Ach Brandy jetzt komm nochmal von deinem Tower da weg und dann töten wir dich okay? Was hältst du davon? Ari hätte voll Bock da drauf Wenn sie nicht immer diese Last Hits müssen würde wäre das ganz schön Pink dabei für uns Pink dabei für uns I can do you everything I can play a core Jaaa good job bietet euch Ohhhh Kein Flash, kein Heal Kein Flash, kein Heal Oh ich bin oben Gut zu wissen Oh Jetzt renne ich aber hier in seine Scheiße rein Na gut gehen wir bei Na 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 Oh Timo Hello Na du Flauschiger Warte mal, wieso habe ich noch 2 Pots? Wieso habe ich bis jetzt noch kein Pot geused? Lol Ok ich bin behindert Was? Oh ich mag die Tritze Ohhhh Das ist süß Jarvan, möchtest du Mitte töten? Also ich will Ich verscheid ins Bild Er hat alles raus Oh Scheiße Ja er geht weg Ach kacki Kacki fucki lucky lucky Bam Brandy wendy Oh Da ist er weg Portland wird penetriert Ich komm, ich komm, ich komm Hör mal auf Ich, ich fahre Ich fahre Ich fahre Ich fahre Das ist der Brakstar Wie geht's her? Oh man ich hab keinen Mana Nein Wo ist denn Brandy wendy gefeedet? Ja ja Der Perle Ich fahre gar nicht mehr Ich fahre Schade, dass du deinen Hub gemisst hast Sonst wär dieser blöde Mieze Katzen-Renga tot gewesen Ich fahre Was hast du eigentlich grad für einen Ping? Abi Was hast du denn für einen Ping gerade? Jetzt gerade meine 50 Wie läuft's? Ja 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 Geht aber manchmal hoch auf 300 Ich weiß nicht, ob wir das gut machen können Aber es läuft in Ordnung Als gut ist das nicht Beste bei mir Hä? Äh Timo, ich bin klar Hey Royce Carol Das ist jetzt hier gerade ein Silbersmurf Und auf jeden Fall bist du ein Flauschiger Und auf jeden Fall bist du ein Flauschiger Brand ist miss, Leute Ich bin auch auf dem Weg Ich bin auch auf dem Weg Ich bin auch auf dem Weg Busch sage ich schon in River Dann geht's für dich, wa? Naja Du brauchst den Dingsrix auf jeden Fall Ich komm halt nicht ran Geht keine Ulti Mach Schaden, aber Du bist ein Kameratouge Wow, danke Oh, schade Ich bin Ulti gemisst Oh, mein Fail Endlich gekillt Alle drei sogar Wow, alle Summonerspace gemisst Wir könnten jetzt eigentlich great machen Alter, was hast gemisst? Einfach mal useless Gefailed Das war die Synergy Nö, da war der Alkohol einfach Jetzt zu Oh, Kamsocke Bibi Toni Was ich dir eben schon gesagt habe Spiel mit uns Lass den da oben einfach machen Fiede uns Und äh Dann wird das schon und zack Da ist man zu Kann ich das machen, ne? Halt Alter Da ist es bis dahin gepusht Da ist es bis dahin gepusht oder ist es bis dahin gepusht Probably schon Pass auf Wir pushen, okay Aber in der Zeit könnten wir den Drake machen. Scheiße, dieses kacken Top-Land. Nicht rumtilden. Denk an die Sana. Okay? Danke. Und ich weiß, wenn du tiltest, dann atmest du schwer. Bitte? Ja. Ah, ich sehe schon mal wieder rechts auf. Jetzt wollen wir mal eine Waffe in die Tower gehen, ja? Guck mal, jetzt zum Beispiel könntest du dich Richtung Bot-Lane aufhalten. Oh. Alter, da ist mich was getötetet. Ich wollte das Kern-Menü mitnehmen. Genau, wir können jetzt hier Drake machen. Bot-Lane ist weg. Brand ist weg. Jaja, Bot-Lane kommt wieder. Naja, ist doch egal. Wenn nicht viele bist du schuld. Reicht Wann Hilfe? Ja, reicht Wann Hilfe. Haut ab. Und jetzt haben wir einen schönen Drake bekommen. Du kannst jetzt weiter junglen, dich weiter hochfeeden. Klingt das nicht schön? Mhm. Wenn du das sagst, klingt alles schön. Aha! Alter, sag's doch mal! Ah! Tu es, jetzt! Ja, Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Schon wieder dicke Nippel hier! Lufthin Klempner! Sieht drauf! Äh, Tiflu, denk an die Sahne! Ähm, und zwar nenn ich ja Toni Brownie, weil er schwarz ist. Witzig. Und äh, ich bin seine Sahne, weil ich weiß bin. Und das ist so, ich meine halt, er soll an mich denken. Alles ist positiv, alles ist schön. Und du gehst jetzt bitte nicht Counter-Jungle. Nein, ich würde gerne mal wollen. Müde ist SS, aber der geht Richtung Top. Aber wir sollen ihn ja nicht blind, also. So, eine Dorte. Oh, ich bin nicht blind. Ich hab ihn gewarnt. Ja, aber er ist ja nicht blind, hat er gesagt. Und? Oh lol, Mann. Und da? Kann man da was machen? Ich könnte auch kommen. Oh, nice. Was? Okay, ich push weiter mit dir dann. Gut, mach ich ja. Siehst du? Einfach nur Blood Lane sein. Und? Oh Mann, oh! Der Typ kann dodgen. Und ich hasse ihn dafür. Darf er das? Nein! Und äh, Dings macht gerade Krabby. Katze? Die Katze wollte mich ganken. Alter, ich steh 0 0 0 0, das müssen wir jetzt mal irgendwie ändern hier. Das fuckt mich ja bisschen ab. Ich hol dir das Mann so und dann wird's sich bestimmt was er noch. Aaaaaaah Bade Du Baaah Dankeschön Mitte ist wieder SS Ja boah, das ist wieder natürlich Wieso Drei-Torps ist Brand auch oben? Na, die Nahrung ist schon ein bisschen mehr Achso Jaaah, Limpel Oder PAN Ich hab nicht richtig bis 13, 1 und 3 FSK ab 18, ach warum? Achso, es gibt ja nur 2, ich hab nie gehört Spielt deine Freundin mit Ja Oh äh, Brand followed Oh ja, Brand followed noch mehr Warte, warte, PANZ kommst du weg? Ja Ich hab auch nicht Warte, PANZ, 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 PANZ? Ich hab mich schon wieder an Nur Seelen Noch mehr Seelen Liebe Seelen 15 CS Brandy Brandy is Miss Gute Ice Wasser Oh Ich habe keine Ulti, aber ich komme Egal, das ist tot Warte, das war schon ein Wursch Ach, ich wollte KS'n Bist du gemein Das findest du erleichtert Aber wer das so schön gedochtcht hat, wollte ich noch kein Essen machen Mhm Positive Aura Was denn? Aber Spotlane in unserer Mitte läuft doch gut Was wir so'n scheiß Yorick machen Kann er feeden? Kann er feeden? Ja komm, aber er wird auch ein bisschen gecampt da oben Dafür macht er es relativ gut Er hätte schon öfters feeden können, ernsthaft Da wurde er einfach gar nicht Keine Ahnung, der kann einfach so vieles vermeiden Indem einfach einen scheiß Pink er entsetzt Was sagt er? Leg auf der Botlin, mein Stück Ja, Leila, aber du benennst dich jetzt, ne? Der feeded game ist auch nicht lustig Das kriegen wir schon hin Das kriegen wir schon hin Unsere Yanks, unsere Yanks ist feeded Die macht das, um meinen Charme rettet Das war ja mein Main ADC Oh, Krathor, hi Drap is up Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll Komm Dren, go Ja, Blint ist fast in der Mitte verschwunden Ich könnte wahrscheinlich... Oh mein... Ich bin da weiter 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 Ich bin auch unterwegs Lauf Vorsicht, ist ein allerlöser, ist das kein Lauf, noch Lauf, noch Lauf, noch Lauf, noch Lauf, noch Lauf, noch Lauf Aber wir haben die denn, der verdammten Schwarz Wir können wieder Drake machen Ähm, Garen und Brand hier Jo, wir kommen Ich hab noch nie so viel über verspürt Ging sie? All ready... 5 J-Hör? Auf Prent? Oh fuck... Yo yo yo! Immer weiter rein da, immer weiter rein... Oh ja, good job! Haha lol Wie der Prent sagte, ich will da reinkommen. Gryyyyyy Siehste, du brauchst gar nicht zu tilten Unsere Jings ist gefiedet und da kriegst du ein Herz Hm? Hm. Du tiltest immer noch! Oh nein, Liga. Ich tilte gleich, dass mir mein Fahrt wegkommt. Scheiße, ich muss selber meinen ganzen Fahrt. Tilt, tilt, tilt. Brandy, Brandy kommt wahrscheinlich fort Land. Wir haben gerade Vertrautmann, Anteil zurückfuschen. Ja komm, lass weiter, komm. Ja, okay, Renner ist weg, Renner ist weg. Ja, den Liga-Tower kriegen wir noch. Du bist in dem Moment abgelaufen, wo ich die Enki gehen wollte. Luba! Bin schon unterwegs. Assi! Assi-Khan. Ne, Assi klingt irgendwie Assi. Danke. Da habe ich die Brand gerade genannt. Die ist in der Nähe. Du bist in dem Moment verbunden. Du bist in deinem Vorhang, die war dann nicht sorevistisch. Also in der Nähe. Dann habe ich die Brant gerade genannt. Brant für die Brant verändern. wendy wendy der gute alte ja gut wir haben mitte und trotzdem durchgepusht lassen und alles durchpushen hatte was wir machen sie mit menschen ich mache direkt alles auf brand hatte warte kann jemand tanken er macht halt gleicher gedanke ja das ist schon wieder gerade ehrlich zu reagieren wo ist denn mit vorschlag jerry Please! Oh, nice! Oh, fuck! Hallo ist auch mit Toni, ist die Spitte hier? Ne ne Alles gut Toni hat sich für das Gute geopfert Auch noch so Komm wir können Tower, hier komm, bleib Die haben schon so gut wie aufgegeben Oh, aua Ich bin tot Okay, sorry, mein Bad, mein Bad Das war meins Habe ich euch im Toot gebetet? Finde ich alles auch mit meins, denn warum sagt er eigentlich nichts? Finde ich auch mit Bei dir, oder? Ich stehe da zu sagen, da schläft er gerade oben Kann auch sein, dass er gerade selber streamt, das einfach nur da nebenbei laufen hat Weil ich habe ja den Stream auch nur an einfach Das klingt sehr krank Ja, noch kein Reichen fertig, ne? Außer Schuhe Okay, wir müssen jetzt einfach mittelweiter durch Was habe ich gegen den Windrachen? Der Windrache ist für einige Champions einfach useless Weil er gibt ja einfach so viele Zwecke außerhalb des Kampfes Und das War zum Rom ganz nice Ja, zum Rom ist es ganz nice, aber Ja, auch für Champs wie Rengar und Karasix ist das ein richtig geiler Bob Für Hecarin zum Beispiel, sehr sehr geil Ja auch, ne? Sie sind halt einfach so übelst mobil Was sie so schon sind Ich finde, Larchen haben Genau Garen kommt von mir Die Ulti ist noch Windrache gegangen Ich bin sehr stark Nein Nein Guck mal hier, die porten sich weg Warte Rengar ist zum Drake gegangen Okay Wie Sekunden, ob ich das meine Linse Rengar Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Ich steh hier längs Ich bin so useless, Alter Holy shit Ich platze noch schon bevor ich ankomme Oh, Seelen Wir teilen die Seelen Äh Trash, kannst du ein bisschen die Botlane pushen, dass wir gleich nach dem Drake pushen können? No Das wär voll flauschig von dir Ich geb's oder was haben wir ein bisschen nicht mehr allein sein Oh, die pushen sogar von alleine schon Ja, das kommt Ich kann mal probieren gehen Ich kann mal probieren gehen Ich kann mal probieren gehen Oh, die da einfach zündet Ja, einfach random Ja, okay, zum Power pushen Okay, gut Oh, schöne Ulti Oh, lass mich mal raus hier Ach, Charme Ach man, oh Penta Ja Ich bin in Ruhe Ich bin in Ruhe Oh, oh Das war knapp mit dem Panther War sehr knapp Ja Passt Aber Hauptsache Timo Level 7 Ja, ja Nice Alles kaputt Ja, und jetzt gehen wir einfach wieder Bot Ja, ich bin in den Barren schon aufhanden Ja, aber ich bin in den Barren schon aufhanden Barren ist immer... Ich weiß nicht, damit kann man sich auch ins Spiel versauen Aber wir können's gerne machen Wir können Barren machen, einer kann Botle ambushen Kapper Ja, Yorick hat Botlegged Oh, Blubaff Los, Yingsi, hilf mir Dankeschön So, jetzt sind sie schon mal ein bisschen durch den Teleport abgelenkt Aber Tarek will jetzt hier warden gehen Okay Ist der ward? Ah, ist egal Mhm Wollen wir ihn töten? Joa Hey Können wir lauflich irgendwo hinter uns mal Einen Junk hab ich noch, Baby Schau Hey, Lashes Ja Ja Schau 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 Ja Ja Finger kommt Bleibt hier auf dem Flex Ach, dieser Charme Ja 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 Schau Ja 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 Die Kee 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 Ja, drittes Aare-Game, drittes S. Läuft. Shall we go back go? Hallo, Relikt 4. Schön, dass du da bist. Hey, Relikt, du gehst mir fremd. War zwar ein netter Charme, sondern dein Nack, aber wir lassen sie. Cool. Was? Wir haben beide gut gespielt, okay? Ja, hey, ich lese nur vor. Achso. Wow. Ich habe nichts gesagt. Das hat Neo-Mütze geschrieben. Neo-Mütze, du Kacklappen. Meine O-Penis mit meinem Charme zusammen hat den Rengar mit dem Knock-Up vom Javan richtig hart gefegt. So. So deep. Jetzt habe ich es ihm aber gegeben. Wow. Der Rengar hat mir nicht zugefügt. Oh, ich habe sogar noch einen Schlüssel. Lol. Oh, steckende Akali. Was für ein Schlächer. Du hast den ganzen Link hinzugefügt. Was für ein Brennen. Ach, dann war ich das. Ich bin Kritiker, kein Optimist, alles klar. Okay. Also kann der Wasser-Drake ist ziemlich okay. Also er wurde schon genervt, weil er halt Mana und Leben-Rack liebt. Und das war mal extrem heftig und das haben sie halt ein bisschen genervt. Aber im Endeffekt ist es halt immer noch ein sehr starker Drake mit dem Fire-Drake zusammen. Der Windrache ist halt wirklich, er gibt dir nur Mobilität außerhalb des Kampfes. Und der Erdbrache gibt dir halt mehr Damage auf Power. Dubstep zum Musik-äh, zum Zocken, okay. Pfui. Hm, wer? Was? Äh, Neon. So. Tja. Die Mütter. Anni. Bald kann ich mir Six auf dem Account leisten. Dann geht's richtig steil. Achso. Also Rote Drache geil schon. Rote Drache... Ah, okay. Äh. Das hast du geil geschildert, ja? Ja, das hätte eigentlich von mir sein können. Schwarze Drache, ganz böse. Ja, der Schwarze Drache ist ganz böse. Ah, sie kann ein Timo-Bildchen. Wo ich grad das Timo-Bild sehe. Ich hab mal einen Timo-Zuschauer gehabt. Der ist gar nicht mehr da. Der hat immer die Emotes gespammt. Schade eigentlich. So, dass ein Timo-Main das verstehen kann. Haha, nice. Ich will... Ich will mehr... Also Neon, du musst einfach nur der Song-Request... ...und das YouTube.com und den Strich-Strich weglaufen. Also nur Watch hinzufügen und dann passt das. Leila, wie er das macht, er hat jemand subscribed und wenn du jemanden subscribest, hast du bestimmte Smileys. Ja, das ist Nightblue 3, also Nightblue 3 nennt er sich. Okay. Nightblue Zapper. Ja, kostet monatlich ein Fünfer, also man muss dann halt irgendwie, keine Ahnung, subscriben halt, ne? Fünf Euro, monatlich, um die Emotions nutzen zu dürfen und um den Streamer zu unterstützen. Guck mal, hier. Oh, Gott, wieso sagt ihr mir nicht, dass ich picken muss, oh Gott. Tick. Alter, das war so close. Hallo. Funktioniert, Kickerball? Nein. Fuck my life, ey. Ich hab grad den Text bei meinem Mobot rausgesucht und bei mir ist LOL nicht aufgefloppt. Äh, Leila, ich glaube nicht, dass ich einen Sub-Button kriegen werde. Wahrscheinlich vielleicht, wenn ich... Warum geht das nicht, Toni? Hab ich was falsch gemacht? Warum geht das nicht? Das war ein Request. Äh, okay, der Pimmel, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Pimmel, dass du mich gefollowed hast. Eingedrungen gewesen. Ohne, wir müssen aufhören, um unsere gemeinsame Zeit zu reden, das geht nicht. Zeitschirm, Homo, dann hast du gar nichts geschrieben. Wer ist bitte der Pimmel? Bei welchen? Keine Ahnung, ich kenn sowas nicht. Das sind ganz Leute da für mich. Der beste Freund von Sack. Der warst dann Arrow requesting this song. Okay, ich muss kurz erstmal auf Toilette gehen, bis gleich. Ah, ich hab mich verkabelt. Nice. Als wenn sie nicht schwanger geworden ist. Ich weiß nicht. Ich bin raus, ich war nicht drin. Ich bin raus, ich war nicht drin. Ja. Ja, warum geht der nicht? Das ist voll cool. Muss ich das Leerzeichen, muss ich nicht mitnehmen, nur auf eine Watch, ne? Ja. Ah, da ist es. Das schmackt man in Chat, oder? Ne, ne, ich hab nur Slash gehabt. Ich weiß gar nicht mal, wo du das schreibst. Hier? Ja, aber ich seh nicht, dass du ihm was schreibst. Ich sollte aktualisieren, ich glaub mein Chat ist aufgekackt. Und mein Follower, der scheint nicht mehr zu klappen. Ich bin jetzt hier über die 2-1-Grenze und weiß nicht, wer mir da gefollert hat. Alles gut überstanden, ja. Äh, Azikan, nein. Das Problem ist, auf dem Silbersmurf habe ich gerade nur Ari für die Mitte. Und... Ja. Deswegen spiele ich halt gerade durchgehend Ari. Was ist Trailer... äh, Trailer Park? Eine gute Band, ja. Echt? Ja, wenn du Rap magst. Nein. Dann ist es keine gute Band für dich. Ah, danke. Alligator? Äh, wenige Lieder. Ist, äh, quasi Alligator. Ja, aber okay. Ah, der Alligator. Welches Lied hat er denn gepostet? Was siehst du mit dem Lacken und so? Schade. Ich kann dir auch deine Blockade in der Hand holen. Oh Mann, die Blut. Oh Mann, bitte. Ich steh drauf. HTS. Talk Daddy to me. Du weißt, ich arbeite jetzt zu viel, ne? Mit der Hand. Talk Daddy to me. Ja, halt dabei. Ich weiß. Talk Daddy to me. Hauptsache, das Lied hat einfach 70% einfach in Talk Daddy to me. Was? Sag doch mal. Liebe, 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 Liebe. Liebe, Harry, Liebe. In day! Jo! Ich weiß, wir haben eine... Darf ich kurz flamen, bitte? Es tut mir leid, aber ne? Ich hasse Jannah, support Jannah, so scheiße Jannah, ist kacke, dumme Crew und useless. Okay. Hey. Ich hab' ja geträumt. Ich hab' ja geträumt. Okay. Geh' jaент. Die Trellapark zeichnet sich nicht hoch von der Techniker aus, okay? Geil. Sonny, willst du deine John-Camps hier machen, oder? Sonny! 3... 5... 7... 6... 4... 5... 1... Er kann's doch alleine. Ja, sorry, musst du gerade die Tür aufmachen. Anerklin. I couldn't be so dead at this place. The land. 2... 2... 2... 2... 2... 3... Oh, das war sch... Das war schlecht. Geiler Typ, Mann. Ich könnte eigentlich auch gleich mal Songs-Best reinmachen. Aber ich glaube bei mir sind gerade nicht genug aktiv. Es bringt halt nichts, wenn nur einer Songs-Best macht. Da kommt was mit dir. Karma mit low life. Geht doch drauf, slow ihn, mach ihn, but... Nein, du sollst nur nicht mehr tilgen. Entschuldigung. Ich möchte, dass du glücklich bist, weil wir zusammen spielen. Oh... Oh... Was ist das? Schöne... Ah! Ah! Wenn ich fühle, ist das in Ordnung. Darf ich. Ich finde, das klingt fair. Ja, irgendwie schon. Wow! Wie soll ich das jetzt verstehen? Ähm... Hoffentlich. Positiv. Müde wäre ein Free-Gang. Wenn du jetzt da einfach mal von der Seite kommst. Hier so. Ja, das würde ich auch. Klar. Okay. Okay. Kein Fleisch. War flauschig. Ja, ich habe aber keine aus. Ich bin nicht so flauschig. Mano! Ari, kannst du mal hier Last hitten? Du doofe Pussy. Wow. Ich hätte das B-Wort gesehen. Mhm. Penis? Oho. Ja? Genau. O-Penis. Nee. So, diese Stimmung zu wach werden. O-P bin ich noch nicht. Ja, ich werde echt gemütlich. Oha. Kacklappen. Hey, hey, ja. Ich dachte, wir machen heute noch Gold. Gut. Das wird eine lange Nacht. Was zählt? Was? Was? Oha. 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 50 Sekunden, wie ich jetzt hier lauert. Ich kenne das. Ich kenne das. Wie geht Thomas Back? Oha. Oha. Siehste, mein Chat ist nicht aktiv genug, um eine Song-Request zu durchführen. Hallo, Chat. Ähm. Seid ihr noch wahr? Keine Meinung nach Schild. Ja, ich die B kommt von mir raus. Ich glaube, das soll, dass sie die nochmal im Wochenende erzeugen. Okay, eine Waffe, wir können mit dem Flugzeichen. Oha, Moment. Hat sich erledigt ja im Fight-Up. Oh mein Gott. Ich hab's auch zu ne... Ja. Ja. Ich glaub gleich noch. Kiki! Ja, das geht um die. Das muss bald hinfahren. Was? Ich hab grad was total Perverses verstanden und deswegen würd ich's nicht wiederholen. Oh, da wird er wiederholen. Ich hab irgendwie gleich mit... Nee, hör auf! Ich will so schön ganz am Tonnen. Okay. Mhm. Mhm. Okay, hier ist ein Ward. Und Nauti befindet sich grade in der Mitte und zerstört mein Ward. Mhm. Aua. Aua! Sia, Nauti! Ich war einfach zu lange auf dem Desktop gerade. Kein Bucke. Vorhin, da, pass auf. Da kommt er schon, ich hab gerade geschwiegen, scheiße. Ich weiß wieder. Geht? Ja, alles. Beautiful, Leute, beautiful. Nicer, nicer. Oh, 25 cm True Damage, hallo. Song Request ist noch nicht da. NIEBES! Was? Ja, ja, ich komme, ich bin schon da, spürst du ihn? Wir kommen von unten. Wir kommen von unten. Da. Oh, nicchen. Hey, 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 komm zu mir. Was ist da bescheuert? Wir kommen von unten. Tf ist wieder Bot-Lane, Leute. Äh, pass auf, die könnten vielleicht Drake jetzt machen... Hm. Dann springe ich noch mal rein. Die Menge. Ja, 25 cm True Damage ist schon echt geiler Name. Man muss es ja zugeben. Das ist doch keine Stimmung, okay. Ich hab's ja gesehen, das ist Stimmung, aber... Boah. Ne, Anlauf statt bleibt gut, okay. Machen wir dann noch mehr? Ey. Das ist doch ein Kumpel, der würde mitspielen. Hm. Ich komme in Bot-Lane. Oh, ich hab gerade keinen Support. Ja, das ist doch egal, ich hab Ulti. Okay, die wissen, dass ich komme. Hauptsache er hat Spaß, ey, sonst glaub ich nicht. Ich bin Reutai. Tf, 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 Tf. Ich komm zu euch, oh. Anlauf hier. Mal wett, mal wett, mal wett. Schalte, könnt ihr da irgendwie pushen? Ich bin doch mal in den Spot. Echt? Ja. Ich wäre da, aber... Können gleich geschehen. Ach man, wär gepusht gewesen, wär er tot gewesen. Schade, ey. Sorry, my bad, my bad. Nein, ist doch alles gut. Ich geb euch nicht die Schuld, dass ihr gefeedet habt. 6-1, zehnte Minute. 2-0, zehnte Minute? Mhhh. Mh? Mh? Mid-Tower ist auch down. Dreck? Oder... Ah, töcki. Kammer stürbt doch. Und ich hab den Mid-Tower schon. Mhhh. Aber da. Ich guck mal. Ja, so muss es sein. Oooo, Scheiben, da rein, da rein, da rein, da rein! Schiff mich, schiff mich, schiff mich! Und wir singen nochmal, allen zu sammele! Oh, ich bin exhausted. Oh, scheiße! Oh oh, oh oh! Ja, das ist halt mein Spieler. Sorry, das war irgendwie eher Der Nauti ist so weit in der Ruhe rein. Oh, der Nauti ist so weit in der Ruhe rein. Oh, der Nauti ist so weit in der Ruhe rein. Ein Wirbel wäre gut. Nein, wir sind nicht. Okay, er ist ein Liga und ist gestorben. Du hast keinen Mana, lol man. Deswegen habe ich gesagt nein. Oh, Emprix, hi. Emprix, welche Elu bist du denn überhaupt? Läuse, wie ist der Top-Lane? Ja, abgeschnappt den Scheiß aus der Botleinung. Auf Track aufpassen, den dürfen sie nicht kriegen. Der Tor-Lane wird dann nicht kriegen. Nein, werden sie nicht. Safe Kill? Der ist AK und die Top-Lane reagiert nicht. Ja. Oh oh, oh Gott dieser Busch. Scherbenner, wie low bist du? Oh, low. Okay. Genau, aber unterwegs. Hm. Silber 4 bist du? Hm. Emprix, wenn ich den Account noch ein bisschen länger haben darf, könnten wir, klar. Ja. Bisschen schwul. Ach, die FH Teleport. Oh, rosse WTF. Die Blue findet die 25 cm damage. So geil, er kommt da voll nicht drauf da. Ich hab mich voll beim Shoppen verklickt, ne? Guck dir mal, ob wir mein Itembild haben. Hm, auch gut. Ich hab vorhin einen Schlaf. Ja, wenn er zwei haben kann, ja. Können wir Drake machen, Scherbenner? Wie geht das? Ich komm in den Krieg. Hier, Nauti ist da an der Seite, ich wäre da. Der hat einen Blubuff und ich möchte ihn haben. Aua! 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 Okay, wir gehen, wir gehen, äh, Dreis. 6,30 AP. Papa. Wie sieht das weiter weiter, ne? Wo es halt so lange geht, ist kein Problem. Irgendwann schalte ich bei Zeichen Lieder einfach ab und dann ist mir egal was läuft. Äh, kriegst du welche Lane, Mainlane bist du denn? Weil Mitte und Jungle und AD Carry sind so meine Lanes. Cool, ja, Mitte, oder? Weil, wenn McCoy eben noch nicht groß ist. Das hält ja was gespürt aus. Gurala-la-moven. Was? Gurala-la-moven. Ach so. Äh. Ja. Hoi! Hallo? Ich geh mal kurz, hauptsverstanden. Ja. Aber... Ja. Oh, es ist ein paar Tage. Oh, ich späte da noch. Ja. Was steht? Jetzt? Rot? Nein. Da, da. Jetzt ist es rot. Einig, feinig. Hilfe! Hilfe! Nein! Hallo? Ups. Ah, minions, minions! B, C, D, F, G, I und K, L, F, C. Ich kann nichts machen. Ich mach den Lieder an der Will nicht mehr. Ich hab gefehlt. Ich dachte, ich krieg den mit dem Kuh. Oh, wow. Stärkst du mich mit Yasuo auf. Ich hasse Spieler wirklich. Es tut mir leid. Ich bin ja immer gestorben, weil ich sterben. Ich hasse Yasuo-Spieler einfach so derbe. Das kann man gar nicht in Worten ausdrücken, wie sehr ich's hasse. Hm. Das war auch. Ich verdiene einfach jedes Spiel. Oh! Die Blue, mach das nicht. Schreib bitte nicht nur. Bitte nicht. Kacklappen ist okay, aber nicht nur. Gut, ich hab's mir nicht schon mal. Pass auf, Toni. Da kommt noch ein Tiff. Kann man den noch helfen? Nein. Ich hab mir jetzt nicht mehr zu helfen. Haha, sexy. Absolut. Oh, Alter. Ich- Oh, Mann. Ahahahahaha Ahahahahaha Ausbruchzeichen Kack Kappa Äh, Emprix, wir sind gleich 5 Leute, also wird das heute auf keinen Fall was Please Alter, ey, sorry, ne? Emprix, du spielst du diese scheiß Champions, die ich hasse Jasu, Z, Leblanc Das ist so typisch, ich will vorankommen und spiel diese One-Trick-Champions Okay Hm, wollte ich gerade sagen Ist okay Jeder darf da spielen, was er will Oh wow! Wir haben auch viele Twitch-Top-Ain nicht Talk dirty to me Ein Kacklappen hat mir 5 Euro donated Er zieht einem, kommt was Wer hat was donated? Wer hat was donated? Ist wer hat was donated? Ein Kacklappen Oh Das war bestimmt die Blut, der sich gerade einen Account gemacht hat mit Kacklappen, um mir zu tun Nein Hundertprozentig Und ich gesagt hab, er soll nicht Noobs sagen, sondern Kacklappen Ein Kacklappen Ein Prix, du darfst echt gerne spielen, was du möchtest, klar Aber dass du mit den Champions gut da stehst, das ist klar Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin weg Wow Oh 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 Da hat mich was angegriffen Da hat mich was angegriffen Guck mal mein Leben Hihihi Ma 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 Aber seht ihr einfach mal diese krasse Heilung durch den Wasserdrachen? Das ist so übel, das ist heftig Ach, mit Paysafe kannst du den Namen aussuchen? Ah, okay, alles klar Wusste ich gar nicht Das aber auch mal Vorher konntest du nur den Namen ändern und dann konntest du nix fickt als so ein Erg Obwohl, naja, vielleicht kann man halt die Mitarbeiter da was machen Hm Bin da Oh, der ist so schnell Oh, lol Das hat noch getroffen Nice Toni Ist in einem Blut raus Oh, Safety Das ist erledigt Ja, meins? Okay Ja, man baut halt nur AP Die Sivir denkt, sie kriegt mal einer von mir Hm Er nehmt lieber wen anders als Nämlich Ähm, ja Der Box Keine Ahnung Alter Dachte Dachte 30 Decks Ja, Neo, wir können da auch gleich zocken Keine Ahnung, dann äh Ein Glöckchen auf ihren ähm, Zuschauer mit reinnehmen Dann passt es Nein, nein Achso, wie, hä? Ich dachte, wir sind jetzt fünf Ja, deswegen hab ich gesagt, ich geh raus und spiel dann mit Neo Nein Nein Ja, nicht Äh 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 Lol Ich dachte, wir spielen zusammen, weil wir dich Gold machen wollten und nicht Dankeschön, Jenna Ja Ah, den ist gut Ja, vielleicht schon noch ein Zund Oh leu, ich bin nicht der schluss Gott Ich hab in 6 Sekunden Ulti Oh oh, ich bin am Arsch Aschi, Aschi Aber ich hab Karma mitgenommen undsss te s ts 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 Psycho, cocai, crazy! Oh, falsche Reihenfolge Egal, haha Oh, der Chase auf Doom Entschuldigung, Mama Deine Spur sieht geil aus, die du da hinterlässt Naja, von auf Challenger, von auf Challenger, Schirwander sieht das nicht geil aus Ich möchte unbedingt diesen... ...Scan von ihr haben, den neuen Ich finde die Galaxy-Scans irgendwie doch sehr begeil Schirwander-Scan wir nicht haben Irrit-Saner ist geil Und Fiss-Saner Generellt hab ich! Schirwander-Saner hab ich ja nicht gesehen Fucker Oh, oh Oh, oh Genau die mag ich nicht Alter Ah, die Flo Die Klappe kommt Die war schon Die waren presentations Oh, die gave50 Jetzt wärst du gegangraped Da steht sie doch drauf Ah, die Blue! Aus, Böse! Oh, oh, Ezreal Tower. Aua, Böse. Ja, war nicht gut, die zu followen. Ich gehe Drache, Won. Good Job! Glaubst du, wir können den Drachen zu zweit machen? Weiß ich, ob er uns geglaubt werden kann. Er hat... Mh, hm, hm, hm. Er hat 6.5 und 8. Tf, tf. Oh. Ich gucke mal ab und zu, da hat der Heitor aktiv, ja. Fakt mich jedes Mal. Ich vergesse auch öfters auf Luschen, die Jumus zu aktivieren. Ich weiss auch nicht. Fakt mich konfliert werden. Oh, Jenna, ich kann gerade nichts machen. Ich bin nur unterwegs. Ist gut. Wir haben ein kleines Stück. Warte, Zerlack auf. Warte, ist gesalte. Komm. Okay. Botline ist der Tower relativ low. Den könnten wir eigentlich machen. Das warst du nicht. Schau doch auf den Namen. Du hast doch gerade verraten, dass, äh, man den Namen bei Paysafe annanen kann. Okay, GG. Dann bindest du doch auf die Maus. Boah. Keine Ahnung. Ich würd's dann auch auf der Maus vergessen zu drücken. Verklapp's mir. Ich bin da echt kein... Oh mein Gott, ich bin ein Feeder. Oh mein Gott, ich bin ein Feeder. Boosted. Oh ja, aber richtig. Noch zwei Games, dann werde ich eingerankt. Und zu Savegold? Wo hab ich kein Eis bekommen? Zu 100%. Und Toni, ich bin, glaub ich, der Meinung, dass du der Einzige bist, der... Äh, Toni, sag ich schon. Gibt's mir Einladerechte? Hier Toni, hör's. Ha? Alles gut. Boosted! Andy ist nicht cool. Oh, Game. Sag mal, kann mir eigentlich einer sagen, wo ich mein Handy gelassen hab? Tch. Ja, das liegt bei mir noch im Bett hause. Hm. Der kann Ladekabel. Knapper. Nee. Es ist verschwunden. Liegt der beim Klopapier? Nein. Sie war doch beim Pippi, der hat's gehandelt und auf der Toilette genommen. Nein. Nein! Oh, ich muss wandern. Ich führe uns eklig an. Okay, die Blue, wenn du's nicht warst, dann an den Toni-Feed-It. Vielen Dank. Was? Wer feedet mich? Ich habe gerade eine Donation bekommen von dem Namen Toni-Feed-It. Das klingt nach Layla. Das klingt nach Layla. Ja, natürlich. Kack-Noob und Toni-Feed-It sind hundertprozentig Layla gewesen. Ich habe schon gesagt, die Blue, ich glaube, der hat das gesagt. Ich weiß es nicht. Oh, ich frage das raus. Alle träumen hier. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Tschüssi! Ja, ja. Eww Warum muss ich noch einmal einspielen? Der Koko hat sich auch gefragt, wo ist mein Handy? Ja, ich weiß nicht, er ist richtig im Eimer. Naja, aber jetzt sollte sie ja langsam ein bisschen aufsteigen, ne? Wir haben jetzt mehr. Ich bin noch 128 im Minus. Was? 128? Ja, vom Durchschnitt für die Elo, die ich gerade habe. Achso, oh Gott, ich hab gerade schon wieder... Lol, und ich dachte gerade Games, man. Ne, ne, da bin ich auch keine Ahnung, 35 oder so Minus. Wir müssen noch zwei Games gewinnen, dann ist unser... Kleiner Brownie in der Promo. Hm... Jetzt ist es auch zwei Games wahrscheinlich. Ja, in der Promo. Äh, könntet ihr mir sagen, wenn das Spiel losgeht? Ja. Genau. Also wenn wir ein Game finden? Ja. Dankeschön. Ungefunden. Geht los. Danke. Geht los. Nimmst du wieder Gas, Mann? Kein Gas, Mann. Weiß nicht. Bin ich zu bedrohend? Ich will in der Zeit spielen sehen. Ich glaube nicht. Wenn du dann nix von der G5 bist, 0 Punkte, 1 verlierst und jetzt wieder absteigst. Jo. Stimmt. Oh. Bischi. Ding. Nein, du steckst. Sitzuhelangli Der Fisch mit seinem Stuck. Ich möchte ein Glicksbächer sein! Das wäre wunderbar! Ein Glicksbächer sein! Bummibärm! Hüpfen hier und dort! Oh Gott! Alles klar! Die Vorlage gegeben. Und jetzt sagt ihr mir auch bitte Bescheid, wenn ich picken muss, ne? Okay. Danke! Was spülen wir im Bodlane? Keine Ahnung. Ash? Kann man machen. Oder Wayne. Wayne. Was? 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 Ich fühle doch eh jedes Game. Ja. Ja, mach doch auch. Äh... Freiharden wieder mit Bitzcrank. Äh, die Blue, ich... Oh, Toni! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hm, sonst kommt man einfach da. Oh nee! Hennen, Maukei und Kragas, Alter! Meine Herz! Und die Blue, ich werde nicht absichtlich feeden, weil ich gerne möchte, dass du die Games gewinnen. Ich möchte, dass mein Brownie Gold braucht. Mhm. Du musst packen. Ja! Ja! Hä? Ah, okay. Jetzt weiß ich welches Wort das war. 1563, meine Riva für Gold. Ja, Akkord und Durchschnitt ist 1450, weil die überspring ich eine Division. Ja, dann... Mach mal weiter. Ja, dieses Team. Aber wenn du Gold wirst, dann abmacht Platin ganz easy. Ja, ja. Dachte ich auch. Und ab Gold 3 hang ich und dann bin ich wieder super runter. Immer bei dir. Aber die will dich anscheinend nicht. Wenn man irgendwie... Maaaann! Kann man nicht mal Handy spielen hier. Den muss man einsetzen. Dann stehen wir zusammen auf und ab. Ne, ne, und das täuschen nicht halt. Boah, ey. Wenn das doch einer von diesen Scheiß-Kack-Klappen verlief, Alter, dann... ...schlafen, Alter. Oh, ich krieg demnächst mal einen neuen Gegner im Turnier. Wenn ich eigentlich erzähle, Tony, dass ich am Turnier teilgenommen habe? hmmm von welchen denn? gegen den ich gespielt habe, das ist von MEG Gaming war das Turnier oder ist das Turnier ich musste gegen einen Midlaner also Main Mid, zu dem Zeitpunkt habe ich noch ADC gemaint der hat 600k auf ARRI gehabt ja und hab halt gegen ihn gespielt ja wie gesagt Platin 3 war er, zu dem Zeitpunkt war ich noch Platin 5, aber hab halt nur gespielt die ganze Zeit ja und er hat einen Lee Sin gepickt und ich hab halt einen Esseri gepickt und ich höre wie sie das geben Kinrin aber ich glaube ich spiele das lieber nicht oh ich würde so gerne spielen kannst du ARRI mit dir? dann können wir Account tauschen ich hatte das hier vorhin schon vorgespielt vor keine Ahnung bei Games dann würde ich jetzt nicht mehr ja du hast ja vorhin gesagt hey solange ich ARRI kriege ist alles in Ordnung ich hätte auch den ich hätte auch den wie ihr mich passt Felix's Jungle oder wo? hey ich habe es vorhin schon die Uli aus ihrem Leben die Blue? ich habe keine Ahnung wer das war mit Pebble und Tony Feedert die 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 du kannst bei Paypal kannst du nachgucken vielleicht findest du ja unter den Namen irgendwas da ist ja meistens ein Name eingegeben also da hab ich mir dann das Problem ist ähm bei Donation über Paysafe die dauern 5 Wochen eh die überhaupt da sind hast du es wohl über Paysafe? ich habe alles ok hast du nicht über Paypal? doch das also es geht auf mein Paypal Konto aber Paysafe dauert halt 5 Wochen eh das offen Konto ist voll übertrieben ey ne finde ich nicht 5 Wochen doch auch naja es geht ja um dieses Rückgaberecht ne mhm ja trotzdem ist es noch offen zu übertrieben Rückgaberecht ich find's halt auch ziemlich schade aber ich würd mir halt gern echt schon den neuen Bildschirm holen aber ich kann's halt nicht weil ich die 5 Wochen warten muss oh Gott nicht Leona oder halt das Headset auch wenn du sie huckst sehr mögen Pimpel und Tony feedet hehehe nix hör auf zu feeden Get set pimpel and Tony feedet lehehehe hoh ff vielen Dank Diplo für die für die Bonka gunshit vielen vielen Dank was ist das die oder? bongla Oh, oh shit, ich hab nichts wechseln. Was? Welcher? Welcher? Ich hab den eh wieder nicht ausgewählt. Welcher denn? Knochen-Knochen-Knochen-Klauen-Shebana. Ah, okay. Vielen, vielen Dank, Diplu. Ich muss jetzt so viel nachtragen, ey. Ich glaub, ich hatte... Der hat mir, glaub ich, wieder, nachdem ich eingetragen habe, glaub ich, wieder das Fiskins geschenkt. Ich komm da gar nicht mehr hinterher. Einmal Diplu hypen. Oh ja. Ey, nicht knutschen. Sorry. Halt ihn rum. Hat sie uns zerricht, verdammt. Ah, kurz. Okay. Das war's. Oh, Gott. Again. Da war dann Pimmel und Toni Fiedes. Ja, ja. Und Wayne, Wayne? Ja. Keiner hat sich Video nur. Oh, in Welten was? Ja. Alles klar. Ja. Willkommen. Oh, nee. Dann geht doch in Welten. Geil. Ja, lass dich warten. Kommt ihr auch oder nicht? Der ist noch keiner hier gewesen, weswegen? Die haben wahrscheinlich gewartet. Also früh? Ja. Gegen Blitzcrack. Mit Remade Team. Ja, es ist Slow Elo. Lass mal hier rumgehen. Dann holen wir den einfach. Ja, holen wir den Red Buff. Lass mal rumgehen. Komm. Komm, komm, komm. Lass uns kurz raus. Ja, in der Mitte. Meine Minions kommen schon. Die sind da nicht. Dann lass ihn nehmen für Toni. Hier, go. Hier, go. Die Kontrolle. Noch nicht. Na gut, können wir nicht. Gut. Okay. Noi. Ja. Letzter Grabpiss gibt drauf. Da ist Kappa. Ist noch mal Grabpiss die Tupel-Blood, oder? Ja. Wir sind auf gleich Level 2. Hallo, Leona. Nachdem Minion Level 2. Oh, ich bin da noch nicht drin. Du hast dann sicher wenige MR dann noch, beziehungsweise bekommst du nur echt wenige. Ja. Ich weiß. Eigentlich auch keiner der Kronore möchte ich das eigentlich nicht bevorzuge. Aber naja. Was nicht bevorzugst? Sechs Sekunden. Ich glaub ich dir gleich. Okay. Loll. Ich wollte auch noch rein. Bis los. 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 Ach man, die Annie ist so passiv. Die wartet echt nur auf Level 6 um mich dann zu schreddern. Bis los. Bis los. Bis los. Bis los. Bis los. ja Gott kann es haben, oder? Hm? I feel so untouchable Nice Nice Double nice Triple nice Alalala Alalala Was krieg ich? Nee Nee, du nicht. Ich hab mit der Pflege gesprochen Oh 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 fuck, ich bin tot Ja, scheiße, hätte ich nicht mal flashen müssen Ach kacki Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Oh Unlucky Jetzt nächster Ich bin tot Ich bin tot Großen war es nicht, ne? SS Top Ich bin tot Oh oh, EK Oh oh, EK Ich bin tot 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 Der K ist Genau unterwegs Ihr kriegt es auch noch Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Also es wurde mir einfach empfohlen Schiwana mal zu spielen Und ähm Ich bin sehr stark Ich muss echt sagen, so, ich hatte mich da mit von Gold auf Platin aufgekarriert, also zumindest zu der Zeit, wo die Warrior halt noch richtig stark war. Und... War zwar in der Pre-Season, klar, aber keine Ahnung, seitdem... Ja, ich fand aber Pre-Season hat nichts wirklich auszusagen, ne? Also, ich hab ja die ganze Zeit in Platin rumgegammelt, die Blöde, und Pre-Season hab ich ja auch Platin reingespielt und ich hab den Eindruck gehabt, dass da wirklich nur noch... ... die Trolls waren. Ja, genau, und deswegen konnte ich nicht verstehen, wie ich da auf Platin 5 gekommen bin. Eigentlich hätte ich da schon Silber landen müssen bei den Trolls, von den baldesten Stamm. Gute Nacht, Mädels. Aber warum... Wer ist das gewesen? Mir fällt kein dummer Name mehr ein. Abdoll, wenn du Deep warst oder so, ne? Ja, klar. Ich bin auch feindlich auf Red Buff noch. Ich bin auch feindlich auf deine Blume. Okay, aber Hickering könnte da sein. Der ist im... Dann fliegt auf die Schnauze. Ja, Deep Board ist da. Weit gerade mit dem Schwanz. Danke. Ja. Ja, und Pink Board hier vorne, ja? Ja. Und Pink Board hier vorne, ja? Ja. Ah, weißt du, was mich an der Annie extrem freut? Die geht auf Damage, nicht auf diese Tank-Annie-Version. Ja. Dadurch kann man die auch noch relativ gut schreddern. Ach, da. Ich hole eine Puche. Ach Gott, ich bin so schlecht. Vorsicht, top. Ach, Diplo, du bist beruflich unterwegs. Alles klar, dann... ...wünsche ich dir viel Erfolg. Auf, 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 auf. Und... ...ja, bis dann... ...demnächst, wenn du wieder da bist. Ah, die Wünsche. Und danke nochmal für die Scans. Danke für alles, auf jeden Fall. Oh, das war super. Bei Nullti, ruhig ihr ab oder hat es selber abgebrochen? Wenn du was hochkriegst, tot. Tot von dem? Ach, das bist du. Oh mein, weggetautet, sorry. Ach, komm. Ach, scheiß Tibbers. Kannst du steil einschneiden? Nee, alles gut. Ach, komm, B. Lass reingehen, Tau, GB. Ah, okay. Trust in me. Ich wollte nicht, dass sie überlebt, deswegen dachte ich, ach, scheiße. Ulte einfach an Tau, hauptsache sie stirbt. Man muss auch mal als Girl Balls beweisen, ne? Oh, ja. Also Balls hab ich genug. Bälle. Bälle. Die will ich sehen. Ich schick dir meine Handynummer. Willst du meine Eierstöcke etwa sehen? Oh, ja. Nein. Was? Bin schon ganz feucht geworden. Weißt du, wie deep man dafür gehen muss? Oh. Sehr deep. Muss nicht nur deep gehen, da muss auch ham gehen. Go ham. Oh, go home. Oh, go home. Oh, go home. So richtig hart schinken gehen. Schinken gehen. Aber ich find's in Gold-Plattien deutlich angenehmer, weil auf Gold tilten die alle. Achso. Auf dir tilten die alle. K.S. Loops. Wer hab ich für ihn? Für den Flash-Hook. Nee, komm, der war auch nicht schwer, Mann. Ja, der war schon gestunt, aber... Warte, erstmal Disperspekt. Da war schon. Du bist nicht mehr. Da war schon so. Ja. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Loil, die ist fast tot. Hah. Hah. Ich will mich antippern. Möchte ich auch gern antippern. Hm, komm, komm, Baby! Ich bin unterwegs. Zur Mitte. Verdammt, ich bin jetzt national. Ich bin gleich wiederholt. Ich hab richtig angesagt, weiß ich jetzt noch nicht ganz. Was ist miss? Okay. Ja, aber meins schon gesagt. Mh, Altshavenna ist es schwer zu ganken. Ja, jetzt sind wir mal ein bisschen weiter nach vorne ran, oder würde aggressiver spielen, aber das ist ja kein Ding, aber die macht gar nichts. Oh, oh. Cute minions. Okay. Ja, ich hab Angst. Annie hat den Stun ready und... Ja, die Ohna. Die Ohna kommt mit dir, eventuell. Ja, die kommt mit dir. Egal, bin ripped bei Heka. Unlucky, ey. Der ist mit seinem Drecksfeld halt zehnmal schneller als ich. Pferd, Alter. Ich hab schon 480 movementen, kommt ihm trotzdem nicht hinterher, ey. Ist nicht... Aber auf dem großen Account habe ich 90 Kapunkte auf Heka. Also... Ich weiß, wie der liegt. Top learner. Die besten Skin, den es gibt. Äh... Blue? Mhm. Danke. Ja. Pass auf. Alt. 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 Tag. Nadal Yep. Okay esse war... Weehee... Da hab ich den noch... Nicht gesehen, Mann. Warum hab ich keine Vision... ...Noob support? Ich hab um... Und wer ist historic vom Turm gekommen? The-die... Ich hab den Anni-Stun nicht gesehen, oh mann Wollt wenigstens die Leon da rausholen und dann wegulten So, Jonny, bist du noch vielerbleibt? Wollen wir da mal ein bisschen was killen? Ich hab ganz gut Damage Ich auch Machbar Hat der Blitzcrank grade euch auch gesagt? Ja klar, ich kenn's hier ja Dafür hab ich gestern alle Kids geklaut Wie? Wacht mit mich Einer weg Oh Xavi Jetzt kann ich wo an Schade Gold Fortnite? Äh... Rize Boi? Es könnten gleich alle zu dir top kommen, so Hil' Carim und so Jo Ne, ist in der Mitte Er kann es mit Mit Full-Life fast schon, wenn die vorbeigehen kommen Okay, nur Leon hat es mit Jetzt wird es fort schon, bis es hier gewesen ist Lass reingehen, lass reingehen Ähm, du pushst echt zu hart auf der Top-Lindy-Gang Das passt schon Das passiert Du bist ganz stacked, Dude Ja, gut Ähm, der macht auf einmal ein bisschen viel Schaden Der Clunker macht nämlich nichts Okay, Ernie hat ihren Tibbers rausgeholt Und wollte spielen Na gut, vom Generellen braucht es bei mir oben nicht unbedingt vorbeigucken Ja, knapp 40 Farben Naja, 60 Farben über den Ja, aber du musst trotzdem reingehen, wenn du kommst Der Trundle da ist kein Problem Wie? Wie? Wie heißt es hier? Hiccup oder so? Dark Knight Calculated Natürlich Hiccup Star Das passt schon mal Das passt schon mal 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 das werden Na K 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 Ja okay, dann kommt sie da lang, auch gut. Gehen wir da? Döp. Ehh. Blumenkots bin gleich da. Unlucky. Wart mal hier. Wo fight? Vorzüglich TP. Ach Gott, ich bin so schade. Ähh, die Jena, äh, die Anycock. Ah, der Tunnel. Ich war da zu Weedie. Ich hab halt irgendwie nicht. Das war irgendwie unlucky, du bist ne Zeit auf Leona gegangen, oder? Ja, ja. War in Range. War trotzdem DMF gekillt. Ja, du hast wieder Asche verteilt. Ich hab voll einsetzt. Ja, ja, ja. Ein Pfüffu? Toni ist heute Abend nicht in meinem Bettchen. Das ist voll traurig. Was? Was? Ich hab eben nur was mit Bettchen verstanden. Was? Bettchen? Nein. Nein. Er hat gesagt, Toni ist heute Abend nicht in meinem Bettchen. Machen die Harrod? Ah, nee. Wir haben ja gesagt, wir haben die Reihe offen. Warum gehen wir nicht hin? Was soll er nicht hinwollte? Ich bin doch bei dir. Ich bin doch bei dir. Ne, bis eben, ne. Ich bin so deep bei dir, das glaubst du gar nicht. Oha. Vorsicht, Andy kommt da hoch. Und wie alt ich nicht runterkommt, ist alles okay. Geh mal runter. Brat geworden. Gott geworden. Mal runter geworden. Oh Gott. 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 Das sind drei. Yellow. Vorsicht. Moin. Sie ist Half-Life. Andy. Jupp, jetzt gibt's Versteuer. Räuft man hier! Was ist denn geworden? Mach schon weiter, oder? Genau. Alles gut. Ich weiß. Ich hab immer noch Ulti. Ich weiß. Mal den Drake. Welcher Drake ist das? Welcher Drake ist das? Falls das rumkommt. Wieder ein Aqua. Hm. Der MF kommt runter oder der Aka? Nee. Doch. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wer ist heute? Weil das da der Erik ist. Alkohol. Der Bösegeist. Warte ich. Komm wieder mit. Ja komm. What? Maybe. Ja ich hab gehofft er geht weiter rein. Ich hab nur darauf gewartet, dass ich alles geklaut. Moin Moin Xavi, na? Xavi, du Fremdgeher! Xavi war voll bei mir schon drauf. Aber das ist schon, keine Ahnung, wow. Monate her. Ich war schon echt lange nicht mehr da. Ja, okay, wie schon gesagt, ich hatte ja auch eine Pause und alle möglichen. Sorry. Aber... Oh. Nein, dieser Auto-Eject, der doch nachgeflogen ist, oh Gott. Ja, ja. Auch du. Ich spiel so schlecht das Game. Ich bin so traurig. Ich bin halt fremdgehernd, das war traurig. Ja... Ey. Pack auf. Hammer. Oha! Neo hat mich grad richtig gedisst. Hat er? Ja. Was hast du da gesagt? Bei dir ist es cooler, da gibt's weniger Salz. Alter! Reis? Hast du dir meinen Blu-Bab gemacht? Da gibt's weniger Salz, ja. Weil ich eher die Fresse halte irgendwie die ganze Zeit. Ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass ich so richtig bin. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich... Okay. Okay. Poschner hat keine Ulti mehr und... Anya auch nicht. Und da ist das wahrscheinlich nicht ein Wesen. Die große ist auch kein Ulti mehr. Da ist ne Leona. So, ich glaub ich hab genug Attack-Speed jetzt, wir müssen dämpfen. Ich glaub ich hab noch einen Spot. Der 2,0 Detect-Speed... Der 2,0 Detect-Speed... Der 2,0 Detect-Speed... Ob die 2,0 Detect-Speed-Worth sind? Mit der Mechanik des Alkohols? Weiß man nicht. Reiß ich bin bei dir. Auch wenn du meinen Blu-Buff geklaut hast. Jo. So, Voice. Können wir jetzt rein? Nein, plötzlich kein Gesamt, der ist da. Oh, unsere Wellen kommt. Eine Stunde und dann hast du sie hinter dir. Warte! Achso, meine Müdigkeit, ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht sein soll. Wie leichter? Ich glaub, der wird ein bisschen eingepuscht, aber... Egal. Kannst auch Top-Line gehen. Jetzt warte, wir machen eine Tower und dann geh ich hoch. Dann können wir auch reingehen. Ja. Jo. Tony, ihr geht mal. Kriegen wir einen Grab? Ja, nice. Ja. Viel erreichen wir da jetzt nicht. Wir können den Red-Hail-Gunen. Hm. Du brauchst mir nicht helfen. Alles klar. Oder Bait Ward. Weißt du eigentlich, wo Paddle ist? Also an Nymus? Oh, dude. Nee. Nee. Nee, keine Ahnung. Der ist viel mit dem Truck unterwegs. Also viel am Arbeiten. Ist da Virus? Ach, warte mal. Nee, doch. Ich bin wieder. Mein Bär-Sprung. Nein. Okay. Okay. Er zackt doch zurzeit. Auf und einmal Overwatch. Oh, okay. Aha, geil. Wow. Oh Gott. Du schaffst raus. Du schaffst raus. Nee. Papa. Oh. Ah. Ich habe jetzt. Jetzt hatte ich Ulti-Up. Jetzt in diesem Moment. Oh, doch. Ich würde dir jetzt, wenn ich neben dir sitzen würde, ein Küsschen auf die Wange geben und sagen, der Wille zählt. Hast du gut gemacht. Ich glaube, ich habe einen anderen wie du, Xavi, ja. Ich glaube, das ist mein schlechtestes Game heute. Wir haben keine Worte. Ja gut, bei 400 ms macht es Spaß. Äh, lasst uns den Nibitur machen, Leute. Die Dude-Filme sind ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber den Drake willst du ja verleihen, ne? Ja, mach ich schon. Und ich krieg's den Tuch. Okay, jetzt bin ich auch am Arsch. Ich locke sie mal zum Drake, ne? Achso. Nein! Achso! Wofit! Johnny, die wollen wir Wölbe machen? Ich hab 2,6. Da kann man nur 6 in Tag Speed. Ja, macht erst die Krabbe, so ist es fein. Wartet, bis die Ahre wieder aufwacht. Wartet noch, 10 Sekunden, bitte gebt mir auch, Baron. 6, 4, warte, 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 danke. Dankeschön! Und der Reis ist nicht in der Nähe. Alles klar, tipp Blut, tschaui, und danke nochmal für alles. Von mir auch nochmal danke, schlaf gut, oder, ähm, arbeite noch fein. Er schläft jetzt und hat dann eine lange Reise vor sich. Oh. Also er ist beruflich unterwegs, hat er geschrieben. Hm, okay, dann viel Erfolg, gute Reise, und pass auf dich auf, Stinker. Stinker. Hm. Okay, wir gehen alle in die Mülle, und machen den in die Mülle. Hallo, der netzlichen Pimmel. Jonah, keine Hult. Nicer, dicer. Und Venus. Hallo, Kaputtmacher. Oh. Oh. Tibbers! Hilf! Psycho Tibbers! Hauptbam. Oh, ich hasse mich. Ich weiß nicht. Ich kann die Mülle nehmen. Ich kann die Mülle nehmen. mit dem Burn. Ich brauche den Top gar nicht mehr. Alter, warum tank ich immer den Tower hier? Rizy, komm her! Dann wären wir vielleicht wieder da, an den 8. Oh lord! Cha-ching! Keke! Awww Keke! Keke! Die sind so, wie wir es machen können. Die sind so, wie wir es machen können. Und die sind so, wie wir es machen können. Das ist so. Das wird so langsam mit meiner MMR. Wieso? Na, 20 Games im Plus gerade. Ist doch gut. Nass, ich habe wieder ein Schlüsselfragment bekommen. So, das ist jetzt das letzte Game. und dann entscheidet sich, welche Elo der Account hier kommt. Nice. Oh, Staffos, hi. Hä? Toni, kannst du mal gucken, was deine Liga-Punkte sind? Bei mir zeigt er ja immer noch 72 an. 90, ich hab bloß 18 gekriegt. Okay. Soll ich mal irgendwo anders hingehen, oder passt das so? Ich weiß nicht. Roadlang gehen. Ich würd ja gerne AD Carry oder so spielen, aber... Ich möchte das jetzt gewinnen. Unser wunderbarer Synergy. Mhm. Kannst du auf ADC gehen, Toni? Dann geh ich junglen? Nee. Vollkommen. Ich komm besser zurecht. Ich kann zur Not auch junglen, wenn du lieber Mitte möchtest. Nee, nee. Ich frag nur. Ach, Quark. Ich werd nur besser im Jungle. Auch wenn das meine Worst Lane ist. Lissandra-Only mit auch. Und bin mit der auch relativ stark, deswegen sage ich. Alles gut. Alles gut. Hallo Staffos. Ist er auch grad bei dir gelandet? Nee. Achso. Ich muss auf deinen Shit aufpassen. Süß. Ja. 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 Ich will wieder die Augen an. Bist du so müde? Na, ich bin da seit zwischendurch stream gewesen, ne? Zwei Stunden Pause, grad zwischen sechs und acht. Und dann noch mal. Ja, wenn du zu müde bist, dann sagt das, ne? Ach, alles gut. Eine Line Kokain und dann geht's wieder. Danke. Alter. Ja. Ja. Ich bin da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay. Andi? Ist der auf Kau, oder was? Andi? Diese Kommunikation wieder. Jo. Los, das Spiel, die Anna Top. Ich würd gern Top gehen. Ach so. Und? Gegen Weiger ist ja auch. Ja, gern. Oh. Vielen Dank fürs Followern. Was? Jan? Jan? Habe ich das mal ehrlich gesagt? Anscheinend nicht. Oh. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Followern. Ich bin schon ein bisschen müde. Gegen Maasaii. Gut. Ah. In. All. Boah, ist die Scheiße. Wo siehst du das Bözel bauen? Ah. Ich beschütze euch nachher im Teamfight. Einfach Ulti drücken und gg. Ah, das mach ich auch später. Macht momentan Teleportation und Schild. Peace. Oh, und wie ist das auf Naruto gepucht? Ja. Oh, shit. Ich hab das gerade zu picken. Oh, gleich weiter. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab das von da. Ich mach's Regents mit. Ah, das ist schon ein Typ. Ja. Ich hab das schon mal an. Bravo. Meinst du mich, oder...? Hm. Hm? Okay, alles klar. Briefkasten-Opa. Wow, der Bart nahm einfach zu gut. Ja, der Bart spielt auseinander mit meiner B. Kann seine Chimes nicht mehr werfen? Pfff! 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 Pff! 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 Pfff! Pff! 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 Pfff! Pff! 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 Also... also 50 Danke Yeah, Ben 56 Alt und kalt und kolleglicher Gestalt Nee, Toni war... 24? Nee, 22? Nee, 24 Oh, danke. Ich wäre gerne nochmal 22 Was würde ich dafür geben? Oh, yeah Oh, ich hab aber immer ne Lockmethode für die Damen Always the same Okay, Tanz ist ja mal sowas von episch Yeah, you were already dead You just haven't caught up yet You were already dead You just haven't caught up yet Kommt der andere Pisser auch noch? Ich krieg nur noch viel zu gehen Und ihm will sie Ja, er startet dort Äh, Blue Ja Toplane SSL Okay, doch nicht mehr Und ist das schade? Loll, Mann, Alter, das sind doch... Das sind doch 100% Smurfs, Mann Holy shit Hört auf damit, wenn ich betrunken bin Hört auf damit, wenn ich betrunken bin Dann trinkt nicht Oh, fuck my life Anders kann ich nicht mit Frauen sprechen So, it shall be Alter, der ist echt... Direkt nach'm... Blue hierher gekommen Äh, Amomo... Amomo könnte mitkommen WTF ist das ein Ding ? Lane? WTF ist das ein Ding ? Lane? , lass mich doch mal in Ruhe Ich könnte mich nicht töten ich bin zu tanky Nicht Oh, was hat gemerkt Komm doch mal Arsch, ich bin unterwegs Oh, oh, ich bin am Arsch Oh Mann, das ist doch nicht wahr, Mann Ich bin auch da Raus, raus, raus Ab ihn Oh Gott Oh, schaffst du das? Nein, das war okay Ja, nice Oh Oh Ich dachte ich überlebe es noch Egal, Doppelkill für dich Ich wollte den lassen, ist nochmal bad Alles gut Zwei Kills bringen dich auch gut nach vorne Nicht so klasse Wunderkampfsocke Bad, bad, bad Oh, Diana, pass auf! Oh mein Gott Du bist ein junger Gott Ich komm wieder drauf Nein, wir sind die useless Oh mein Gott Der ist auf der Toplan useless Sag nicht, dass sie useless ist auf der Toplan Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Von dem Late Game Oh ich komm nicht ran Nein, 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 nein Jetzt ist zu spät Oh Der Grip Und dann kriege ich noch auf den Tower, Alter Ja Egal, ich denke, ich kann das Oh mein Gott 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 Ich hab den Banger einfach Doppelauf gegeben Ahaha Na gut, dann krieg ich gleich nochmal bei Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Kein Ding Kale ist Top auch okay Ja, Kale ist okay Toplane So kann man sich tatsächlich ein Spiel versauen Ja Ich hab immer noch so Bronze oder Gold, Mann Geh weg Ja Geh weg Boah Nicht wegdashen, den Aufherzulaufen Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Ja Nachdem ich die Mumubilfilter mit war, vergießen So Double buff ist weg Geh weg Ich bin schon dabei well Stopp Na komm Naa Egal, Legnade vom Bard noch raus Was, wenn man der Bard den Kills kriegt Ja Das ist eher einfach Der Bard hat alle Kills auf der Botlane 3-2 Bard carried Was, der macht nur viel Schaden Der Briefkast, Snowball, der Carry Und der Moneyboy Swagger, Alter On my way top Oh loil, ich hab den Autohin hier ausgekriegt Fuck my life Kriegst du noch, oder nich? Komm Ich will jetzt nicht riskieren Oh Gott, ich bin wieder in Ammo Cool Ich hab Ulti Okay, lass 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 Was Warte, warte mal ne Kills Warte mal ne Kills, um den wieder zu geschmeißen Oh, okay Oh, okay Ich hab auch schon Bard Ich bin hab ich gar nicht gesagt Haarekällig Der Bard, so ein Idiot, ja Drücken wir mal her Warte mal Warte mal Warte mal Ich wusste nicht, ob der schon 6 ist Ich hab gar nicht drauf geachtet Ach nee Egal Süß Was denn? Hat's mich geultet Ja, ich dachte er würde Ulti drücken Aber... Ich hab noch Passiv Wege Ist alles ok mit dem? Ich schütze den Tank, ja, damit das klar ist Das ist süß Oh ja Oh, der Einhorn Fronny, du bist auch noch da Oder wieder Das ist unsere Mitte Was? 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 Außer Fall gemacht, ja egal Ruhi, alles gut Okay, Ruhi, kein Frasch mehr Hi Cookie Oh, hi Cut Oh, hi Cut Soll ich mir was da bist Ich flash kill Jep Pure Zerstörung Was ist das hier? Ja Wie fühlst du dich? TP, Achtung Achtung Bin auch unterwegs Oh, oh Top ist Miss Oh, Top ist Spotline, alles klar Leider hat TP was Naja Egal Alles gut, bot ist safe Ja, ja, deswegen Ich hab fast 50 Farmen in 10 Minuten, das ist vollkommen ok Ja Woher haben wir zu Blue? 6-1 in der Mitte Geil Ähm, was Blue, klar 7-1 7-1 Oh nein Ja Oh, jetzt wollen sie dich Jin is Toplane Hotlane Ok, die sind mega getiltet Guter Bart Guter Bart Branche rein tilten Jaja Ja normal Sonst macht's doch keinen Spaß hier auf Branche, oder? Ja Oder Abdul Naja Wollen wir Drake machen, oder? Jo Ich beschreibe Ok, go Hey, lost, bro Loi, Jin hat seine Ulti ab Oder an der doch nicht Warum wird denn die nicht mehr angezeigt? Na, out of range und keine Vision Hahahaha Scheiße Ich hab so ein bisschen 10 Smiling Ich hab nicht mehr Oh, mein Anpasses Lustiger Anpasses Naja, ich bin einfach nur nicht mehr aufhörmefähig Auch da schon nicht mehr auf meine cooldowns Ich komm runter Oh, oh, ich bin am Arsch Oh, Alter macht der Schaden Ok, alles klar Ja, lol Der Mumu in mir drin Holt die mich? Passt nicht Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hast du grad noch getan? Ja Mir ist nichts besseres eingefallen Ah, sie kann sein ruhig, ja? Meine Last Sits sind mal mega ok Ey Ich hab beide getaunted Ich hab halt mit Kayle hier auf dem Account keine Attack-Suite drohen Das ist ziemlich Ich glaub die Surrender lassen Ach was Du hast 10-1 Und? Ich hätte da keine Lust mehr Ach was Du bist auf ne Gefiese, Diana Diesen Lockertilz ist wegen dir Bisschen Vorsicht der Sport kommt Ich mag den Jinn nicht, der macht Aua Oh, komm, aber ich kann nicht mehr Soll ich schon gutes Play machen Oh, ja Mit der Mumu, älter Der Drive by Bear Genau auf den da Hatte noch Ulti Er ist tot Wasser ist Tantik Ich hab dich auch gehealt Ja, tot knapp Alles kriege gelatet Prima Haaaaaaah Komm her Oh lol Deshalb stehen bleiben müssen Pustet Ja, es pustet Was? Du pustet? Aha Spann bei dir Okay 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 Okay, das ist gut Ja, halt Das ist gut Oh, wie ist Tantik? Nein, du Tantik! Oh nein! Ich dachte, du Tantik! Ich dachte, du Tantik! Ich dachte, du Tantik! Ich hab dich nicht gehabt! Oh! Neee! Oh! 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 Alles gut! Tagst du den auf oder? Ja, locker! Okay, dann... Oh! Oh! Mal wie ihr angehopst kommt Dim, 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 dim! Äh, move, ein Game mit mir kostet wie viel? Äh, musst du gucken, äh, ranket auf jeden Fall 1000 1.000 1.000 oder vorher? Früher noch 1.500 Ja, ich hab sogar fast 2k bezahlt 1.800 und 1.400 und 1.400 Report Das soll ich doch hier sprechen von EUROS Oh! Also! Wenn wir von EUROS reden, dann sind das natürlich wieder 500, damit ich Schuhe shoppen gehen kann Ja, ich verstehe Check die Kipp Kippen sollen, hätte ich jeweils gekippt Kippen Komm wieder auf die Top rein Haben wir schon wieder Freekills auf der Bot gelassen? Nein! Nein! Ich hab gleich Ulti! Warum wartet denn, ich muss nicht meine Ulti haben? Mom Ja, mal hier laden Ich bin渣bötig Worte, ich bin wieder Ich bin wieder Oh, mein Gott Ich will die Bắc in Bắc in Bắc in Bắc Ja, mein Macht er nicht Alle Na Was wird schon wieder Hild rausnehmen? Sag mal, ich frag mich, was mich gerade mehr tiltet, äh, dicht tiltet. Ist es das, dass du müde bist, oder ist es das, keine Ahnung? Schreiben, thank you for asking, damit er mehr tiltet. Du hast keine Ahnung, wann das ich müde bin. Was, ich hab keine Ahnung? Hm. Wo ist denn der Momo kommt? Hast du gesagt, ich hab keine Ahnung? Zeig dir gleich mal meine Ahnung. Pass auf. Ich keine Ahnung, oh, was? Pass auf. Komm her. Nein, nein, ich komm zu dir, pass auf. Ey, ich brauch nur 300 Gold, nein, aber ich hab kein Mal. Ich hab Wade gefahren, du schlag mich nicht. 65. Ey, Bärchen. Oh, oh, oh. So, guck mal, das ist mein Tilt. Behaftung, Gin vom Mitte und hier auch. Da ist es geworden, das Tilt. Hast du den harten Tilt gespürt? Alter, warum, könntest du mal hier genau? Guck mal, kriegst du noch mal so'n Speedbuff. War ne schöne Ulti. Oh, du bist ja süß, du machst komische Zuckungen da. Komm weiter, lauf. Das Item ist so dumm, Mann. Ja, ja. Diese verkackte Protowelte, Alter. Oh Gott, ey. Ich steig da raus. Jungen, so macht LOL wieder Spaß. Wenn ich nicht so betrunken wäre, wäre es auch ein Easy Game. Also, für mich ist es ein Easy Game. Wie gesagt, ich hab gefühlt... ...komm auf 5 Promille. Wenn nicht sogar mehr. ...komm auf 5 Promille. Nein! Hallo, Passe. Oh, hallo. Oh Gott, jetzt ist... ...ist aber gut hier, ey. Oh, die DR war richtig... ...oh, legstil. Oh, oh, oh. Tilt. Ähm, Move, was machst du denn überhaupt mit mir spielen? Das ist totelt. Ja, das können wir schon. Ich weiß, was er spielen will. Nein, Move ist nicht so wie du, ja? Das Glockenspiel. Move ist ein anständiger, junger Mann. Ich würde gerne das Glockenspiel. Da kann man gerne mit meinem Glockenspiel spielen. Ups. Au, au, au. Hau, ja. Vor allem das Ups. Das, das, ja, das macht der... Das ist etwas, was ich noch in diesem Game noch nicht einmal gemacht habe. Und ich werde es jetzt tun. Teleport auf die Patenz. Ich verstehe. Arme Junge. Trägt dich mal in Umarmung, jetzt bückelst du denen einfach. Ja. Oh, wow. Oh. Passe, passe. Wie geht's? Wie steht's? Oh, 3,5k. Okay. Oh, was soll ich nur tun? Secret Bush Mission. Oh, redflash, abk. Da flasht einfach rüber, Mann. Reliktet. Ja, rasset aus, Alter. Man hört ihn nur auf die Tastaturflöcke, weil ich nicht easy. Das ist nicht cool, warum war ich gestunt? Gut, gut, und dir? Ja, bin ein bisschen müde, aber ansonsten... Ist ja nicht so, als ob ich schon 15 Stunden am Streamen bin. Das ist schon fast, wenn ich den so nicht auf die Tastaturflöcke schien. Können wir auch gleich weitermachen. Oh, geil. Na je. Auf den hab ich jetzt geholfen. Oh, kass. Oh, kass. Gibt's Anal Penetration. Danke, Worst Lucian. Das ist, äh, das nehme ich als Kompliment. Oh, bist du? Oh, Mann, das hab ich gesehen. Du bist gar nicht hier weggegangen. Na, komm, ja. Wie weit kann's noch nicht gekommen sein? Verdammt, sagst du. Wird scheiß wie? So, doppelt Schwertfugschuh-Stil. Mit tausend Augen mal in dem Gesicht. Aua. Oh, ich richte viel. Oh, Moment, das war ich. Ey, damn, ich komm. Bin auch unterwegs, boys. Kann man ja mal machen, wa? Joa. Kann man mal machen. Fick dich doch. Soll ich ein bisschen höher down? Ja, ja. Habt man. Oh, fuck this tower. Holy shit. Schieß doch gleich bis hierhin. So. Hässliche Kremasse für heute, Checks. So. Fuck this, ey. Hab ich noch Rookie? Können wir Bottom-Lane-Tower machen? Wartet die 48 Stunden? Ja, natürlich. Warum nicht? Ich meine, jetzt bin ich sowieso wieder... Boah. Okay, ich chillte. Ausdruckzeichen Elo. Das klappt immer noch? Hier geht um Chopper. Wow. Silver 1. Siehste? S5 war ich Platinum. Yeah. S4 Gold. So gut, ne? So gut. Und jetzt bin ich Silver. So geil. Ey. Oh Gott. Ich war noch niemals so gut. 1.466 Leapoints. Keine mehr. Wow. So schlecht. Entschuldigung, das ist wahrscheinlich noch nicht mal. Harui. Aktualisiert, oder? Keine Ahnung. Wow. Duka, langsam kriege ich Angst bei dem Face. Wow. Alles klar. Vorgenommen sind 72, ey. Wow. Reinhardt richtig komplett durch. Machen alles. Alter, der Yi machten. Ah, mit Lava Rina. Shit. Der Kripp. Guckt, dass die AfK-Boost waren hier. Junge, der hat mir 400 Hunde mitgemacht. Was los? Wir hätten ja essen können, aber nein. Wir farmen wieder, ne? Für Anti-Mates. Ich taunt, taunt, taunt. Taunt, taunt. Oh, alle tot, alle tot. Loop down, loop down. AfK, oh leul, dieser taunt. Und weg. Oh, rasiert. Okay. Der Burst Lucian ist ein ziemlich böser junger Mann und kriegt jetzt erstmal ein Bann. Verdammt, da war ich wieder zu langsam. Zack. Bam. Burst Lucian, du hast niemals ein Main. Main sieht doch wie du spielst. Mann. Sagname von Main. Okay. Und dann kam der Rest. Und dann zensiert. Hä? Hast du Zensur drin, oder? Äh, nee, nee. Ich habe absichtlich zensiert gesagt. Ach so. Als ob ich das jetzt vorlese. Damit bestärk ich doch noch andere, kleine Kinder, so weit etwas zu tun. Oh ja. Nö, Grillstreamer. Hat kein Main. Ist Bronze. Und nichts zu vergessen, ich bin ein hässliches Weib. Das ist nun nicht richtig. Ich bin auch. Hilfreich. Wollt ihr auch? Eins. Hilfreich. Wer will, wer hat noch nicht? Gegen sie will. Gegners, Gegners. Wie? Wache drückt mich erstmal weg. Ich möchte, bevor wir beenden, das Blade haben. Ich brauche noch 300 Volt. Töte mich. Hast du einen Shutdown? Okay. Dann biete ich dir schon mein fälziges Leben an. Wo du die? Wo du die? Was ich kann, so ist es und nicht anders. Oh, dann verkaufen wir mal das hier. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße. Bin nicht gestattet. Ich komme, Leute. Kommt zu mir hier oben in den Busch. Hast du? Wir tilten, oder? Ja, ja. Ihr tilten. Ihr fightet ohne mich. Das tiltest du, Papa. Ich war so gut. So strong war ich. Du hast mich in der letzten Sekunde noch gerettet. Aber es hat leider nicht gereicht. Ich darf mich gestorben. Nein. 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 Ich hab's gewusst. Woaaah. Oh, Diana so strong. Oh. Oh. Und? Wo bleibt die Kuh des Todes? Da ist sie. Da ist noch die Hülter des Todes. Und? Da sind sie da nicht. Oh, okay. Gut. Ich bleib schon mal auf keiner Base, ne? Da macht er schon. Da lacht der Ding. Der Djinn. Die Cooldown von der Hülter von Diana ist auch einfach unnormal, Alter. Da ist ja, keine Ahnung, 10 Sekunden. Ja, 2,30, 3. Natürlich. Also sich mit nichts beim Balancing zu tun. Naja, Mann. Das ist schon gar kein Balancing mehr. Das ist schon viel. Ich mein, ähm, guck dir das einfach mal an. Ja. Dann halt so. Ja. Guck dir seine Items an, Alter. Ich bin einfach so gut. Das spielt nicht wie ein normaler. Umu. Der Danks. Halk ist Pelz sicher nicht schon unterwegs. Der AP hat nur umgespielt. Bitteschön. Bitteschön. Wird für dich geflatht. Ich war auch gut. Und dann kam ich Browser. Ich kann das Gefühl. Oh. Warte. Oh. Nice. Kommt schon. Eine Runde erfolgreich. Ich krieg da nicht an. Fuck was für. Aber egal. Ich wollte grad sagen. Die Minions machen ihren Job. Ja. Oh, komm. Wartet nur 15 Sekunden. Kommt sie nie. Base Disrespect. Nee. Dann rasiert die Minions schon ganz gut weg. Ja, aber es sind drei in Militoren, ne? Na gut, zwei. Und die von der Mitte Kumpel wieder zu spät. Er guckt dir jetzt an. Oh, du Tryhard. Oh, ist das ein Tryhard. Das ist ein Tryhard. Definitiv. Guck's dir jetzt an. Tryhard. 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 Tryhard, der die gewummst. Tryhard. Tryhard. Easy. No problem. Loll. Powerdoll. Das war definitiv. Punkt. Kann man den Barren machen? Okay. Ich hab nur 33,5. Ja, ihr ist ein Lappen-Champ. Wird auch immer so bleiben. Kann man eigentlich auch mit spielen, ja. Wenn wir... Aber leider sind wir fünf bisher. Aber passt, du wirst bestimmt auch deine Gelegenheit finden. Musst du öfters einschalten brauchen. Diese Werbung für den Stream. GG. Wiesst du, ne? War das nicht wirklich sagbar aktiv? Ich hab's aber noch gezwinkert. Oha. Ich hab Maron gekillt. Ich bin so strong. Okay, auf K. Ich kann jetzt noch Maron gestalten. Kann uns back gehen. Jetzt hab ich gar keinen TP mehr. Jetzt muss ich erlaufen. Verdammt. Oh. Der Larm. Oh, ich hab gar keine Show, um mich aufzuspielen. Das ist kein Protokoll. Wer braucht schon Schuhe? Wer braucht schon Schuhe, ja. Ich denk mir die ganze Zeit, warum bin ich so langsam, ne? Ja. Das ist ein Scheiß-Törer. Scheiß Ernst, ja. Was gut gefällt, ja. Wenn ich nüchtern wär. Weckneut. Achtung. Ich bin hier zum Beenden der Spiel. Okay, ich äh... Okay. Wir wollen Scheißung. Wir gehen das jetzt beenden jetzt doch. Ja. Full Life. Ich denk mir eh wieder alles raus, glaub ich, locker. Ich denk dir wieder alles weg. Ich denk dir alles weg. Ich glaub, ich hab auch noch Momo-Ulti gesehen. Ach, keine Ahnung. Leute, lass uns das jetzt einfach klanten. Das kostet den deutschen Gefühl zu lange. Hast du die Gold-Promo? Oder gehst du schlafen? Ich mach die Gold-Promo. Also ich bin definitiv raus nach dem Gaming. Ich bin finnisch für heute. Oh, okay. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei 5 Uhr. So. Boop. Awww. Ich wollt' mich auch mal gut fühlen. Gibt's ja auch wie K-Retrain mich. Los! So, haut mal schön alles raus. Nice. Ähm, komm her! Lauf her! Oh! Egal, ich hab' den Gin-Punk rausgenommen. Den Ding-Dings hier! Boah, Abdo, lass mal probieren. Komm! Gigi! Alter, komm! Gib mir den Penta! Oh! 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 Ey, der ist doch ranzig! Mann, jetzt mal ohne Witz! Der ist doch ranzig! Ja, hallo! Das war so fast... Leider sind wir 5, Tony. Wow! 2K16! So! Die Entscheidung kommt. Welche Bronze werde ich eingestuft? Das als ProSieben-Werbung, ey. Wow! Oh! Ich wurde in Silber 3 mit dem Account reingedinkstet. Nein! Ja, der war letztes Jahr Gold. Leute, mir wurden 2 Free-Wins garantiert. Ich brauch nur noch ein Game. Ja, komm, dann eins noch. Oh, ne, im Ernst jetzt? Jetzt auch meine Promo. Dann hält dich auch noch durch. Komm doch. Oh, ich warte... Ah, nein. Nico, du hast gesagt, du wirst das mit mir schlafen gehen. Hä? Ich dachte, du wolltest die Gold-Promo noch machen. Ja, das wird's eben noch reingehen. Der Yida hat grad schön auf Deutsch geflamt, dass alle Scheiße sind. Das sind ja seine P-Mates. Es wird schon ausgelacht. Oh. Ups. Ich glaub, zum Abschluss kann ich mir nochmal eine Runde Jägermeister, weil ich so cool bin. Okay, mach ich's mit, aber mit dem Kopf. Ich hab leider keinen ADC auf dem Account hier. Ich hab leider keinen ADC auf dem Account hier. Ich hab leider keinen ADC. Hä? Was? Soll ich ADC spielen oder was? Ja, ja. Wenn du willst. Ja klar, Jungs. Muss mein ADC sein. Ja klar. Wie gestern wieder, oder? Ja, wo ich alles geklaut hab. Keine Ahnung. So. Zwei Free Wins. Ich krieg einen Loose, wenn ich in die Promo komme, gegebenenfalls. Weil liegt daran, dass er aus Gold dreien kommt. Ja. Wie ein Loose. Ich war ja vorher eher Gold 3 und deswegen werde ich dann wahrscheinlich mal ein bisschen... Um diesen 3 gehen zu nehmen. Ja. Obwohl, komm. Jägermeister könnte noch ein bisschen mehr gehen. Jägermeister geht immer. So. Das haben wir, glaub ich, wenigstens 35% Volumen in Handlers. Mal nachheizen. Alter, wer trinkt da jetzt Alkohol? Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Alles klar. Ich nicht. Das war gerade der Toaster, ey. So. Deswegen ist aber das Platinum 5 Kleidung eigentlich recht einfach. Ja, sorry Neo. Ich bin ein ziemlicher Noob. Ich schaff das einfach nicht. Total vergessen, dass er Gold war. Ne, ich war schon immer selber. Aber ich spiel die ganze Season schon Bronze 5. Und jetzt hab ich's endlich mal geschafft, dann selber zu kommen. Seitdem geht das Kleidung relativ gut. Ich bin zwar immer noch fast 30 wins im Minus, aber... Das wird schon. Also... Hm? Was? Sag nur. Nein. Doch. Ich hatte nix zu sagen. Ich hatte nix zu sagen. Ich hatte nix zu sagen. Also ich bin zwei Wins mit dem Account im Plus. Ha! 60% Winvation. Hallo! Ich bin noch 27 Wins. Oder? Oder? Wie bitte? Ich bin noch ein bisschen. Oh. 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 Ich hab... Bisschen mehr als 60% WinRate momentan. Nice. Also ich hab auf EUNA auf meinem Smurf 70% WinRate im Platz 5 grad. Mit 60 Games oder so. Aber der ist ekelhaft. Der One-Trick ist nur Yasuo. Ach. Nur Yasuo und Yi. Also ich hab's geschafft mit Twitch und mit Kalista. Also mit Kalista war ich in der Zwischenzeit glaube ich bei 85% WinRate. Ich glaub bei 30 Games. Und mit Twitch auf dem anderen Account, den ich Platin gespielt hat, hatte ich zwischenzeit 29 24. Moment. Man braucht im Ernst hier ne Text-Message-Power? Private Text-Message-Power? Kann man doch nicht mal als Gast miteinander privat schreiten? Wollt sie auch schon antoken, aber es ging nicht. Mit wem wollt ihr denn bitte privat schreiben? Hier? Ich mach ein bisschen mit meinem Niko flirten. Okay. Dann mach das woanders. Oha. Soll ich euch jetzt auf mein TS abwerben, oder was? Ich kann dir noch nicht mal... Ich kann selbst dir nicht mal zurückschreiben. Wir haben keine Rechte. Auf dein Hallo von 20.17 Uhr. Jetzt kannst du. So. In der Draht. Kann ich das wechseln? Hast du das nicht gehört? Das ist Evergrown Sign. Da du ja mein Mod bist, kriegst du sowas. Oh. Vielen Dank. Hm. Ne. Wenn wir jetzt im anderen Channel wären. Zum Beispiel. Ich glaube in Viva Games. Da müsste das funktionieren Obwohl... Nein, ich bin mir nicht sicher Was ist für Liz? Wie kannst du die Uhrzeit noch 10 Uhr haben, ey? Ich halte mich gerade noch frei über Wasser, Kappa Warte, das muss ich kurz anlassen, das ist so geil Moin Nakatsuki Wie kann ich mich mit 10 überhaupt über Wasser halten? Ich habe keine Ahnung Nö, ich habe gesagt, wie schaffst du das, um die Uhrzeit noch 10 Uhr zu haben? Ich schaffe es gerade mal, mich mit 3 über Wasser zu halten Naja, es sind so die heftigen Typen, ne? So, Kat ist da, der fette Sand ist auch da Kampfsockel ist seit kurzem wieder da, was mich eigentlich freut Der war am Anfang ganz oft da, dann war er irgendwie weg Prost Und jetzt ist er wieder da Und... Der Mod geht sich bis auf, oh die shit ist die lische Stange, dein Guck mal, mein Mod Fuck Du musst bannen Ja, ich weiß nicht was, set Einfach set, wird schon passen Äh, Neo, danke für das Lied, ich finde das total geil, jetzt ohne Witz, ne? Auch wenn du es böse meinst, ich mag es trotzdem Ich bin mir selber weggefallen Oh Gott, aber hör doch mal auf, warum es so schön Oh, warum macht sich das wet oder? Ja, wenn ich mir die schwarze nicht passen Ja, komm, das meinte ich doch mit, äh, du warst weg, du hattest ne Pause, wie auch immer Soll ich nochmal meine Abyssummer Le Blanc auspacken? Jägermeister kann ein bisschen mehr gehen, Tonic vergassest du, die Flasche ist leer. Alter, du trinkst doch Alkohol? Ähm, jo. Nein! Also, Alkohol. Ich trink für ihn. Das war's mit uns. Der Bot ist eh nicht an, macht er nie an. Ja, ich stelle den Bot wieder neu an, beziehungsweise mach den Ankh-Bot jetzt morgen, heute. Nachdem ich ausgeschlafen habe und danach könnt ihr wieder Punkte sammeln. Allerdings mache ich, denke ich, Bronze, Bronze. Irgendwas mit Bronze. Warum kann man bei dir keine Brownies sammeln? Brownies, das war natürlich auch... Ja, aber, keine Ahnung, irgendwo hab ich schon mal gelesen, dass sowas schon Content hat irgendwie auf dem Band-O-Streamer. Echt? Ja, irgendwas mit Brownies oder Cookies oder so. Ah, okay. Okay, dann brauchst du Cookies. Nein, ähm... Oh, erstmal spüch auf den Top-Band-Band. Melonen-Brownies. Ah, Melonen, also könnt ihr sammeln. Ach so, ist ja Top-Band. Okay, fast. Ich meine nie das Böse. Ja, weiß ich doch nicht, was war alles cool. Ja, Toni kann ein bisschen mehr gehen als die Jäger-Meister. Natürlich. Wenn ihr wissen, was ich alle schon hinter mir hatte, äh, 24 Stunden Drug-Stream. Wird mehr gestimmt als... Das Horny-Grill? Der ist mir Horny. Du machst mich Horny-Corny. Du machst mich Horny-Corny. Immer diese Twitch-Top-Spieler. Ich weiß nicht, was ich vorhin war. Ich weiß nicht, was ich vorhin war. Bei Hearts auf der Top-Band. Normal, oder? What the hell. Ich meine, hast du da mitgespielt, Abdul? Wo ich am Anfang 3-3 war und dann auf 39-9 eskaliert bin? Glaub schon, ja. Ich bin nicht müde. Doch, beim ersten Game oder so. Ich bin bei Nächste Woche, hab ich frei. Nächste Woche bin ich bei Glöckchen. Was? Ich wollte nicht gleich frei kommen. Fuck you. Äh, du hast gesagt, in 3-4 Wochen, äh. Wegen deinem Urlaub. Ja, aber wenn man auch wieder heilet, kann ich im Lande rumkommen. Ja, dann fahren wir eben gemeinsam zu Glöckchen. Sind wir zwei Star-Gäste. Okay. Also, ab nach Hamburg. Äh, Schleswig-Holstein. Mhm. Gut, dann gehen wir, gehen wir Glöckchen besuchen. Wo, wo wohnt sie denn? Ich wünschte TP mit. Kannst mir auch schreiben. Klapper. Nö. Kannst mir auch schreiben, wie weit von dir. Ich hab's selber noch nicht. Ich fahr. Sag mich ins Auto, ich fahr dich wohin du willst. Was ist der Scheiß? Fahr mich mal nach Amsterdam. Was willst du da? Hä? Naja, äh, naja, also, irgendwie... Ja, ähm, ich will die Stadt natürlich besichtigen, was sonst? Ähm, ja, was auch sonst, ne? Ich mein, warum soll ich nach Amsterdam fahren für Sachen, die ich schon vor mir stehen hab? Oh, wow, diese Kack-Lappen, ne? War Spaß nicht? Ich schon. Wir hatten einfach Angst. Hm. Dann wird da gesoffen, jawoll. Klingt nach ner guten Bokage-Party. What the fuck? What the fuck? Ich und Xavi kommen auch, sag zu meiner Frau. Fokage-Party halt. Also nur mal damit eins klar ist, bei mir gibt's kein Alkohol. Kriegen wir auch so hin. Und auch keine Drogen, außer Zigaretten. Äh. Echt? Kein Alkohol? Nein. Ich bin absolut gegen Alkohol. Okay. Also richtig gegen Alkohol. Ich trinke auch kein Alkohol, also... Deswegen mag ich es auch nicht, wenn... Das glaube ich nicht, wie man selbst. ...Leute so rausgesauen, ja, ich bin besoffen und so, ich mag sowas gar nicht. Ja, sowas sag ich nicht. Ja, diese Alkoholiker. Meine Freunde sagen sogar, man merkt es mir gar nicht an, wenn ich voll bin, weil ich mich genauso fällig ist und so. Ich erinnere dich, du Alkohol bei Toni. Halt die Fresse, lauter kein Scheiß. Wird der F, man? Ich hab mich... Aber ohne Scheiß, wir beide zwei Tassen getrunken. Er guckt mich an. Fuck, man, bin ich voll. Wir können uns mit Capri-Sonne volllaufen lassen. Ah, nice. Nein. Hm. Wird immer auch Capri-Sonne sein. Aber wenn, dann will ich Fruchtzwerge dazu, bitte. Oh ja, kriegst du. Dann kann ich bisschen wachsen noch. Oh, wie klein bist du? 25 Zentimeter. 1,78 Meter. Oh, du Zwerg. Du bist ja so'n kleiner Lilliputana. Dann weiß ich ja nicht mal, wie groß ich bin. So auch 1,80, so 1,75, du Zigeuner. Wie voll klein jetzt? Ey. Ey, 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 ey. Warum stehen hier Nudeln, Alter? Geil. Ich hab auch ein neues Gerät. Den Nippel-Voltometer. Oh, wow. Der klingt sehr erotisch. Erotisch. Da spiel ich einen Top-Lane. Guck. 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 Ja komm. Letzte Ronde Feed. Oh, Toni, der Jägermeister kann ein bisschen mehr, oder? Ja, natürlich. Ich hab auch ein neues Gerät. Den Nippel-Voltometer. Oh, Mann. Ihr seid echt krank. Das ist einfach zu krank. Guck. Guck. Ah, erstmal rechtzeitig wieder da. Weg. Guck. Ein Game noch, ein Game noch, ein Game noch. Oh, die, die haben aber jetzt hier zwei harte Tanks. Noch drei damit ich mit einer Probe vorbei. Kapper. Oh, guck mal, Brownie. Wegen dir bin ich so lange wachgeblieben, ne? Und ich wollte eigentlich heute früh schlafen gehen. Damit ich nachher mir das Turnier angucken kann. Oh, je. Alter, nicht mehr. Also muss ich jetzt durchmachen, damit ich sehen kann. Echt? Wann geht's denn los? 13 Uhr. Ach, du. Oh, mein Gott. Oh, nee. Ich dachte, das wäre abends. Oh, weiß ich gar nicht. Das Turnier ist 13 Uhr. Oh, mein Gott. Was für ein Turnier? Äh, von meiner Community. Ach, klar. Weiß ich doch. Good job. Wollten nur ein bisschen, ob du das auch noch weißt. Dabei bin ich auch schon echt müde. Ach, was? Also los mit euch drei. Da sprechen die Schüler. Ja, ein bisschen Pepp. Komm, wollen wir ein bisschen abpeppen? Nein. Nein. Das hast du doch letzte Woche an mir probiert. Wow. Wie geht das voll eklig. Jungs, das ist so pass, oder? Was geht bloß mit NL? Ich wusste gerade googlen, ob es nur einen Lippe-Schocker gibt. Mit wie viel wollt du brauchen? Eine Nami, das könnt ihr nicht gewinnen. Nami, still the main. Ja, das sehen wir dann. Was? Du liegst die ganze Zeit auf dem Ladekabel. Und außerdem hat sie die falschen Mastery. Also, das ist bad. Und das sind alles Mist. Alter, wie kannst du dich in meinem 20cm langen Ladekabel verheddern? Ist das dein Ernst? Das haben manche Frauen auch schon zu mir gesagt. Alter, dein Ernst? Oh, ich bin ja Main. Alter, das halte ich immer ultra lang nach. Was? Die heißen Milfs. Fällt es dir jetzt erst auf? Die will ich mal ne runde Hand nehmen. Ja, ich wollt mich so nennen mit dem, äh, mit dem kleineren Smurr. Den Mara frau Naruto weiter schauen. Bis dann, Savi. Schön, dass du reingeguckt hast. Aber ich hab gedacht, das wär zu rassistisch. Deswegen heißen wir Mulfi. Und wünsch dir nen schönen Morgen noch. Geht's? Wie? Ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass wir das verlieren werden. Na, was? Na, was? Ach, was? Ach, was? Okay. Sechs mit Blitzcrank. Kann wir nicht verlieren. Mh, über dein Blitzcrank möchte ich nichts sagen. Ich hab vor allem mit Lexcrank. Wenn du so Blitzcrank spielst wie ich auf Diamond, dann okay. Wenn du so weit bist, dass du auch so, keine Ahnung, seit wir Platinens angefangen da, letzte Season, und dann, ich glaub 19-0 oder so mit Blitzcrank. Ja. War witzig. Guck mal, Bällchen! Wollen wir ihn waden? Ja. Ich hab zwar mein Bällchen geskillt, wo ich euch das zeigen wollte, aber ich wäre bereit. Am Japan-Tag hat mir meine Ari auch ein Bällchen gezeigt. Mh. Geil. Geil. Okay, Flash ist weg. Egal, Andy, Flash, alles gut. Mach schon mal Freekill auf die. Wir können die doch noch hier ein bisschen nerven. Haben wir 8. Blitzy, guck mal, der ist da fast auf. Du, ich bin Rose, viel Spaß euch und guten Luck. Vielen Dank, Passe. Bis demnächst, Bro. Schade, ich will die Nami sein heute. Ja. See ya, Neo-Mütze. Kann die alte schon mal nicht flashen. Geil. Ja, aber die ist Mitte und die ist leider nicht bei uns, Mann. Sonst hätte ich... Hey. Die Sinalko schweckt. Die Sinalko schweckt. Die Sinalko schweckt. Ne, schweckt nicht. Ich hab gehört, ihr fangt was damit an, dass Andy kein Flash mehr hat, so. Das Problem ist, ich bin immer so ganz schlecht im Nicht-Puschen. Ja, das ist ja nicht das... Oder? Doch, gut. Voli, wer schafft das schon? Diesen. Der Drive bei Voli. Drive bei der. Ja. Ja. Aber die steht auch so passiv. Hey. 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 Die Sinalko schweckt 3. Was? Die Sinalko schweckt 3. Ja. Bei... Wir sind... Wir sind... Also... Abdul und ich auf den Accounts. Gold 3. 12. Sieht wahrscheinlich stauen, dass ich in den Trommos bin. Ja. Kein Stress. Ich glaub, das passt. Ne. Ist auch kein Flash. Abdul, Hook. Der Rest von denen ist aber selber. Oh. Soin. Say hello, say hellooooooo. Du schoss sie nicht. Ja. Ich hab Grappa. Oh, ja. Achso. Oh Gott, Alter. Ich hab meinen Charme gemisst. GG. GG. GG, wo war mein Jungler? Verdammt. Ich bin zu spät. Oh. 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 Fuck, man hat... Oh Mann. Das war so bad. Oh Mann. Ich hasse mich selber. Nein. Mit Level 6 ist sie halt so weit vorne. Alter. Und wenn sie mich jetzt im Early schon killt... auf mich threaten zu lassen. Ja. Ich hab's genug. zu attacken, als ich sie ignited hab. Ja. Ich wollte die kill halt unbedingt haben. Ja. Und ich wollte die auch unbedingt geben. Report me please. Hallo. Das war ein Red Buff, mein Gott. Doch. War noch kill geklaut. Weitere weniger. Es war doch egal. Es geht mir nicht gerade. Ich bin der Streamer. Ich bin der Streamer. Ich bin der Autoraktion. Zumindest in meinem Stream. Haha. Deswegen musst du die Kills haben, ne? Nein. Deswegen lass die zu anderen, damit ich cool aussehe dabei. Oh Gott. Oh Gott. Alter, das war so lucky, ne? Ich wollte die Annie schauen, weil sie auf die Lane kommt. In dem Moment kam Zack angesprungen. Und ich hab ihn geschahmt. Hahaha. weeeeeei 9ah ich Lucky das auf den Säcker Ha, das hintere Stück mich trifft Du kannst jetzt schon reinlaufen Der Zerg könnte vielleicht kommen Das gepinkt wurde Oh lol, ich hab auch gehört zu laufen Oh mein Gott war das close, aber nice Ey Ich hab hier irgendwie mehr Schaum gemacht als die Papa Ja, das heilen halt Ich glaub Feger, man Wir eventuell nicht machen sollen, aber Mach die durch Mach die durch Oh Oh Blame sie Niko Soll das nicht schnell Okay, jetzt soll das laufen Oh 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 Oh, da kam der Zerg Oh 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 man, ich hätte sie halt töten können Schade Oh 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 Zack ist wieder Mitte gewesen Hm Auffassen Stop Ja Verdammt, ja Pass auf, Zack, 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 Zack! Wäre egal, wir packen den, wir packen den Und schön Oh, Spam, 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 Spam Spam next Ah Ich mach ein Level 6 Zeichen hier Wenn er so Ich mach die Dumbo, ne? Will der Junge War nicht über für den Rad hier reinzuspringen Wenn den deletet Wui Mal, oder? Ich hab drei Kills, was ist los? Komm her, du Flirt ist fähig Oh oh Ich hab wieder vom Blubuff gekeichelt Ich hab wieder vom Blubuff gekeichelt Lucky Und ich hab den schon wieder mit dem Blubuff gekeichelt Ich hab den schon wieder mit dem Blubuff gekeichelt, ey Das hab ich auch gerade gedacht, aber Wenn die kommt von da Ich hab schon Bock ins Filo zu gehen heute Was? Kommt drauf? Oh, geil Kein Fleisch Waldorf Egal Ja, wir gehen so 17.00 Uhr oder 18.30 Uhr Alles in Wunderland Ich hab eine Wad drin Wollen wir einen Trey coolen, oder? Gleich Für Indy-Bot Ich hab das f*** Ich hab's mal Top lane gehen, oder was? Wollen wir mal einen Trey coolen? Wollen wir mal einen Trey coolen, oder? Für Indy-Bot Ich hab's das f*** Ich hab's mal Top lane gehen, oder was? Siehst du? Was will ich da machen? Ja, meint Ey, könntet Harald machen Okay, hör zu, dass... Gut, Komma Braucht ihr mich für den Harald? No Trotzdem, danke Sehr gerne Second Spotlight Ich kann den tanken Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Ja Den Kropp Irgendwann auf 4.30 Uhr Wenn wir nicht zusammen Den Rad flasht er auf mich Ach, was für ein Noob LOL Ah, scheiße Woah Schade Genau Was ein gutes Play Und dann so ne Scheiße Ja, kommt dann ja Suho Was, willst du weg? Deine Pussy Annie, wollt der Hotline kommen? Oh Gott, ey Dann darf ich mir ja mal einen Wecker auf 12 stellen, wenn's trotzdem losgeht Und dann aber Wenn was? Ich guck, es hat keine Spiele bei Becker auf 12 stellen, wenn's trotzdem losgeht Öff, ich werd das auf keinen Fall schaffen Ich denke mal, dass sie schlafen gehen Oh fuck Oh Scheiße Ach, Tibber ist zu strong Ach, ich bin so greedy Ronny ist glaube ich das erste Game, was du gut siehst von mir So von mir, oder? Ähm, ne Also bei mir war es so auch ein guter Ehr so. Zumindest auf dem account. Spielst du da morgen mit? Ja. Du wolltest doch eigentlich auch mitspielen. Was spielst du morgen bei dem Turnier mit? Ich weiß gar nicht was du willst. Waren wir nicht eingetragen? Keine Ahnung. Die müsste doch irgendeine Nachricht oder Meldung bekommen haben, oder? Oh scheiße. Ich hab das vergessen. Ah gut. Hast du geguckt? Hast du nicht geguckt, meinst du, oder wie? Das ist doch scheiße. Das ist schlecht. Na gut, dann kann ich nichts ausschauen. Ich glaube, wir wollen so nachmachen. Ich hab keine Riesen mehr. Aufpassen, wenn du im Sekt. Ja, ist egal. Annie ist auch miss. Ah, da ist sie ja. Ach man, die Bitch, ey. Kann der Tower bitte fallen? Nein. Oh! Oh! Bärchen! Ich dachte, sag mal Hallöchen. Hallo! Ach, komm. Ich fick mich gleich selber, ey. Geil. Geil. Alleine so kommen würde ich. Monstry? Monstry? Ja. 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 Aber ich werde Cam nicht anmachen. Bitch. Bis dann, Bitch. Sehr gut. Danke. Verdammt. Steckschuss. Oh, was schreckt. Leider fliegt. Komm, die Dynamik kommt für dich. Die ist hier. Cardam. Wollen wir mal jetzt los? Jo, ist gewartet. Ist kein Kloss. Und jetzt kommt die Ulti. Danke schon. Dann kann ich mal weg. Danke für die Hilfe. Hilfe! Verschreiben dann. Ähm, ist schlecht, weil ich ... Lawler bin. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ha, 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 ha! Bum! Arthros-Price kriegst gleich'n Bluba. Mäh. Mäh. Mäh ihr Schafe. Ah ne 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 move. Das wird kein 48 Stunden Stream. Dafür bekomme ich auch nicht. Ich bin ja schon bei fast 24. Aber nicht durchgehend. Ja ich hatte 2 Stunden Pause. Mein längster durchgängiger Stream war ich glaube 36 Stunden. Danach war ich aber auch tot. Also wirklich richtig tot. Ich hatte glaube ich schon 2,24 Stunden Streams. Hey! Unibär! Unibär! Oh! Oh shit! Verdammt. Jetzt habe ich gerade auf den Chat geguckt. Verdammt. Ich wusste nicht, dass ich in Englisch fliegt habe. Schon wieder da, der ist. Ich wusste nicht, dass ich trotzdem fliegt. Okay, hopp. Als du bist nicht so blub. Oh schwarz, please. Don't remind me that. Ich bin ja nicht mehr. Backchamp? Nein! Oh no! Oh leckt mich doch an der Nille eh. Oh ja natürlich. So. Wolle ich bin mit Tauern dafür Der Jinn ist useless Der kann ich nicht wieder haben Pass auf, Pass auf Wignett raus, Benni Böse 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 B Was bekommt ihr denn für Lampengegner die ganze Zeit? Alter Mann! Ja, ich find die schon ziemlich stark, also das ist schon herausforderbar krass, man. Der Geil, der Geil, der ist auch nicht die. Shuttle down! Also stark find die eigentlich nicht, aber die sind nervig. Wurdest du down-geshuttled? Das Gefühl daran, dass ich kein Blumen im Kopf hab. Ach, weil der Blubuff nicht schon seit zwei Minuten abgelaufen wär, oder? Nein, 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 nein. War doch schon abgelaufen, als ich da unten mit dir geprankt habe, von wegen Herzchen und so. Weißt du, die nicht dann deine Leute morgen hassen werden, wenn du nicht da erscheinst? Warum? Vom Turnier. Ja, weil... wegen... weil der Ex-Hotter nicht lange aufgekündigt hat. Die werden mich doch nicht hassen. Ne, die werden mich hassen. Warum denn? Weil ich da kommt. Kein Problem. Ähm... Scheiße. 34 Sekunden. Meinst du, wir schaffen den Harald in 10 Sekunden? Ja. Ja. Und so, da kommt der schon 25. Das Problem ist... Der ist 19.50 Uhr da. Warte mal. Los, wirf ihn zu mir. Oh, Alter! Ich kann's ja gerade noch so wegschmeißen. Dieser Tibbers! Ich bin einfach PERMA-Stunt! Was ist denn falsch mit euch? Oh, ich stecke jetzt nicht. Der da? Nein! O A O A E E I O ER O Schlafbärchen! I.. A U O A L O 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 Louis Oh man, ich spiel wieder so beschissen das Spiel Ja die kommen runterbe ashamed Oh Kein Ding ich tält es vor euch einen Moment Oh Kein Ding ich tältels von euch einen Moment Oh shit, shit, das ist Overtailed. So meinte ich das nicht. Hey, 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 kommt sofort hierher. Verdammt, die Prüf-Ausmerksamkeit, ihr birden-faggots. Ahhhhhhhhhhhhhh! Häh, Blubarb! Was, du hast ein Blubarb? Oh nein, ich muss ihn disablen. Geh, geh wo du wohnst! Oh, pass auf, ich hab noch 2 Smits. Mehr incoming Babys. Nein, nicht Elfg. Elfg auch, Kappa. Nein, Blitz, dir vertraue ich nicht. Warum nicht? Eventuell ist mir meine Pässe geklaut. Nur meine Ulti. Aber nur eventuell. Joa, draußen ist es hell. Mittlerweile brauche ich schon kein Licht mehr. Was? Licht? Wir brauchen schon Licht? Naja, wegen dem Keller in der Sonne. Oh, oh. Kellerkinder. Mensch. Na, nicht gar nicht. Also, ich will nicht sagen, dass ich im Keller bin, aber ich habe immer Elke Meckes. Mmh. Man! Machen wir schon ein bisschen Famers. Soll ich mal sagen, was ich alles in der Ecke habe? Die Meckes Meckes ist geil auf jeden Fall! Ich? Also, passt mal auf, um die Ecke, also ich brauche zu allem ca. 30 Sekunden, fangen wir an. Penny, Cake, ein Mekong, also ein China-Restaurant, eine Haspa-Bank, eine Commerz-Bank, Wo wohnst du? Ich komme vorbei. Warte, 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 pass auf, ich habe einen Dönerladen, eine Shisha-Bar, eine Bäckerei, eine Kneipe. Alter, nein! Digga, die hatten wir an. Hört ihr doch zu, was ich alles um die Ecke habe. Oh. Danke, dass du uns zuhörst und bei dir ist auch noch mal Ecke stehen. Okay. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich um die Ecke habe, ich habe einen Acker um die Ecke. Das stimmt halt. Ich war doch noch nicht fertig mit was ich alles um die Ecke habe. Ich habe eh das Beste um die Ecke. Was denn? Ich habe einen Acker um die Ecke. Ja, nein, gegeben. Das stimmt halt. Fucking doof, ey. Jetzt bin ich gezählt. Nein. Warte, ich muss gegenhalten. Mitstimmen, ja. Alter, ich bin zu bad. Warum drücke ich kein Ulti? Warum? Warum? Achtung, Abdul. Die wollen schon gesehen. Komm, 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 wir machen die, wir machen die. Komm, Bärchen. Alles klar. Wir kennen den Weg. Zum Tod. Okay. Immer geradeaus. Oh, Alter, die Kälte in Deathsower. Oh. Oh. Oh, Mecoming Babies. Bore Zerstörung. Tap Blade of Doom. Okay. Daneben nicht. Spiel der drüben nicht. Okay. Deine Uhren wird halt einfach die Kills nicht gebaut. Das Wetter war der Kills hier. Komm her. Hier, tap, 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 tap. Der kommt gleich mit hier, ey. Ich kneite es raus. Nice. Na warte, den krieg ich schon weg, Alter. Na komm her. Du Wixer. Zünd nochmal dein Ulti. Ei. Oh. 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 BIKOSTA! Oh. 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 Uuh. Das hat mich zusammengeschlagen. Das ist so ein... Das ist richtiges Ghetto Viech, ey. Da merkt doch wieder hier. Wissen nicht wann Schluss ist. Der kommt aus der Bronx, Alter. Oh, oh! Habt ihr diesen Taunt gesehen? Taunt! Taunt! Weißt du, der ging ungefähr so. Ich bin gezählt! Ich bin so schade! Weißt du, er stand hier? Oh wow. No more pings, verdammt. Oder hat er? Ja, ne, er hat keinen mehr. Doch, blöd. Ja, da weiß auch jemand nicht, wann... Haha, ist schon lustig. Und dead. Oh, oh, oh! Oh, the place! Easy. Und Catelyn tot. Warte. Gönnt sich halt weg. In mein Face mit Flash. Das nächste ist ein Feuerdrache. Feuerdreck! So. Feuerdreck, cool! Ich beschwöre jetzt hinüber. Ab und zu. Wir haben hier einfach... Oh fuck, hier Creeps. Oh wow. Das war richtig. Level 5. Ich glaube, Ari hat gemachte Zitten, die bewegen sich gar nicht, wenn sie tanzt. Ey, mach mich nicht noch horny hier, was ist los? Kapdol, geh raus. Ich bin tot. Oder? Oder? Doch, du bist tot. Du auch. Alter, wie weit der gesprungen ist. Das ist ja nicht normal. Das erhöht sich. Okay, Leute, bis vorhin. Nicht tilten, nicht tilten! Ich bin schon getiltet. Und jetzt? Und ich bin getiltet. Ja, die machen glaube ich baron, also... Jetzt mal den Satz aus der Vagina kratzen, dann geht das weiter. Die machen wirklich baron. So, wieder da, Dynamis Kaka. Ja. Muuu. Easy. Das ist nice. Ward, da kann ich te pehen. Ciao, Kerti. Verdammt. Ein Ward zum te pehen? Nein. Die brechen auch ab. Egal, ich habe die aufgehalten. Yes. Warum Pink, Alter? So. Guck mal, Ward. Very good. Ja, denkst du, das sehe ich in meinem vollen Zustand? Äh, ich trinke ja gerade Alkohol. Nütze ins Wasser. Um dein Wasserzustand. Ah, krass. Das ist sehr gut, unglaublich, die ganze Zeit. Das ist sehr gut. Oh, Alter, der Stand von Jyn war gerade so gut. Ich habe Tibbas getötet. Ja, Junge. Ignite ist raus! Ja, das Ignite sollte aber raus, wenn er die Ulti macht, nicht danach, ne? Was? Na, der Uhlen. Komm her! Mal laden. Macht mal Drake und chaset mal nicht. Hopp, hopp. Macht Drake. Oh, ich hatte den Inhibitor sonst gerne gemacht. Ah, was? Ihr seid zu damaged. Ich bin weg. Okay. Ich muss Gotland. Nein. Stop das Fahren. Okay. Verschaut. Jupp, jetzt werden wir Gold. Ich lass ihn rausziehen, lass ihn rausziehen. Nein. Du sollst jetzt reinziehen. Wie soll ein Drake rausziehen? Hey. Wie kommt? Ja, anders fahren wir gleich. Haben wir ja? Okay. Gut. Gut, eigentlich habe ich gedacht, Yasuo ist mit euch mit. Was ist denn? Komm schon. Nice. Die haben wir. Nope. Ähm, ich würde sie nicht chasen, mit so wenig Leben. Papa. Ey. Kann ich nicht. Jetzt kommt extra aus. Nur, ich scheiß drauf, dass es allen egal ist. Ja nicht, dass wir gar nicht mehr, weil ich das Social Network bin. Oh. Oh. Der Dornenpanzer. Nee. Gegen den kann man gar nicht mehr holen, eigentlich. Ah. 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 Aua. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber. Auch nicht, du Klaus. Jetzt. Mach rechts. So spät. Jetzt bin ich. Das weißt du. Es ist eure Schuld. Ich habe gesagt, wir sollen dich chasen. Ja, deine Schuld. Hat deine Schuld. Nein, ich habe alles drauf geworfen, was ich habe. Aber hey, wir haben den Drache bekommen. Jetzt soll ich mehr Benji. Genji, Benji. Ja, ja. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn unser Addy Curry Out of Position da steht. Ja, ach so. Mit deinem ganzen Frontland-OP, ja? Frontland-ADC. Ich will doch nur ein bisschen Spaß haben. Weil diese Bronzen-Loops. Spaß? Ja. Wasser will dann Spaß haben. Hat man Spaß? Ja. Oh, Bärchen. Immer Spaß. Aber geht's sogar mit dem Papier. Der ist schon ganz verrückt nach dir. Der ist schon ganz verrückt nach dir. Zurück nach mein Schatz. Der Rape-Bear, Alter. Guck mal, ich fluste ihn für dich auf. Oh, hey. Wie ein V. So anders. Obdol. Ah. Ne, man, der hat... Ich weiß nicht. So, mach jetzt mal den Inhibito oder so. Das wäre voll geil. Das würde mich auch extrem entführen. Ich bin da X. Oh, kill den. Ach man ey, warum stehen die eigentlich immer zu viert rum, ey. Aber auch rausgerechnet nur hier. Du hast dich fast selber getüttelt mit dem, Alter. Ach, ja. Der hat noch keinen Lifesteal. Erst wenn ich Mercurial's Mitte hab. Ja, umso spät, als wird es so stinkiger werden sie einfach. Wenn die schon so gut sind. Die gehen... Oder? Doch nicht zum Baron. Ähm. Okay. Das ist meiner. Ne. Ich glaube schon, 19 ist das los. Ich hab dir da noch Schild gegeben. Ah ja, passt schon. Hä? Warum seid ihr da nicht drauf? Der stand einfach nur da. Easy Kids. Wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht. Doch. Nein. Kinder. Hier. Mitte. Mitte. Ja. Ja. Wo ist sie bei? Okay. Ich bin oben. Jo, was geht Leute. Hey, lass mich los. Gerief. Die Waffen nur bis die Leute wiederkommen. Nein. Okay, ich bin raus. Jetzt eins. Einfach nicht. Weiter raus. Lass mich sterben. Bitte. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich wollte. Ich bin endlich abhalten. Nein, nein. Na voll gut. Ist doch alles gut. Nein. Es tut doch gar nicht. Nein. Da. Oh, Moe. Einen wunderschönen guten Morgen. Könntest du auch hören, auf mir herumzutanzen? Bärchen? Da ist mein Schwanz in Ruhe. Oh, der ist so schön flaschig. Oh ja, das ist super. Wie mit seinem Bärchen. Wie wärs, wenn wir jetzt Baron oder Top-Lane pushen? Und GG? Eroo. Eroo. Hat der dann eben auf die Tri-O-Tour. Ich glaube, er hat so viele Kills wie unser Midlaner. Geil. Scheiße, KF-er. Für 20 Assists. So sehr geil. Alter, hab ich da grad gesehen, dass die Catelyn einen Blu-Garf macht. Alter. Alter. Afk. So was siehst du nicht. Du willst mitsmurfen? Oh, wir sind schon fertig mit Smurfen. Was macht ihr da? Oh. Weiden irgendwie, ich weiß nicht. Schieden. Hei, gewaltig ums Bär. Äh. Ich bin doch nicht da. Aber auch nicht, ne? Geil. Deine Ulti bringt's leider nicht. Ja. Hei. Hei. Oh, dann kommt der hier bald geile Knuffi-Bär. Warum? Let's go Baiten. Mhm. Okay, dann machen wir nicht mehr. Wirklich Quellen. Ich... Okay, wenn ihr meint. Ich bin der Meinung, wir können nicht beenden. Schön, dass der zurückgeht. Gut. Ja, aber nett. Okay. Hallo Gold! Schön ist es, wieder hier zu sein. Aber ja. Schön. Ich bin jetzt ins Borgen, hasse ich mich wieder dafür, in Gold zu sein. Warum? Ja. Ich weiß schon, warum ich abgestiegen bin. Oh Gott. Wie ist das? Ich hab die lại noch getötet. 22... Oh. Und die sagt, meine Grape sind richtig gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich muss das sehen! Ich muss auf deinen Stream! Lass es nicht wegmachen! Ich will sehen, wie du geimpfst! Oh Gott, du siehst richtig kaputt aus! Hahaha Tadaaa Getsch! Marshy's 7-Token Mann Pfff, besser gewertet als unser ADC Warum auch? Hä, was hast du? S, bloß als Minus Ach, komm Ich bin auch einfach reingerammt, nicht direkt Naja, denken wir wieder auf das nächste hier dann mal wahr Alter, das schickt plus 26 auf dem Ding hier, oah, das ist geil So, wenn ich auch die mit einem anderen Smurf hatte ich plus 37 Das geht gar nicht Mehr als 30 gibt es nicht Doch Oder Nein Zwischendeut, zwischenzeitlich 29 bis 37, ich hab sogar Screenshots überschickt Alter, 37?! Ja, ich bin in Silber 5 gestartet Und hab halt auch Silber 3 und Silber 1 überspannt Okay So So Dann hab ich angefangen mit dem Du-Q zu spielen und hab meine MMR versaut Hm So, Mädels, ich brau mich jetzt in die Pfanne Alles klar, gute Nacht Na Ja, oder? Alles klar Schlaf gut Schlaf gut Ne, gut Ja Du auch, ne? Juuu Dass die Hände über der Bedecke ich weiterglüppelst Ich kann's nicht versprechen Du auch glüppelst Ja Danke, tschaui Schlaf gut Spätestens wenn sie mir wieder Whatsapp Bilder schickt, kann ich mich wieder wieder stellen G E Laberfolge, Silber 1 kannst du nicht überspringen Ja Hat was gesagt? Ich glaube er, weißt du, ich hab's Ich hab's Ich hab's Also ich glaub er hat gesagt, Silber 3 Ah, den machen wir jetzt Aber Silber 1 kannst du wirklich nicht überspringen, weil du musst ja diese Promo zu Gold machen, da brauchst du ja mehr Wins Ja Also Es hat dann eine MMR erreicht, die ASX Macht einer von euch noch mit? Freakins Aber das ist praktisch schon möglich Äh, ich glaub der Brownie ist zu müde Ich bin eben hochprozentig down Brownie ist ein Downie Aber jetzt bin ich wenigstens aus 27, bin zu minus Wow, das ist heftig viel Oh, willst du wissen nicht wie die Frage? Ich hab fast hier 50 geküsst Waa Hmm, egal Wow Wow Und, nur plus 13 geküsst Ja ok, das ist natürlich heftig Aber ich bin auch mit meinem Main wieder ziemlich viel im Minus Aber es ist auch heftig, irgendwann Platin 3 zu 5 wieder Oh, das Ist ziemlich Böse Hmm Aber gut, ist halt Fech Ja Ich hab keine Ahnung, wenn wir uns später weiter machen Ja, dann wünsch ich dir erstmal eine gute Nacht, ne? Oder einen Tag Ich wünsch dir auch einen guten Morgen Mh Mhm Mh 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 Und da würde ich jetzt gerne weiter Rankit's machen Mh 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 Wisst du ein bisschen mehr Promo abf komt Joa Ich hoffe, diese Elo hat jetzt nicht so hart abgefärbt, er das jetzt exempl vibrist Ach falsch Muss noch ein paar gap곡 erst Das warst du ein bisschen mehr Promo Mh Dann wünsch ich dir noch viel Glück Dankeschön Und ja, dann noch zählst du morgen wieder. Wenig bitte. Tschaui! Gute Nacht, liebes Volk. Gute Nacht, tschau. Tschau. Gut, und für alle, die jetzt noch so lange geblieben sind, vor allen Dingen Neo, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs mitfiebern. Und ja, schlaft gut, hault euch gut. Und dann macht was auch in meinem Wald. Mich seht ihr später wieder an. Gute Nacht und peace.